Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition Sage der Flamme 3 Stolz des Sternenlichtes Kapitel 1 Es muss gehandelt werden Willkommen zurück, mein Freund Das Wesen gegenüber Omegon verneigte sich als Antwort Lord Omegon Bereits einmal hatten die beiden Wesen an diesem Ort gesprochen Ewige Weiten, ein endloses Blau Inmittendessen ein Thron Ein Thron in grellem Blutrot Ein Gewebe wie ein dunkelblaues Herz Pulsierte an diesem Ort Und ließ die Luft vor Macht erzittern Nun berichte Was geschah im Weltenbaum des Lunaren Wie entledigtest du dich Unserem Problem Kurz blickte der Diener auf Dies wusste Omegon Auch wenn sein Untergebener immer noch jene Verkleidung trug Welche mit der Macht des Sternenlichtes gekommen war Womit die Öffnung des Kostüms Durchdrungen von Dunkelheit war Ich habe mich dagegen entschieden mehr Blut zu vergießen als denn von Nöten Ein Schüler, den die Weise wohl nur ausbilden, griff mich an Aber dank deiner Kräfte stellte er kein Hindernis Und auch er floh schlau genug seine Niederlage zu verstehen Nach einem Schüler fragte ich dich aber nicht, mein Freund Also sprich Die Auserwählten Was hast du mit ihnen gemacht? Ich habe ihnen kein Haar gekrümmt, Lord Es gibt keinen Grund dazu Stattdessen vertrieb ich die Weise aus ihrem Heim Und erwartete dort selber die beiden Welche sich mit Wolnodas Schüler verbündet hatten In unserer Begegnung machte ich ihnen klar Dass ihre Reise keine Früchte tragen könnte Dass sie aufgeben sollten Um denn die letzten Monate und Wochen in Frieden zu verbringen Statt sich einem Gott zu stellen, welcher alles übertrifft Der Weltengeist des Sternenlichtes Schien mit diesem Bericht nicht zufrieden Er im Gegenteil Er schien eher genervt Bezeichne mich nicht als einen Gott Ich bin mehr So viel mehr als ein bloßer Gott Und sage mir Was denkst du? Haben deine Drohungen gewirkt? Machten sie kehrt Die beiden Die drei Gaben sie auf Mein Lord Selbst wenn sie dies nicht taten Ist es nicht von Relevanz Selbst wenn sie weiterschreiten wollten Ohne das Wort der Weisen Ist ihnen der Weg versperrt Und du stelltest sicher Dass diese Weise Ihnen nicht den Weg weisen könnte Sie musste fliehen Selbst sollten sie sich auf die Suche machen Die drei wüssten nicht In einer Welt voller Pokémon In einer so großen Welt Wo sie denn sei Ihre Suche würde nicht enden Bevor der Tag denn gekommen ist Ach Ist das so? Der Blick des Übergottes Wurde hart wie Stein Dann erkläre mir Wenn ihre Suche noch nicht erfolgreich sein könnte Wie kommt es dann Dass ich vorhin erst abblicken musste Wie Lunala drei Pokémon empfing Und weiter In meinen Weltenbaum schickte Was Aber Aber Was Aber Es gibt kein Aber Oder willst du mir erklären Dass du alles getan hast Was nötig war Scheinbar nicht Wenn du deinem Befehl gefolgt wärst Wären sie jetzt nicht weitergereist Kurz Blickte der Dina wieder auf Scheinbar Widersprechen wollend Doch letztlich Traf er doch Die sensible Entscheidung Und traute sich nicht Zu Widerworten Es gibt kein Aber Lord Omegon Ich habe das Glück Der beiden Der dreien Unterschätzt Vielleicht auch ihren Intellekt Nun Der nächste Schritt Der nächste Schritt Und woraus besteht dieser nächste Schritt Oh Lord Soll ich ihm folgen Dieses Mal Härter durchgreifen Tatsächlich Dort treffen sie auf Pokémon 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 die sie niemals überleben können Es gibt keinen Weg in meine Wurzelwelt Die einzige Wahl wäre es um ein Weltraum wieder zu verlassen Und dazu müssen sie mich binden Und sie müssen einen Reisepunkt finden Und hierzu werden sie niemals in der Lage sein Und wenn Selbst wenn all dies eintritt Sie müssen jenen Reisepunkt erreichen In der Mitte des Waldes Ein Wald In welchem Sie Leben Legenden Krieger Unstürzbare Ein Bisasam Sie war einst Teil jener Die Darkreisterror beendet Obwohl ihre Tochter Der Spross Darkreis selber ist Groudon Der einzelne Gewelkengeist Oft ist dort auch Funkenherz Die eine die von Darkreis absterbt Doch sich immer in den Kampf gegen ihn stürzte Und vor allem Wichtiger als alles andere Meine eigene Ahnung Die Nachfahren des Drachenblutes Das legendäre Pokémon der Hoffnung Vielleicht Ja vielleicht das stärkste Aller Pokémon die derzeit leben Wenn ich dann keine Aufgabe habe im Moment Kann ich dann zurück in meine Heimat reisen Solange ich mich zur Verfügung halte Zurück in deine Heimat Oh nein, oh nein Möchtest du etwa, dass sie dort alle sehen Wer du gerade bist Willst du, dass sie sehen Auf welchen Seite du kämpfst Und wenn es für sie ist Nein Ich habe andere Pläne für dich Wie wäre es Wie wäre es, wenn du einmal das Zentrum deiner baldigen Zukunft bereist Es gibt Pokémon, die ich dir vorstellen möchte Du wirst untergebracht werden Bis du eine neue Aufgabe erhältst Oder die Mission endet Und um welche Pokémon handelt es sich dabei Die einzigen Die meiner Eevee vielleicht das Wasser reichen könnten Die Helden aller Weltenräume An ihrer Spitze Mein eigener Held Und doch Wieder Wurde Omegons Blick düster Du wirst sie treffen Doch überlege dir gut die Worte In denen du mit ihnen sprichst Sie alle Jede und jeder Einzelne Die einzige Ausnahme Ist Günther selber Sie alle wissen nicht Dass der Schutz ihrer Heimat Das Ende anderer Weltenbäume birgt Und du wirst es nicht sein Der ihnen diese Information schenkt Verstehen wir uns da Natürlich Mein Lord Du hast nach mir gerufen Ein Pokémon Blau Doch ungewohnt gewaltig Schritt vor einem Kern auf und ab Inmitten eines geheimen Ortes unter der Erde Welchen nur die allerwenigsten überhaupt kannten Eine winzige Echse Pechschwarz Kroch auf jenem Kern Das habe ich Günther Du scheinst verändert Sonst hast du dich doch immer gewehrt Was stört es dich? Es stört mich nicht Es verwundert mich nur Tut es das? Alle anderen schienen es durchaus zu stören Ich habe das Gefühl Sie haben alle die Nase voll von mir Seit ich mich für die Entwicklung entschieden habe Sie verstehen nicht Dass wir nichts riskieren können Nach allem was geschehen ist Können wir nicht scheitern Nur weil ich mein wahres Potential nicht entfalten will In Sorge und Angst mich zu verändern Nun Ich möchte mich nicht einmischen Doch ich glaube ihre Nerven leiden nicht unter deiner Entwicklung Sondern unter deinem Trainingsplan Ich vernehme dass du sie alle für Schlimmstes vorbereitest Denkst du nicht dass du übertreibst? Übertreiben Liegt dir selber etwa nichts an der Sicherheit dieses Weltenbaumes? Doch Natürlich Ich habe dir aber doch schon erklärt Was für Maßnahmen ich alle traf Auch eure Freunde sind informiert Und bereit die Auserwählten zu empfangen Die in der Zweigwelt eintraten Aber wo wir gerade von Maßnahmen sprechen Das nun im Pagator schoss herum Kampfbereit Sich einem Monster gegenüber befinden Welches ihn selbst noch überragte Eine pechschwarze Robe In der Hand eine Sichel aus Sternenlicht Nur mit der Ruhe günter Dieses Pokémon mag aus einem anderen Weltenbaum stammen Es ist aber kein Feind Das soll ein Pokémon sein? Dass ich nicht lache Was ist das? Was soll ich sonst sein? Ich bin ein Pokémon welches vom Feind nicht erkannt werden will Ausgestattet mit der Kraft Lord Omegons Lord Omegon Amüsiert wandte sich Günther an die dunkle Eidechse Was hast du mit dem angestellt Dass er so spricht? Ich kann für mich selber sprechen Danke Omegon hat mich aufgesucht Und mir ein Angebot gemacht Ich würde den Auserwählten der Weltengeister folgen Und sie bekämpfen Als Diener Lord Omegons Und dafür wird meine Heimat leben Sobald das Kaiserreich eintrifft Obwohl sie nicht zu diesem Weltenbaum gehört Das erste Amusement schien zu schwinden Als das Imperator eine ernstere Mine aufsetzte Und das soll eine gute Idee sein Du holst dir den Feind Mitten in deine sichere Festung Omegon Er ist kein Feind Günther Er hat alles gesehen was er musste Er hat gespürt dass meine Macht endlos ist Er weiß dass ich nicht mehr aufhaltbar bin Und er ist wie du Genau wie du Er ist bereit seine Moralen Seine Ideale aufzugeben Seine Freunde zu hintergehen Im Wunsch für das Beste seiner Welt Wenn du dir da so sicher bist Dann hinterfrage ich das mal nicht weiter Fürs erste Aber was ich hinterfrage Warum hast du ihn hergebracht Wie du kämpfst ist deine Sache Weshalb weißt du mich hier ein Nun Ich kann ihn nicht in seine Heimat schicken Nicht zu Die Pokémon dort würden erkennen Für wen er kämpft Dort hin kann er erst zurückkehren Wenn ich siege Gleichzeitig macht es derzeit wenig Sinn Ihn loszuschicken um den Auserwählten zu folgen Sie sind gerade in den Weltenbaum des Sternlichtes gereist In eine Zweigwelt Die dir mehr als bekannt sein sollte Günther Dort gibt es mehr als genug Sicherheit Allerdings brauche ich ihn zur Verfügung Für den unwahrscheinlichen Fall Dass sie den Weltenbaum wieder verlassen Auch wenn sie sich von ihrem Ziel entfernen Sollen sie nicht glauben Auch nur eine ruhige Minute zu bekommen Wenn sie denn gegen mich stehen Egal an welchem Ort Dementsprechend Will ich, dass er ihn hier unterbringt Ihn hier Bevor Günther aussprechen konnte Ertönte das Geräusch eines Klopfens Scheinbar an den Wänden am Eingang des Ortes Wer ist es? Eine Stimme meldete sich zu Wort Scheinbar etwas nervös Ich bin es Latias Günther, bist du da? Omegon nickte stumm Worauf Günther reagierte Komm runter Das Drachen-Pokémon Nun etwas kleiner als ihr Teamleiter Schwebte vorsichtig in den Raum Und erstarrte Als sich neben dem Imperator der Diener aufzeigte Wer? Wer ist das? Was macht ihr hier gerade? Latias Du hast einen guten Zeitpunkt gewählt Ich hätte es Günther ausrichten lassen Aber so kann ich dies selber Dieses Pokémon Dieses Pokémon ist ein Mitstreiter meinerseits Welcher von einem fernen Ort stammt Ich möchte, dass ihr ihn für einige Tage Vielleicht Wochen In eurem Dorf unterbringt Im Angesicht der Gestalt wie der Tod selber Schien Latias zunächst keine Worte zu finden Was Omegon sehr zu stören schien Na komm schon Mein Freund Du musst dein Gewand nicht anbehalten An einem Ort, an dem alle auf deiner Seite stehen Du willst nicht erkannt werden Gefürchtet werden vom Feind Aber hier verschreckst du Freunde Aber Was haben wir vorhin gesagt Mein Freund Das Wort aber Sollte aus deinem Wortschatz schwinden Solange du mit mir sprichst Kurz zögerte der Diener Doch es fiel dieselbe Entscheidung wie immer Ja Lord Omegon Das Äußere des Todes höchstselbst Machte nun Platz für einen Körper Immer noch kraftvoll Doch deutlich weniger mystisch Und furchteinflößend Den Körper eines normalen Pokémon Und wenn es ein kraftvolles war Seid ihr jetzt zufrieden Oder gibt es immer noch Beschwerden Ja Wie wäre es wenn du uns erklärst Wer genau du nun bist Uns kennst du Wir kennen nur dein Gesicht Meinetwegen Aber später Wenn wir nicht mehr an diesem Ort sind Kurz Blickte Günther das Pokémon herausfordernd an Allerdings mehr aus Prinzip Als um etwas auszusagen Also gut Wenn ihr nun alle die Lage kennt Habt ihr da noch Fragen? Ja Die habe ich Omegon Du hast uns versprochen Unsere Freunde in der Zweigwelt zu informieren Hast du das denn? Gerade wo du mir gerade erzählt hast Dass diese zwei Mann jetzt dort wären Die zwei Feinde sind in der Zweigwelt? Aber Ich dachte es wäre alles abgesichert Was wenn Evie etwas geschieht? Oder Funkenherz? Bulby und Seon Wir müssen dorthin Ich schloss mir aus Dass sie dorthin kommen Auch wenn ich erhoffte Dass sie es nicht täten Allerdings stellte es sich heraus Dass manche die Zähheit Dieser Feinde unterschätzt haben Was wahrlich sicher ist Ist die Wurzelwelt Ihr könnt nicht dorthin Es darf keine Verbindung geben Aber Vertrauen meiner Übervorsicht Latias Die Angreifer sind zwei Pokémon Nicht einmal vollentwickelt Nun ein Absol 1 Begleitung Und Evie Du kennst sie Ich kenne sie Die Chance dass diese drei Ein Kampf gegen auch nur sie alleine gewinnen würden Ist schlicht nicht existent Die Feinde haben zwei Optionen Flucht Oder Tod Kapitel 2 Nicht Ich Während all dies Vorsicht ging Fand sich Flamme An einem anderen Ort wieder Ebenfalls Eine ewige Weite Doch eine Weite Gebrochen vom spiegelnden Wasser Eines Sees Ein Ort Der viel seiner Mystik verlor Wenn man nun einmal wusste Worum genau es sich handelte Passend tat es aber Flammeskehle fühlte sich Staubtrocken an Vielleicht war dies aber auch etwas Was dieser Ort bewirkte Egal Egal So oder so trat er entschlossen Ans Wasser heran Und nahm einen Schluck Bevor er beobachtete Wie sein Spiegelbild im See Sich etwas zu verändern schien Flamme Hörst du mich Ich bin weder taub noch blöd Natürlich höre ich dich Tu nicht so als gäbe es noch andere Gründe Aus denen dies fehlschlagen könnte Gründe wie Sagen wir Etwas anderes übernimmt Meinen Platz Du weißt schon Etwas Was du recht einfach Fernhalten könntest Wenn du endlich mal über deine Scheiß Sorgen hinweg kommst Und tatsächlich über deinen Und tatsächlich deinen Verstand Priorisierst Schon wieder dieselbe Scheiße Wieder hast du es Übernehmen lassen Und besiegen kannst du es Offensichtlich nicht Also weshalb In Kauf nehmen Ich kann das Monster nicht besiegen Das stimmt Aber Warum habe ich dann wieder Kontrolle erhalten Es hat mich einfach wieder Freigegeben Ohne irgendwelche Relevanten Einflüsse Der Einwand Schien Inferno Für einen Moment Aus dem Konzept Zu bringen Ja Ich meine Das hat es wohl Und das soll für dich Jetzt eine Ausrede sein Es nicht mehr zu bekämpfen Nicht mehr dagegen Vorzugehen Vermutlich hat es noch Nicht genug Kraft Für dauerhafte Kontrolle Gewonnen Vielleicht ist es deiner Seele Noch zu fern Aber das ist doch alles Nichts was sich nicht Ändern kann Lenk also nicht Vom Thema Abflamme Du hast uns wieder In einen Kampf Gezwungen Und die Pokémon Um dich Gefährdet Nur Weil du Angst Vor einer Pflanze Hast Sonst bezeichnest du Diese Pflanze Doch selber Als Wundermittel Rede das Zeug Jetzt nicht so herunter Es ist eine harte Droge Während das Wulpix Diese Worte Sprach Dachte er an das Was ihm Absoll An der Küste Gesagt hatte Wenn es Um das Telizium Ging Dann sollte er Inferno Nicht Vertrauen Und Es war ja auch Was der Eigene Instinkt Des Wulpix War Irgendwie Oder Inferno War ja auch Er selber Vertraute er Absoll Also Mehr als Sich Selber Auch Inferno Schien diesen Gedankengang Zu sehen Höre nicht mehr Auf das Absoll Als gesund Er kann das Telizium Nicht als etwas Sehen das Vorteile hat Weil er Uns nicht Verstehen Kann Er wurde Ausgebildet Von einer Weisen Der Blick Auf nichts Als Rationalität Und so Schön Rationalität Sein Kann Sie Hilft Nicht Wenn es Um Dinge Jenseits Des Verstandes Geht Wenn du Weiter So Auf Dieses Mon Hörst Schadest Du Dir Und Allen Anderen Auch Ihm Komm Sag doch Gleich Was Du Denkst Am besten Sollte Ich Nicht Nur Soll Sondern Auch Ihn Zur Hölle Schicken Und Gleich Alleine Weiter Reisen Nicht Vergiss Nie Wer Ich Bin Dein Unterbewusstsein Gedanken Die du Selber Denkst Aber Nicht Bemerkst Nicht Einmal Ich Kann Aber Diesen Gedanken Über Absol Finden Als Pokémon Ist Er Ein Großer Gewinn Für Die Reise Er Versteht Wie Die Welt Funktioniert Ist Sich Der Wahrheit Nicht Zu Schade Bloß Für Sogenannte Höflichkeit Er Weiß Vieles Nein Er Ist Sogar Ein Positiver Einfluss Auf Deine Psyche Scheint Mir Es Geht Nicht Um Das Pokémon Es Geht Mir Um Seine Meinung Zu Ein Thema Ein Thema Um Das Wir Uns Nicht Streiten Müssen Sollten Ich Dachte Bisher Immer Dass Du Irgendwann Selber Lernen Würdest Aber Nach Zweikämpfen Versuchst Du Immer Noch Mich Dazu Bringen Meine Meinung Zu Ändern Von Der Du Selber Weißt Dass Sie Richtig Ist Genug Damit Auch Genug Von Deinem So Wenig Wie Möglich So Viel Wie Aufzeigt Bevor Es Zu Spät Zum Handeln Ist Du Mein Freund Wirst Dich Ab Sofort In Eine Routine Setzen Kein Einspruch Ab Heute Abend Jeden Abend Ein Blatt Mindestens Und Was Wenn Ich Einspruch Einlege Ein Blatt Am Tag Bist Du Erre Ich Verstehe Die Intention Aber Du Schläckst Über Alle Stränge Einmal Die Woche Dann Haben Wir Ein Deal Einmal Die Woche Das Ist Ja Gefühlt Weniger Als Bisher Behauptest Du Dass Das Gereicht Hat Anstatt In Seinem Eigenen Unterbewusstsein Nun Endlich Mal Eine Pause Von Den Ewigen Streits Zu Haben Also Gut Kompromiss Aber Auch Nur Weil Ich Kein Bock Auf Eine Diskussion Habe Alle Drei Tage Und Wir Sehen Mal Wie Es Funktioniert Mir Gefällt Dieser Kompromiss Nicht Aber Umstimmen Lassen Tust Du Dich Vermutlich Nicht Mehr Habe Recht Nein Und Dieses Gespräch Führe Ich Auch Nicht Weiter Also War Das Alles Wofür Du Mich Her Gerufen Hast Für Denselben Scheiß Wie Immer Und Hast Du Irgendwann Noch Mal Was Sinnvolles Zu Mitteilen Diese Offene Provokation Schien Das Abbild Vom See Eher Als Eine Herausforderung Zu Sehen Als Eine Beleidigung Du Denkst Ich Könnte Nicht Weiter Helfen Ist Das Deine Meinung Also Gut Dann Legen Wir Eine Andere Platte Auf Du Und Deine Freunde Haben Bereits Die Zweite Zweig Welt Des Welten Baumes Des Sternlicht Erreicht Theoretisch Ist Sie Zweierlei Mit Der Wurzel Welt Verbunden Einmal Direkt Und Einmal Über Die Ehemalige Wurzel Welt Nun Als Dunkle Welt Bekannt Wobei Der Name Eher Ein Überbleibsel Ist Da Der Ort Zu Größten Teil Von Seiner Zerstörung Verheilte Beide Dieser Verbindung Wurden Jedoch Durch Omegon Zerstört Das Hat Er Sowieso Schon Klar Gemacht Das Heißt Euer Ziel Sollte Es Sein Den Weltenbaum Des Sturmes Zu Erreichen Dazu Hat Euch Lunala Angewiesen Wie Kommt Er Also In Den Nächsten Welten Baum Die Welt In Die Er Gleich Reist Hat Vier Kontinente Zwischen Denen Ein Passagier Segelschiff Reist Ihr Werdet Euch Auf Einem Kontinent Wieder Finden Der Die Größte Stadt Der Dortigen Welt Beinhaltet Schmuckstadt Jener Ort Welcher Die Gilde Beinhaltet In Welcher Zwei Der Einstigen Bezwinger Darkreis Geleert Wurden Von Diesem Kontinent Startet In Etwa Eineinhalb Tagen Ein Schiff Nehmt Es Es Bringt Euch Zu Eiskontinent Aber Auch Nur Weil Dieser Auf Der Route Liegt Dort Haltet Ihr Einen Tag Lang Bevor Das Schiff Weiter Fährt Dann Dann Aber Erreicht Es Den Wald Kontinent Und In Diesen Wald Müsst Ihr Hinein In Den Tiefen Dieses Ortes Liegt Ein Vulkan Nahe Diesem Versteckt Liegt Ein Reisepunkt Zum Weltenbaum Des Sturmes Das Problem Auch Dort Muss Euch Der Weltengeist Dorthin Schicken Und Du Weißt Wer Das Hier Ist Also Müsst Ihn Irgendwie Dazu Bring Euch Ziehen Zu Lassen Außerdem Wohnt Auf Dem Wald Kontinent Ein Stamm An Pokemon Nahezu Alle Von Ihnen Formen Von Evoli Die Einzigen Ausnahmen Sind Ein Bisasam Bulbier Name Einst Eine Jener Die Darkrai Stürzten Sie Lebt Dort Seitdem Sie Ihren Partner Und Vater Ihrer Tochter Im Krieg Verloren Hat Ihre Tochter Werdet Ihr Auch Treffen Sie Ist Aber Nur Manchmal Beim Stamm Stattdessen Lebt Dort Aber Eine Noch Etwas Größere Gefahr Gerade Für Eure Gruppe Groudon Einst Ein Feind All Jener Die Darkrai Stürzen Wollten Als Er Auf Der Suche Nach Sein Vulkan Stein Endlose Zerstörung Brachte Und Selbst Das Pokemon Tötete Welches Der heutigen Anführerin Des Stammes Damals Am Nächsten Stand Allerdings Wurde Er Nach Viemals Teil Der Gruppe Akzeptiert Und Wurde Vom Ehemaligen Zerstörer Des Waldes Zu Deinem Zu Seinem Beschützer Und Dann Gibt Es Sie Die Anführerin Des Stammes Im Wald Einst Eine Ausgestoßene Ein Scheinbarer Gendefekt Machte Dieses Evoli Zu Ein Monster Ein Evoli Welches Sich Nach Wahl Hin Und Her Zurück Entwickeln Konnte Jedoch Diese Kraft Nicht Kontrollieren Konnte Bis Sie Von Den Helden Der Anderen Welt Aufgenommen Wurde Und Im Großen Krieg Ihre Wahre Kraft Entfaltete Evie Das Hoffnungspokémon Das Einzig Lebende Elementara Und Das Pokémon Welches Das Erbe Des Drachen In Hat Schier Endlose Macht In Ein Pokémon Welches Bereits Vor Dieser Strotzt Alle Pokémon Typen Geeint In Einem Wesen Wie Ein Gott Die Nachfahren Omegons Höchst Selbst Und Ihr Werdet Ihr Begegnen Müssen Und Sie Wird Eure Bisher Größte Hürde Kurz Verblieb Flamme Stumm Einerseits Um Diese Information Erstmal Zu Verarbeiten Und Andererseits Aus Purer Verwirrung Also Noch Beschwerden Ja Ja Noch Viele Beschwerden Inferno Du hast Schon Manchmal Dinge Gewusst Bei Ich Nicht Verstanden Habe Wie Aber Das Hier Du Sagst Immer Du Bist Ich Wie Kannst Du Das Alles Hier Gerade Sagen Was Du Hier Gerade Sagst Denkst Du Das Bloß Aus Um Schlau Zu Wirken Oder Steckt Da Mehr Dahinter Was Du Mir Verheimlichst Das Ist Nicht Das Und Ob Das Jetzt Das Thema Ist Sprich Wenn du Willst Dass Ich Dir Auch Nur Ein Wort Glaube Du Hast Mir Gerade Deutlich Gezeigt Du Verheimlichst Mir Etwas Wie Wie Bereits Einmal Folgte Nicht Sofort Eine Antwort Stattdessen Drehte Der Umriss Im See Einen Kleinen Kreis Bevor Er Sich Widersetzte Also Gut Vielleicht Habe Ich Etwas Mehr Gesagt Als Ich Hätte Sagen Sollen Wobei Es Für Dich Keine Große Relevanz Haben Sollte Sagen Wir Es Nur Einmal So Du Bist Nicht Das Erste Pokémon Das Eine Kompetente Flamme Brauchen Konnte Bitte Was Willst du mir Gerade Andeuten Du wärst Schon Die Flamme Von Jemand Anderem Gewesen Aber Wie Kann Das Sein Und Warum Bist Du Dann Trotzdem Ein Teil Von Mir Sie Aus Wie Ich Und Wenn Ich Das War Was Ändert Es Nun Bin Ich Deine Flamme Und Eine Flamme Passt Sich In Ihrem Anblick Dem Der Sie Führt Also Sehe ich Natürlich Aus Wie Du Ich Bin Ein Teil Von Dir Weil Es Nur Einmal So Ist Und Sein Muss Ich Bin Hier Um Dich Zu Führen Und Glaub Mir Das Ist Nicht Nur Für Dich Ein Scheiß Job Ich Hab Auch Keine Erfahrung Mit So Was Wie Diesem Krieg Sichtlich Hatte Flamme Schier Endlose Fragen So Vieles Was Geklärt Schien Hörte Einfach Auf Sinn Zu Machen Als Inferno Seine Worte Gesprochen Hatte Und wie Kommt es Dass du So etwas Von mir Geheim Hältst Und Wessen Flamme Warst Du Davor Du Sagst Es Mir Doch Dass Eine Flamme Wie Du Besonders Wäre Du Widersprichst So viel Dem Was Du Erklärt Hast Von Grund Auf Du Hast Mir So Unglaublich Viel Zu Erklären Dieser Letzten Aussage Schien Inferno Einfach Zu Widersprechen Nein Das Habe Ich Nicht Es Gibt Zwar Vieles Was Du Gerne Erfahren Würdest Aber Nichts Das Du Erfahren Musst Das Pokémon Welches Ich Vorher Geführt Habe Kann Dir Völlig Egal Sein Es Hat Nichts Mit Dir Oder Deiner Reise Zu Tun Und Warum Ich Dir Information Von Damals Habe Dann Erfährst Du Sie Schon Und Alle Die Nicht Wichtig Sind Gehen Dich Nichts An Und Trotzdem Hast Du Hast Immer Angelogen Redest Dinge Von Wegen Du Bist Ich Als Argument Was Ich Nicht Misstrauen Könnte Du Bist Eindeutig Nicht Ich Denn Du Hast Mehr Erlebt Als Ich Du Hast Wissen Dass Ich Mir Haben Könnte Unterbewusst Oder Nicht Du Siehst Die Wechselwirkung Nicht Ich Bin Du Aber Unterbewusst Sein Hast Auch Du Mein Wissen Es Ist Nicht So Als Könnte Ich Wahrlich Bloß Denken Was In Dein Unterbewusst Sein Ist Mein Wissen Wurde Zum Teil Deines Unterbewusst Seins Flamme Blickt Die Wasseroberfläche Bloß Noch An Den Blick Erfüllt Von Abscheu Wenn du Wirklich Ein Teil Von Mir Bist Dann Beweist Du Bloß Dass Ich Mir Selber Nicht Vertrauen Kann Wie Soll Ich Je Wissen Können Was Du Mir Noch Verheimlichst Wie Kann Ich Garantieren Dass Du Uns Nicht Schon In Lunalas Weltmarm Hättest Helfen Können Wie Soll Ich Wissen Ob Du Die Dinge Die Du Mir Los Antworte Mir Inferno Wenn Das Überhaupt Dein Name Ist Mein Name Ist Was Mir Gegeben Wird Und Das Ist Bei Dir Inferno Und Ich Kann Dir Nichts Garantieren Was Du Nicht Selber Akzeptierst Ich Wusste Du Würdest Mir Nicht Vertrauen Wenn Du Die Wahrheit Kennst Also Verschwieg Ich Sie Und Nun Kennst Du Sie Und Weißt Was Deine Wahl Ist Mir Zu Vertrauen Oder Nicht Du Kannst Mich Wählen Oder Das Monster Also Habe Ich Nicht Mehr Als Eine Wahl Zwischen Zwei Monstern Kapitel 3 Im Heim Des Feindes Von Schweiß Durchtränkt Und Mit Tränen In Den Augen Erwachte Flamme Inmitten Eines Weiten Waldes Ein Kleiner See Spielte Das Licht Welches Durch Die Baumwipfel Fiel Um Dem Ort Zumindest Etwas Licht Zu Schenken Auch Fielen Zwei Pokémon In Den Blick Des Wulpix Während Dieser Sich Fühlte Als Würde Sein Herz Immer Schneller Immer Stärker Schlagen Jede Kontrolle Über Sich Selbst Verlieren Ohne Überhaupt Nachzudenken Grif Das Wulpix In Seinen Beutel Nahm Eine Ganze Pfote An Kräutern Heraus Welche Er Sofort Zerrieb Als Der Duft Sein Verstand Erreichte Schien Das Licht Der Sonne Greller Die Farben Des Waldes Heller Der Puls Des Wulpix Wurde Ruhig Und Das Gedanken Karussell Hörte Auf Sich Zu Drehen Erst Jetzt Achtete Flamme Wirklich Auf Die Beiden Anderen Pokémon Auch Wenn Das Zuhören Ihm Immer Noch Schwer Fiel Flamme Was 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 Auf Einmal Mit Dir Passiert Und Weshalb Nimmst Du So Viel Telizium Auch Soll Dachte Sich Offensichtlich Sein Zeil Sprach Jedoch Nicht Aus Was Er Wirklich Fühlte Es Es Ist Gerade Nicht So Wichtig Was Gerade Passiert Ist Es Ist Nicht So Wichtig Mit Einer Pfote Immer Noch Den Geruch Des Krautes An Dieser Klebend Wischte Sich Das Wulpix Die Tränen Weg Jetzt Bin Ich Wieder Da Alles Gut Entspannt Euch Es Schien Nicht Als Hätte Eines Der Beiden Pokémon Auch Nur Irgendwie Interesse Daran Sich Zu Entspannen Aber Gleichermaßen Unterdrückte Absol Was Er Alles Sagen Wollte Vermutlich Für Einen Späteren Zeitpunkt Na Dann Also Ich Schätze Wir Sind Im Weltenbaum Des Sternlichtes Angekommen In Der Zweigwelt Wie Lunala Meinte Einer Zweigwelt Was Weiß Ich Wie Genau Die Weltenbäume Funktionieren Jetzt Müssen Wir Naja Halder Ein Weg Finden In Die Wurzelwelt Zu Gelangen Gedanken An Die Worte Infernus Kam Flamme Wieder Ins Gedächtnis Doch Sofort Verdrängte Er Sie Wieder Woher Wüsste Er Denn Überhaupt Dass Sie Stimmten Gerade Wollte Das Wölpig Seine Innere Flamme Sowieso Vergessen Der Bloße Gedanke Daran Ließ Sein Kopf Dröhnen Also Wenn wir Keine Ideen Haben Wir Nicht Einfach Denselben Ansatz Nehmen Den Ich Und Flamme Im Weltenbaum Des Lunaren Hatten Loslaufen Und Hoffen Dass Wir Auf Leben Stoßen Und Wenn Wir Das Tun Dann Können Sie Auf Geht's Das Trio Begann So Die Reise Langsam Voranschreitend Wobei es Flamme Ungewöhnlich Schwer Fiel Nicht Über Jeden Ast Zu Stolpern Da Er Seine Aufmerksamkeit Stattdessen Auf Die Irrelevantesten Sachen Lenkte Hin Und Wieder Empfing Er Dafür Ein Blick Über Die Schulter Von Einen Der Anderen Beiden Mon Doch Sie Beide Kannten Sowohl Die Ursache Als Auch Den Fakt Dass Es Kein Zweck Hätte Mit Worten Etwas Bewirken Zu Wollen Stattdessen Mussten Sie Für Den Moment Tolerieren Dass Das Wulpix Sich Nur Hinter Ihnen Herzog Während Der Wald Schier Endlos Weiter Zu Gehen Schien Wobei Es Auch Nur So Schien Faktisch War Der Wald Nicht Sonderlich Groß Nur Die Geschwindigkeit Der Gruppe War Sehr Langsam Trotzdem Erreichten Sie Bald Darauf Den Rand Des Waldes Jedoch Hatten Sie Diesen Auch Schon Etwas Vorher Ahnen Können Nach Ihrer Reise Durch Die Wurzel Welt Lunalas Hatten Sie Alle Kennengelernt Wie Der Einzigartige Geruch Des Meeres Selbst Den Duft Des Waldes Überdecken Konnte Und Wie Das Rauschen Der Wellen Das Gemüt Beruhigte Denn Sie Erreichten Am Waldrand Eine Klippe Bei Welcher Flamme Bein Ein Absol Rein Rannte Als Dieser Plötzlich Stehen Blieb Das Unlicht Pokémon Blickte Hinab Auf Das Endlose Wasser Die Felsen Zu Seinen Füßen Sehend Hier Geht Es Nicht Weiter Wir Sind Am Ende Des Landes Angekommen Und Jetzt Es Kann Nicht Seien Dass Dieser Ort Nichts Als Wald Ist Es Muss Leben Geben Vermutlich Sind Wir Sind Wir Uns Da Einig Die Einigkeit Ging So Weit Wie Möglich Was Hieß Dass Absol Einverstanden War Und Flamme Mal Wieder Nicht Zugehört Hatte Dementsprechend Sollte Der Weg Nun Weiter An Der Küste Entlang Führen Mit Gewissem Abstand Damit Keine Unfälle Geschahen Solange Manche Pokémon Mit Den Gedanken Doch Eher Wo Anders Waren So Folgten Die Drei Also Der Küste Am Rande Des Waldes Entlang Der Blick Die Zeit Auf Die Ewigen Weiten Des Meeres Gerichtet Glaubt ihr Dass sich An diesem Ort Auch Etwas Irgendwo In Diesem Ewigen Wasser Befindet Könnte Es Wirklich Sein Dass Pokémon An Orten Leben Die Kein Pokémon Je Zu Fuß Erreichen Könnte Diese Worte Ließen Auch Flamme Etwas Aufschrecken Lenkten Seine Aufmerksamkeit Sofort Auf Sich Ohne Wirklich Über Die Quelle Seines Wissens Nach Zudenken Platz Da ist Ihm Heraus Natürlich Gibt Das Auch Woanders Mon Wir Werden Ja Auch Selber Noch Über Das Meer Wissen Müssen Wir Das Überzeugt Waren Weder Ab Soll Noch Soll Doch Beide Entschieden Sich Es Bei Diesem Simplen Ausdruck Des Zweifels Zu Belassen Ich Meine Unmöglich Ist Es Nicht Wer Weiß Ob Sich Auf Diesem Kontinent Ein Weg In Die Wurzel Welt Findet Oder Ob Überhaupt Irgendwo Es Dauerte Noch Eine Ganze Weile Bis Die Unendlichkeiten Aus Wald Und Wasser Ein Ende Fanden In In Der Ferne Schienen Die Klippen Zu Enden Eine Art Kleines Tal In Der Erhöhung Entstand In Jenem Zeigte Sich Ein Strand Ähnlich Jenem Welchen Das Trio Bereits Aus Dem Welten Baum Des Lunaren Kannte Einen Großen Unterschied Gab Es Jedoch Es War Keine Friedliche Weite Unbewohnt Doch Naturschön Stattdessen Standen Seltsame Gebilde An Manchen Stellen Ein Steg Ragte Viele Meter Ins Wasser Etwas Weiter In Richtung Des Wassers Dort Wo Der Sand Sich Durch Gras Ersetzte Began Die Häuser Mehr Und Größer Zu Werden Auch Hinauf Den Hügel Welcher Bis Zur Selben Höhe Führte An Welcher Sich Die Reisenden Wieder Fanden Ganz Oben Direkt An Einer Klippe Stand Das Wohl Auffälligste Gebäude Eine Art Zelt In Seltsamsten Mustern Sollte Das Schon Wieder Ein Pokémon Darstellen Warum Zur Hölle Gab Es Überall Gebäude Die Aussahen Wie Pokémon Aber Diese Fragen Waren Nun Nicht Die Allerwichtigsten Stattdessen Waren Ab Soll Flamme Und Sollen Nun Vorerst An Jenem Ort Angelangt Welcher Ihnen Antworten Bringen Sollte Na Also Hat Doch Alles Funktioniert Das Jetzt Dann Wohl Wie Sie Die Städte In Der Ecke Bauen Jetzt Wissen Wir Nur Heraus Finden Wer Uns Helfen Kann Inzwischen Hatte Sich Auch Das Wohl Picks Wieder Etwas Gefangen Konnte Sich Wieder Besser Auf Die Dinge Konzentrieren Die Ihnen Gerade Tatsächlich Weiter Helfen Sollten Und Genau Deshalb Begann Er Auch Wieder Mehr Zu Hinterfragen Was Er Scheinbar Wusste Inferno Inferno Hatte Von Einer Gilde Erzählt Es Würde Nur Sinn Machen Wenn Es Sich Bei Dieser Um Das Seltsame Zelt Handelte Aber Was Wenn Er Auch Einfach Gelogen Hatte War Es Eine Fallade Und Niemand Dort Wäre Hilfsbereit Wären Sie Vielleicht Sogar Er Von Omegon Informiert Und Es War Eine Falle Erwarteten Die Pokémon Dort Am Ende Sogar Die Reisenden Eines Fernsten Ortes Aber Gleichzeitig Mussten Sie Ja Auch Irgendwas Probieren Wenn Ihr Mich Fragt Dieses Teil Da Dieses Zelt Stich Doch Bestimmt Nicht Grundlos So Heraus Es Muss In Irgendeiner Weise Bedeutend Sein Also Will Ich Zuerst Dort Nach Gucken Kurz Zögerten Seine Beiden Mitreisenden Anscheinend Er Unsicher Ob Sie Wieder Vertrauen Schenken Konnten Allerdings Schienen Sie In Diesem Falle Zustimmen Zu Können Da Ist Wohl Was Dran Also Das Zelt Zuerst Gerade Wenn Es Wirklich Der Richtige Ort Ist Müssten Wir Sonst Erst Darunter An Den Strand Und Danach Wieder Den Hügel Hoch Klettern Und Das Muss Wirklich Nicht Sein Wenn Ihr Scheinbar Eh So Einig Seid Dann Werd Ich Nicht Derjenige Sein Der Was Dagegen Sagt Mit Dieser Frage Schnell Geklärt Begaben Sich Die Drei So Zu Jenem Eigenartigen Zelt Direkt Am Eingang Zeigte Sich Jedoch Ein Problem Obwohl Dieses Gebäude Im Prinzip Nur Ein Stoff Tuch War War Der Eingang Extrem Gesichert worden Ein Massives Stahltor Heruntergelassen Blockierte Den Einzigen Eingang Der Keine Zerstörung Benötigte Durch Die Lücken Im Gitter Konnte Das Trio Sehen Dass Sich Dahinter Nichts Befand Als Eine Leiter In den Untergrund Allerdings Gab Es Auch Eine Sache Hier Auf Die Die Drei Nicht Achteten Bis Unter Ihn Eine Stimme Auf Schalte Die Flamme Auf Schrecken Lies Pokémon Tritt Auf Das Gitter Wenn Du Dich Identifizieren Und Eintreten Willst Nach Kurzem Schockmoment War Flamme Ein Blick Zu Seinen Begleitern Und Trat Auf Ein Gitter Aus Welchen Die Stimme Zu Entspringen Schien Er Erkannt Wulpix Bist Du Alleine Gekommen Wir sind Drei Wulpix Absol Fucano Jenes Fucano Wirkte Nicht Sonderlich Begeistert Davon Dass Absol Gegenüber Der Gilde Seine Identität Als Solches Scheinbar Aufrechterhalten Wollte Sie Anlog Statt Zumindest Seine Eigentliche Spezies Zu Verraten Wulpix Absol Fucano Notiert Was Führt Euch Zur Hubelup Gilde Hubelup Gilde Also Gab es Hier Wirklich So Ein Ort Wie Es Inferno Gesagt Hatte Dann Wäre Das Hier Vermutlich Der Beste Ansatz Punkt Wir Sind Nicht Aus Der Gegend Und Hatten Auf Informationen Gehofft Für Den Nächsten Moment Folgten Keine Worte Lediglich Seltsames Piepen Ertönte Von Unterhalb Des Gitters Jedoch Verklang Dieses Nach Einigen Momenten Erneut Und Dieselbe Robotische Stimme Ertönte Alles Klar Eintritt Wird Gewährt Tretet Die Leiter Nach Unten Im Hauptsaal Wird Euch Ein Mitglied Unser Gilde Empfangen Das Diesen Ort In Und Aus Wendig Kennt Es Verging Noch Ein Kurzer Moment Dann Begann Sich Langsam Und Lautstark Das Gitter Zu Öffnen Also Also Dann Sind Wir Uns Sicher Dass Wir Da Runter Wollen Wir Wissen Nicht Sicher Ob Die Mon Hier Von Omegon Bereits Gehört Haben Dass Wir Kommen Am Ende Laufen Wir Gerade Wegs In Eine Falle Oder Wir Bekommen Wichtige Informationen Wenn Es Eine Falle Ist Dann Prügeln Wir Uns Eben Heraus Verbal Oder Wenn Es Sein Muss Auch Mit Gewalt Kommt Flamme Tat Zuerst Ein Schritt Auf Die Leiter Nach Und Nach Stiegen Die Drei Also Hinab Und Fanden Sich Bald In Einem Eigen Art Raum Wieder Auf Dem Boden Wuchs Gras Und Das In Mitten Einer Ausgehöhlten Klippe Der Raum Als Solcher Schien Beinahe Größer Als Die ganze Stadt Zudem Führten In Die Meisten Richtungen Weitere Türen Offensichtlich Zu Neuen Räumen Die Einzige Richtung In Welcher Dies Nicht Galt War Jene In Welcher Die Wand Voller Fenster War Da Dort Die Klippe Endete Und Ein Blick Über Stadt Und Ozean Boot Unzählige Pokémon Gegen Ihrem Tagwerk Nach Liefen Umher Durch Die Räume Trugen Dinge Umher Dieser Ort Schien Wahrlich Eine Kleine Stadt Zu Sein Unter All Den Wild Umher Rennten Pokémon Schien Es Jedoch Eines Zu Geben Welches Die Gruppe Überhaupt Zu Beachten Schien Ein Eher Kleines Aber Langes Vierbeiniges Pokémon Mit Streifen Muster Hallo Willkommen In der Gilde Magnison Hat mir gesagt Dass Ihr Eine Gruppe An Pokémon Hier Nach Informationen Sucht Das Müsst Ihr Sein Oder Mein Name Geradax Langjähriges Mitglied der Gilde Und Stellvertreter Von Gildenmeister Simsala Nach Dieser Begrüßung Gab es Nun Eine Große Frage Welche Sich Die Gruppe Stellte Soll War Jedoch Der Einzige Der Es Für Sinn Verhielt Sie Tatsächlich Aus Zu Sprechen Wenn Euer Gildenmeister Ein Simsala Ist Warum Genau Heißt Das Dann Hier Hubelupf Gilde Flamme Konnte Sich Die Einzig Logische Antwort Schon Denken Der Stellvertreter Wirkte Hier Auch Geduldiger Das Liegt Natürlich An Simsal Vorgänger Gildenmeister Hubelupf Der Diese Gilde Gegründet Und Für Viele Lange Jahre Geleitet Hat Bis Er Nach Dem Vermeidlichen Tod Zweier Junger Gildenmitglieder Zurück Trat Auch Wenn Sich Später Herausgestellt Hat Dass Die Beiden Noch Gelebt Haben Gut, aber wir sind für Informationen hier und keine der historischen Art. Ach ja, Verzeihung. Ich rede nur gerne von der damaligen Zeit. Also, Mangelsorn meinte, ihr wärt nicht von hier, ja? Wovon genau soll ich dann erzählen? Wollt ihr einen Stadtrundgang? Soll ich erklären, was unsere Gilde macht? So viele Worte. Und das Ganze für so wenig Bedeutung. Nichts dergleichen. Wir wollen weiterreisen. In die Wurzelwelt. Wie kommen wir dorthin? Die Wurzelwelt? Oh, das wird ein Problem werden. Kapitel 4 Die Zukunft der Legenden Ein Problem, aber wir müssen dorthin. Eure Dränglichkeit kann nicht die Tatsachen ändern. Die Verbindung zwischen unserer Welt und der Wurzelwelt sind allesamt gekappt worden. Genau wie die in die einzig andere Nachbarwelt der Wurzelwelt. Wir alle wissen nicht warum genau. Es gibt nur Gerüchte, dass es manche unserer großen Kämpfer wüssten. Es muss irgendeinen Grund geben. Vielleicht ist die Verbindung durch irgendetwas gestört. Aber egal warum es so ist, ihr könnt derzeit nicht in die Wurzelwelt. Und ich weiß auch nicht, wann das wieder gehen könnte. Nun, es war nicht sonderlich überraschend, dies zu hören. Nur, dass Sol, Flamme und Absol allesamt wussten, weshalb die Reise unmöglich war. Aber sie wussten auch von einer Alternative. Also gut. Aber wie steht es mit dem Weltenbaum des Sturmes? Gibt es zudem noch eine Verbindung? Das Gildenmitglied wickte mehr und mehr von diesen Fragen verwirrt. Weltenbaum des Sturmes? Also, sowas weiß ich nicht. Wenn, dann liegt es nicht auf unserem Kontinent. Das liegt außerhalb meines Wissens. Für sowas könnt ihr jemand anderen fragen. Jemand anderen ist gut. Wen denn? Kurz zögert das Geradax. Entschied sich allerdings letztlich. Also, kommt mit. Vielleicht weiß ich, wer euch helfen kann. Wenn er gerade Zeit hat. Mit Vorsicht folgten die drei Reisenden also dem Normaltypen einmal quer durch den Raum, bis zu einer von vielen Türen. Ohne zu zögern klopfte er dort an, worauf er kurz wartete, bis Momente später eine Antwort folgte. Ja? Wer ist es? Ich bin Zemsala. Geradax. Und was verschafft mir die Ehre? Ich habe hier drei Pokémon, die nach Informationen gefragt haben, die meinen Wissenshorizont bei weitem übersteigen. Ich hatte gehofft, dass du dich kurz um sie kümmern könntest oder sie zu jemandem verweisen, der ihnen helfen könnte. Schick sie mir herein. Ich werde sehen, was ich tun kann. Die Tür öffnete sich. Scheinbar von selber. Da weder Geradax etwas tat, noch ein Pokémon sie offen hielt. Trotzdem, nach kurzem Zögern, schritt Flamme als erster voran, in den Raum, welcher wohl das Büro des Gildenmeisters war. In diesem Raum standen schier endlose Schränke, Regale und vor allem in diesen und auch außerhalb Bücher. Am Zentrum an der hinteren Wand befand sich ein kleiner Tisch, an welchem ein Pokémon bekanntesten Angesichtes saß. Natürlich wusste Flamme, dass dies ein anderes Individuum war, als der Simsaler, welchen sie im Weltenbaum des Lunaren getroffen hatten. Aber visuell hätte er die beiden wirklich nicht auseinanderhalten können. Als alle drei eingetreten waren, schloss sich die Tür schlicht wie von selbst. Also dann, ihr drei überfordert gerade meinen Gilden-Kollegen mit euren Fragen? Mir scheint nicht, dass ich euch kenne. Was für Informationen braucht ihr denn? Und weshalb? Weshalb? Wie genau sollten sie nun darauf antworten, ohne jede Chance zu verlieren, hier tatsächlich etwas zu erfahren? Allerdings schien Absol eine bessere Idee zu haben. Im Wissen, dass die Pokémon hier nicht wussten, weshalb überhaupt die Wurzelwelt verschlossen war. Deshalb wäre die Wahrheit nämlich sehr legitim. Nun, die Wahrheit mit Auslassungen. Wir drei kommen von weit weg, aus anderen Weltenbäumen. Wir sind derzeit auf Reise im Auftrag unserer Weltengeister. Sie haben uns geschickt, auch die anderen der ihren aufzusuchen. Deswegen müssen wir die Weltengeister treffen. Auch wenn wir schon erfahren mussten, dass Omegon scheinbar derzeit nicht zu erreichen ist. Aber nun haben wir uns vorgenommen, als nächstes den Weltengeist des Sturmes aufzusuchen, weshalb wir in seinen Weltenbaum reisen müssen. Und nach einer Möglichkeit hierzu suchen wir nun an diesem Ort. Reisen aus anderen Weltenbäumen. Geschickt von den Weltengeistern höchstselbst. So etwas habe ich bisher noch nie gehört. Dementsprechend wirkt es doch etwas verwunderlich. Aber gleichzeitig sehe ich keinen Grund, euch nicht zu glauben. Ein weiterer naiver Idiot. Perfekt. Allerdings muss ich euch enttäuschen. Die wenigsten unserer Heimat haben jeden Weltenbaum verlassen. Ich selber kenne mich nur mit der Reise innerhalb des Weltenbaumes aus. Da dies ist, was unsere größten Helden taten. Genervt wandte sich Flamme direkt ab. Hier erfahren wir also auch nichts Neues. Also los, soll, ab, soll. Gucken wir woanders. Lass mir doch einen Moment Zeit, Junge. Ich selber habe keine Ahnung von allem, was ihr wissen müsst. Aber ich kann euch genau sagen, wer diese Ahnung hat. Ich kenne ein Pokémon, welches schon in den Weltenbaum des Sturmes gereist ist. Damit hatte sich das Simsala sofort wieder alle Aufmerksamkeit zurückgeholt. Wirklich? Kannst du uns zu ihm bringen? Nein, das werde ich nicht. Dazu ist die Reise zu weit. Diese müsst ihr schon alleine bestreiten. Das Pokémon, von dem ich rede, lebt nämlich auf einem anderen Kontinent. Dem Waldkontinent. Dort lebt er in einem Stamm voller Evoli, als eine der zwei Ausnahmen zur Regel. Sein Name ist Groudon und einst war er selber Weltengeist dieses anderen Weltenbaumes. Was auch der Grund ist, weshalb er die Reise auf sich nimmt. Wenn ihr ihn auffindet, dann wird er euch bestimmt helfen können. Groudon, in einem Stamm voller Evoli. Flamme hatte all dies schon einmal gehört. Also war auch das die Wahrheit. Aber wenn Inferno wirklich die Wahrheit über diese Welt erzählt hatte, dann würde dort doch auch Omegons eigene Ahnen leben. Und so hatte es Geradax gesagt. Es gab Gerüchte, dass die alten Helden dieses Weltenbaumes wussten, weshalb die Verbindung zur Wurzelwelt getrennt war. Das hieß, ihr einziger Weg voran befand sich mitten an jenem Ort, welcher ihre größten Feinde dieser Welt beinhaltete. Und doch gab es einen anderen Weg. Und wie erreichen wir diesen Waldkontinent? Mit dem Schiff. Es erreicht in wenigen Stunden den Hafen und wird morgen in der Frühe abfahren. Es fährt die Route der Helden unserer Gilde. Heißt, dass ihr zunächst einen Trip zum Eiskontinent unternehmen müsst. Anschließend geht es auf in den Wald. Insofern ihr bei Zeiten dort eincheckt, bevor alle Räume besetzt sind, dürftet ihr damit gut zurechtkommen. Und wenn ihr ohnehin zum Schiff geht. Kurz zögerte das Psycho-Pokémon. Bevor es weitersprach. Wenn ihr dort seid, grüßt doch bitte die Kapitänen von mir. Sie verspricht immer, dass sie mich beim Halt des Schiffes hier besucht. Aber meistens hat sie anderes im Kopf und vergisst es dann doch. Alles klar, das machen wir. Danke für die Hilfe. Es ist meine Freude. Unsere Gilde hilft immer, wenn sie es denn kann. Beim Austreten fragte sich Flamme irgendwo, ob er sich eigentlich schuldig fühlen sollte. Wenn er daran dachte, wobei ihm diese Gilde gerade eigentlich unterbewusst half. Aber letztlich dachte er sich auch, dass es nicht sein Problem wäre. Es war die Schuld dieser Mon hier, dafür, dass sie jedes Wort für bare Münze hielten. Nicht einmal bereit waren, auch nur ein Wort zu bezweifeln. Also war der nächste Schritt nun zu warten. Dieses Schiff würde bald ankommen. So sagte Simsalah. Also habt ihr noch irgendwas vor, während wir hier warten müssen? Was genau machen wir denn jetzt am besten? Wir müssen uns vermutlich noch ein, zwei Stunden totschlagen, an einem Ort, von dem wir keine Ahnung haben. Beantwortet das deine Frage nicht. Wie genau sollen wir etwas vorhaben, wenn wir den Ort nicht kennen? Also ich setze mich vermutlich einfach an die Küste und warte auf das Schiff. Der Plan war simpel. Beinahe schon stupide. Und gleichermaßen gab es nicht viele Alternativen. Zumal die Küste für alle drei immer noch ein besonderer Ort war. Also vergingen so die nächsten... Äh, zehn Minuten. Wobei schon der Abstieg von der Gilde zum Strand die Hälfte waren. Denn schon so schnell zeigte sich am Horizont der Umriss eines großen Holzschiffes, welches mit stetiger Geschwindigkeit rasch zur Küste segelte. Und das, obwohl kein Wind wehte. Aber diesen Fakt ignorierte Flamme erst einmal. Stattdessen begab er sich mit seinen Begleitern direkt zu jenem großen Steg, welchen sie bereits aus der Ferne gesehen hatten. Wo sonst würde das Schiff auch sonst halten? Kaum war das massige Konstrukt also angedockt, schoben zwei Pokémon ein großes Holzbrett mit zwei Netzen an den Seiten vom Schiff herunter. So, dass dieses auf dem Steg auftraf. Nur Momente danach begann ein paar Pokémon lautstark über diese Brücke an Land zu trampeln. Soll, Absoll und Flamme standen hier aber noch am Anfang des Steges. Die vorigen Passagiere passieren lassend, bevor sie selber vorantraten und dieselbe Brücke nutzten, an deren Ende sich die beiden, die sie heruntergelassen hatten, unterhielten. Äh, Entschuldigung, wir werden gern mitfahren. Wir müssen zum Waldkontinent. Eines der beiden Pokémon, welches Flamme stark an den Schmied des Vulkandorfs erinnerte, lediglich kleiner und weniger mit Gummiring ausgestattet, nahm Notiz davon angesprochen zu werden. Äh, ja, okay, geht klar. Braucht ihr drei Kabinen oder reichen weniger? Wenn in eine alle drei von uns reinpassen, dann reicht uns eine Kabine. Jo, das müsste recht locker funktionieren. Für mehr heut zum Schlafen, guckt ihr einfach in den Schrank in der Kabine. Da ist noch ein bisschen was drin. Also, eine Kabine von hier zum Waldkontinent kostet dann. Während Flamme gerade schon nach Geld kramen wollte, wurde das Barmelin unterbrochen. Lass es bleiben, Barmelin. Die drei übernehme ich. Das orangene Pokémon wandte sich rasch zur Quelle der Stimme um, offensichtlich nicht an einen Spruch denkend. Ei, ei, Kapitänin. Und ihr drei? Das Pokémon blickte das Trio an. Kommt kurz mit, wenn ihr an Bord wollt. Ohne auf eine Antwort zu warten, lief das Pokémon schlicht zwischen den dreien hindurch vom Boot herab. Flamme hatte direkt ein ungutes Gefühl durch diese Interaktion. Simsala hatte ihnen bereits erzählt, dass die Kapitänin des Schiffes anscheinend die Tochter alter Helden war. Dass sie überhaupt auf das Trio reagierte, versprach Unheil. Trotzdem war eine Alternative nicht vorhanden. So, dass sie der Aufforderung und somit auch der Kapitänin folgten. Dieser hatte sich unweit am Strandende des Steges platziert und blickte ungeduldig zu den drei Pokémon. Zwar war auch dieses Luxio kaum größer als soll, trotz ihrer bereits geschehenen Entwicklung. Doch in diesem Moment strahlte sie durchaus eine gewisse Bedrohlichkeit aus. Also dann, Waldkontinent habe ich da gehört. Darf man ihn fragen, weshalb ihr so dringend zum Waldkontinent müsst? Absol versuchte es simpel. Dieselbe Strategie, die er bereits beim Gildenmeister angewandt hatte. In der Hoffnung, dass wieder Unwissen die Waffe wäre. Wir wurden von unseren jeweiligen Weltengeistern beauftragt, die restlichen Weltengeister zu treffen. Nachdem wir erfahren hatten, dass Omegon gerade nicht zu erreichen, es hat uns Simsal einen Hinweis gegeben, dass auf dem Waldkontinent ein Pokémon lebt, das uns sagen könnte, wie wir dann weiter zum nächsten Weltengeist-Tundle reisen können. Wir sollen übrigens Grüße vom Gildenmeister ausrichten. Die folgende Reaktion war vieles. Doch definitiv nicht überraschend für Flamme. Schöne Geschichte, Absol. Jetzt nur die Frage, glaubst du das tatsächlich oder lügt ihr alle drei mir ins Gesicht? Gelogen ist davon kein Wort. Höchstens für die Ohren mancher durch Auslassungen beschönigt. So nennt ihr das also? Dann wollen wir endlich Klartext reden, weil der ist simpler. Omegon hat mich gewarnt, damit ich es an meine Familie weitergeben kann. Er hat davon erzählt, dass zwei Feuer-Pokémon hier auftauchen würden. Die darauf aus sind, diese Welt und den gesamten Weltenbaum zu zerstören. Er hat zwar nichts von einem Unlichtmon gesagt, aber das scheint mir irrelevant. Also, die Lage ist simpel. Entweder ist das gerade ein riesiger Zufall und ihr seid nicht die, vor denen mich Omegon gewarnt hat. Oder ihr seid es. Und euch sollte klar sein, in beiden Fällen kann ich keine Verantwortung dafür auf mich nehmen, euch auch nur einen Fuß auf mein Schiff setzen zu lassen. Wir haben nichts getan. Du kannst doch nicht einfach Reisende von deinem Schiff verweisen. Der einzige Weg der Reise zwischen Kontinenten. Auf Verdacht, dass wir etwas mit einer Verschwörung zu tun haben, die du selber nur vom Hörensagen kennst. Also wollte Absol irgendwie versuchen, mit Worten aus dieser Situation herauszukommen. Flamme fand die Idee lächerlich. Genauso wie die angesprochene. Und ob ich das kann? Gerade wenn es sich um so eine Lage handelt. Was denkt ihr, wer ich bin? Denkt ihr wirklich, ich wäre so leicht zu verarschen? Dumme Lügen ändern nichts. Tja. Dann blieb wohl nur noch eine Option. Gewalt. Zumindest in Flammesgedanken. Wie wäre es dann mit der Wahrheit? Wärst du denn bereit, uns zumindest anzuhören, warum sich ein Haufen normaler Mann auf den Weg machen sollte, einen Weltenbaum zu zerstören? Kapitel 5 Ein Kompromiss Der plötzliche Mentalitätswechsel durch das Fucano schien das Luxio einerseits zu wundern, aber auch zu freuen. Nun, wir kommen ins Gespräch. Zuhören würde ich definitiv. Ich bezweifle nur, dass es etwas ändern würde. Gut. Dann nehmen wir die Kurzversion. Euer toller Weltengeist lügt euch an und behauptet, wir hätten Angst, weil euer Weltenbaum so mächtig sei. Das ist nicht ganz falsch, weil Omega nämlich alle Materie für sich beansprucht. Weltenbäume brauchen sie zum Leben und Omega hat vor Jahrhunderten schon die Wurzeln der anderen Weltenbäume angeschnitten und ihre Macht gestohlen. Genau wie ihre Helden. Und wir sind jetzt hier, weil unsere Weltenbäume, so wie jeder andere, der nicht dieser ist, bald tot sein werden und Omega zum Alleinherrscher aller Pokémon wird, wenn wir nichts dagegen tun. Nun, sie wollte die Wahrheit hören. Da war die Wahrheit. Voll und ganz und ohne Schmuck. Überraschenderweise schien es jedoch tatsächlich, als würde das Luxio über die Worte zumindest nachdenken. Ich meine, ihr seht jetzt nicht aus, als würde ihr diese ganze Reise aus Bosheit begehen und es passt ja auch alles ins Bild irgendwie. Es passt ins Bild? Was genau soll das denn bedeuten? Naja, ihr wisst vermutlich, dass ich damals beim Kampf gegen Darkrai beteiligt war und vor allem meine Eltern. Nur, nur haben wir am Ende der Reise gelernt. Im Prinzip, irgendwo, irgendwie war mein Vater Darkrai's Sohn, kurz bevor wir, bevor wir ihn verloren haben. Im Krieg, weil, weil mit dem Wissen über seinen Vater schien sich in seinem Unterbewusstsein ein Gewissen zu offenbaren, welches nicht zulassen konnte, dass er auf Omegons Seite kämpft. Wenn das also stimmt, was ihr sagt, Darkrai hat uns damals alles erklärt. Wir haben die Weltenbäume gesehen, wie klein sie waren, außer unserer. Wir haben Omegon gesehen, der alleine die Kraft aller anderen Weltengeister bezwang, als wäre es nichts. Wir, wir haben Darkrai nur nicht geglaubt, weil, er, er war ja die ganze Zeit unser Feind gewesen. Er wollte ja unsere Welt zerstören, aber, jetzt wo ich dasselbe noch einmal genauso höre, Jahrzehnte später, nachdem der Krieg so lange her ist. Kurz, blickte die Kapitänen bloß auf das Meer. Dann, wandte sie sich wieder an das kleine Team. Also gut, was ihr sagt, es hat so viel an sich, was dafür sorgt, dass ich euch glauben will. Aber gleichzeitig, wurde ich gewarnt, vor gerade euch. Machen wir einen Kompromiss. Ihr wollt zum Wildkontinent? Ich bringe euch hin. Dort wohnen meine Mutter und Evie. Sie sollen sich anhören, was ihr zu sagen habt. Ich möchte keine großen Entscheidungen ohne die beiden treffen. Aber wenn die beiden euch dann nicht glauben, dann werde ich es auch nicht mehr tun. Nun, die Wahrheitsroute hatte tatsächlich funktioniert? Das war eine ziemliche Überraschung, aber doch eine Willkommene. Und kam jetzt doch noch der Haken. Ich habe viele Fragen. Wirklich viele. Egal, was nun wirklich vor sich geht. Ihr habt meine Neugier geweckt. Ich will definitiv mehr wissen, noch bevor wir im Wald sind. Also werdet ihr sie mir auf der Fahrt beantworten. Flamme war schon dabei, genervt zu stöhnen, als soll ein Vorschlag machte, der dem Wulpix gleich auf mehreren Ebenen recht war. Es bringt vermutlich nicht so viel, wenn wir alle drei da stundenlang durcheinander reden, nicht? Zumal ich euch zwei kenne. Ihr habt ohnehin keine Lust da drauf, nicht? Also wäre es vermutlich schlauer, wenn ich das alleine übernehme, oder? Mir ist es recht egal, ob alle oder einer. Na dann, Deal ist Deal. Kommt an Bord. Ach und, wie ihr schon bemerkt habt, ich bin die Kapitänin hier. Nenn mich einfach Funkenherz. Das ist mein Name und ich mag keine Titel. Das Absol da heißt auch Absol. Das Wulpix ist Flamme und ich bin Soll. Abgemacht. Endlich mal ein Kompromiss. Ganz nach Flammes Geschmack. Sie kamen über das Meer an ihr Ziel und er würde sich weniger mit Soll befassen müssen. Die drei Pokémon folgten Funkenherz so auf ihr Schiff. Zu Flammes großer Freude ohne, dass eines der beiden Pokémon am Einstieg noch einmal ein Wort vom Fahrpreis sprach. Stattdessen wies die Chefin der beiden sie an, Flamme ein der Kabinenschlüssel zu geben. Selbst an Delch warten sie letztlich also. Also, ich denke, ihr wisst, dass es bis zur Abfahrt noch einen Moment ist. Was genau ihr wisst dahin macht, ob ihr auf dem Schiff bleibt, in die Kabine geht, ist mir auch letztlich egal. Ihr tittet nur gut dran, bei Sonnenaufgang da zu sein. Warten tun wir bestimmt nicht. Der Plan war simpel. An Bord bleiben und sich ausruhen. Zumindest war dies Flammes Plan. Soll entschied sich, nach einem kurzen Blick in die Kabine bereits seinen Teil des Deals einzulösen. Da er sich auf die Suche nach der Kapitäne machte. Flamme hingegen schwang sich ohne Umschweife auf das bereits gemachte Heubett am Boden und atmete schwer. Absoll war noch bei dem Wulpix geblieben, ihn etwas besorgt, aber auch vorwurfsvoll anblickend und mit dir ist gerade alles in Ordnung. Den Eindruck machst du zumindest nicht. Wird schon wieder. Wird schon wieder. Was wird wieder? Dieser scheiß Kopfschmerzen. Ich kann nicht behaupten, dass ich überrascht bin. Muss ich überhaupt anfangen mit meiner Erklärung oder ahnst du schon worauf ich hinaus will. Als Antwort folgte Stille. Es muss dich nicht wundern, wenn es dir scheiße geht, nachdem du ohne nachzudenken einfach eine Monatsration Telizium einatmest. Was zur Hölle hast du dir vorhin gedacht? Du verstehst das eh nicht. Testen wir es doch. Nein, das tun wir nicht. Ich verstehe es selbst doch nicht gut genug um es dir zu erklären. Ich habe doch selber keine Ahnung mehr was noch war ist und was nicht. Wie soll ich denn wissen dass ich nicht jedes Wort bloß herlüge wenn ich irgendwas sagen will? Du merkst dass du dich mit jedem Wort gerade weiter davon entfernst dass ich irgendwie nachgebe oder es ist Inferno ich habe ihn wieder getroffen als wir zwischen den Welten gereist sind ich war wieder an einem Ort an dem er mir wirklich gegenüber steht wir haben uns gestritten wie oft und dann hat er begonnen mir alles mögliche über diese Welt zu erzählen er hat mir von der Gilde erzählt vom Schiff vom Wald den Pokémon die dort leben alles Dinge die er niemals wissen könnte er ist doch ein Teil von mir das hat er mir immer gesagt woher weiß er so mehr als ich und alles was er sagt hat sich als wahr heraus gestellt und dann als ich eine Erklärung gefordert habe jetzt baut das Inferno dass er schon die Flamme eines anderen Pokémon gewesen sei es macht alles keinen Sinn er ist nicht ich er kann es nicht sein und irgendwie schon er muss ich sein und trotzdem behält er Geheimnisse lügt mich an wie soll ich ihm vertrauen aber dadurch kann ich auch mir selbst nicht vertrauen vorher soll ich noch wissen was nun wahr ist und was nicht denke ich überhaupt noch meine eigenen Gedanken es macht alles keinen Sinn und muss wahr sein so viel dass auch wieder alles auf einmal war und so sehr absolut sich sicher war dass es nichts mehr war als ein Teil der Einbildung eines Armen Irren versuchte er trotzdem sachlich zu helfen also aus dem Wortsalat kann ich jetzt auch nur so viel herauslesen aber von dem was ich verstehe bestätigt es eigentlich nur was ich dir schon mal sagte dieser Inferno ist ein Teil von dir und du bist das Ganze von dir und Inferno ist ein Teil der schlicht ignoriert und vergessen gehört in meinen Augen ist das einzig korrekte nicht mehr auf das zu hören was der Kerl dir sagt aber auf die Dinge die du nicht aus seinem Mund hörst die Dinge die dir entspringen tatsächlich wahr ist schön aber wir sollten sein Wort nie als Grundlage nehmen er kann die Wahrheit sagen aber die können wir auch selber herausfinden weißt du was mir ist das alles zu viel ich gehe erst mal schlafen und hoffe ihn dabei nicht zu treffen auf dies antwortete ab so letztlich nicht mehr nicht als hätte Flamme irgendwie auf eine Antwort gewartet stattdessen schloss er die Augen und versuchte das dröhnen in seinem Kopf irgendwie auszublenden und schlaf zu finden als er nach einer ruhigen Nacht wieder aufwachte schienen all die Schmerzen wie magisch verschwunden ja im Gegenteil das Wulpix fühlte sich wieder so frei es war als wäre jede Last schlicht von seinen Schultern abgefallen auch Absol war immer noch oder er wieder in der Kabine von Sol hingegen gab es keine Spur trotzdem merkte Flamme dass er nicht schlicht kurz geschlafen hatte und dass Fukano deshalb noch weg war er spürte das wiegen im wind sah die morgensonne durch das fenster fallen sie waren bereits abgefahren zudem stieg ihm ein recht strenger geruch in die nase als er aufblickte sah er vor sich einen Fisch liegen während Absol in der Ecke der Kabine saß und selber einen davon vorsichtig beäugte bist du auch wieder unter den Lebenden es gibt Frühstück anscheinend zumindest soll das Frühstück sein und ja dabei bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher unsicher warum das sag mir nicht du weißt nicht was ein Fisch ist Fisch ist eine Kategorie mit der Pokémon beschrieben werden und was hat das damit zu tun etwas perplex entschied sich das Wulpix die Lage aufzuklären naja aber woher denkst du hat diese Kategorie an Pokémon ihren Namen Fische sind Tiere und in der Kategorie sind Pokémon die irgendwelche Ähnlichkeiten mit den Tieren haben Tiere das also ich weiß gar nicht ob ich schockiert sein soll oder nicht habt ihr keine Tiere in eurer Welt wäre mir neu zumindest nicht auf dem Kontinent wo ich herkomme ich glaub zumindest ich würd wissen wovon du redest ansonsten und das als Fleisch Fresser Tiere sind im Prinzip wie primitivste Pokémon sie sind Lebewesen wie wir aber ohne Elementkräfte oder die Fähigkeit außerhalb ihrer Spezies zu sprechen für die meisten Pokémon die sich nicht rein vegetarisch ernähren sind sie die Haupt Nahrungs Quelle es ist im Prinzip wie Pokémon zu jagen was du ja scheinbar tust nur dass sie keine Mitglieder der Gesellschaft sind du willst mir erzählen dass es in anderen Welten Fleisch gibt was nicht von Pokémon stammt und deshalb nicht kritisiert wird und den Scheiß erfahr ich nachdem mir viermal die gleiche Scheiße vorgeworfen hat Flamme ignorierte diesen Beitrag einfach da seine Erklärung noch nicht ganz am Ende war Und es gibt einige Tiere die nicht als Fleisch gelten da sie etwas anderes sind Das sind entweder Insekten also winzige Käfer die eben keine Pokémon sind oder Fisch was die meisten Wassertiere umfasst Ach also ist das Zeug hier doch kein Fleisch oder du verwierst mich Aber es ist ähnlich genug zu Fleisch Ich habe im Training manchmal Fische gejagt ich weiß wie die schmecken Um zu beweisen dass das seltsame Essen zu Füßen Absold tatsächlich als solches definiert werden konnte begann Flamme schlecht mit seinem Frühstück Immer noch zögerte Absold doch entschied sich dem Vulpix zu vertrauen und vorsichtig ein bisschen zu nehmen Kam war dies getan sprange überrascht zurück Selbst die Illusion schien zu wanken durch Überraschung als augenblicklich wieder ein Zoroak vor Flamme stand Ach du meine Fresse war mich nächstes Mal vor dass das Zeug schmeckt als würde ich an einem Salz Stein lecken so schlimm Tatsächlich nahm das Zoroak statt zu antworten noch einen vorsichtigen Bissen Äh ne eigentlich nicht schmeckt eigentlich ganz in Ordnung wenn man mal dafür bereit ist wie salzig das Zeug ist naja sind halt Meeresfische da wir am Meer sind und wenn das Wasser salzig ist dass es salzig ist weißt du ja hast wohl recht naja dann wird verhungern ja schon mal kein Problem Kapitel 6 endlich versteht mich jemand nun also nach dem kleinen recht besonderen Frühstück entschied sich das Duo ihre Kabine zu verlassen zunächst mit dem Ziel auch Nummer 3 der Gruppe wieder zu finden zwar war ihnen etwas Ruhe vor dem Fukano durchaus recht doch sie waren immer noch in der Heimat des Feindes und eigentlich hatte das Fukano noch am Abend in die Kabine einkehren sollen letztlich brauchten sie ihn ja auch noch und trotz allem war er Flammes Bruder die Sonne strahlte hell herab durch eine kleine Lücke zwischen grauen Wolken doch genügend um blendend zu sein gerade durch das reflektierende Wasser einerseits würde Flamme das Treiben auf dem Deck als lebhaft beschreiben andererseits wusste er selber dass dies auch irgendwo übertrieben wäre einige Pokémon befanden sich hier zwar die meisten lagen allerdings eher träge in den paar strahlen der Sonne welche noch zu erhaschen waren die einzigen die tatsächlich beschäftigt schienen waren die Mon die zur Crew gehörten und auch da nur teilweise andere standen bloß herum behielten die Lage an Bord im Auge oder nicht mal das zur Kategorie nicht mal das zählte auch die Kapitänin Funken Herz die schlicht an der Spitze des Schiffes stand und aufs Wasser blickte und gleichermaßen war sie das Pokémon welches Flamme instinktiv ansteuerte Hey Kapitänin das Luxio wandte sich um sichtlich etwas müde und gleichermaßen verwirrt Ich hab auch einen Namen Ich sag euch doch dass ich nicht auf große Titel stehe Das ist jetzt nicht das Thema Das Thema ist mein Bruder Wo ist er Er hat sich gestern noch aufgemacht um seinen Teil des Stils einzulösen Seitdem haben wir der Absel noch ich ihn auch nur einmal gesehen Was hast du mit ihm gemacht Ich Ich nichts gemacht Nun außer ihn schlafen zu lassen Son hat von in der Kapitäns Kajüte geschlafen nachdem er mir gestern so lange Fragen beantworten musste bis irgendwann eingeschlafen ist Kein an ob er inzwischen wach ist Ihr könnt ja nachsehen wenn ihr wollt Die Kajüte ist einfach die Treppe zur Front runter Direkt 180 Grad drehen noch eine Treppe runter und dann ganz rechts Nun dies war alles andere als die erwartete Antwort Schlafen tat er bis in den Vormittag hinein und das auch noch außerhalb der eigenen Kabine als wäre soll nicht sonst der Erste der bei Sonnenaufgang losrennt wobei dies sich umfährt zu bleiben auf dieser Reise etwas geändert hatte einmal da Flamme einfach deutlich weniger schlief als je zuvor andererseits da das Fucano endlich mal seine Energie aufzubrauchen schien und nicht jeden Tag energie geladener schlafen ging als er aufgestanden war aber das änderte nichts daran dass das Wulpix misstrauisch gegenüber der Kapitänin war also gut dann gehen wir ihn mal besuchen ohne ohne überhaupt drauf zu warten dass Absol antwortete der vor dem verlassen ihrer Kabine wieder die Gestalt eines solchen angenommen hatte trat Flamme voran was wartete jetzt da unten in diesem Raum wo sie hingeschickt wurden eine Falle sollten dort die Feinde Omegons überfallen werden hatten sie soll als Geißel genommen die Antwort folgte schnell als das Wulpix Absol auf etwas Distanz folgend die Tür aufriss welche eindeutig jene zur Kabine der Kapitänin war und dort abblickte er genau was Funkenherz ihm versprochen hatte sein Bruder der auf einem Haufen Stroh eingenickt war und gerade durch den Knall der Tür aufzuwachen schien ist schon morgen muss ich aufstehen der morgen ist schon rum und aufstehen solltest du sowieso Flamme was machst du denn hier die Frage gebe ich gerne so zurück was Fälle denkst du dir eigentlich was sollen wir bitte denken wenn du am abend einfach nicht mehr auftauchst obwohl das vereinbart war und das gerade an diesem Ort ich übernehme nun mal den Job den ihr beide nicht haben wolltet und Funkenherz sagt dass ihr euch Bescheid gibt und du erwartest dass wir ihr einfach glauben nun erhob sich soll sichtlich genervt im wissen dass wieder einmal ein Streit entstehen würde und gleichzeitig hatte er kein Interesse daran ihn zu verhindern ja wir sind gerade verbündete Flamme das sagt sie wir dürfen definitiv nicht so leichtsinnig handeln wie du es hier tust wir sind immer noch direkt im heim des feindes wir haben hier keinen grund diesen pokémon zu vertrauen wir sind drei komische mon unterwegs um ihre heimat zu zerstören komisch seid ihr zwei vielleicht lass mich da raus und warum musst du es jedes mal aufs neue nur auf misstrauen und Hass aus haben gerade sie sie und ihr team sind doch auch nicht weniger Opfer von omegon als wir er hat sie unter lügen und vorwänden in einen krieg geschickt in dem sie freunde und familie verloren haben schreckliches leid leid erfuhren nur um am ende zu erfahren dass ihre taten den tod von millionen ermöglichten oder sie lässt sich das nur glauben und ist tatsächlich ihrem gott ihren idealen und ihrer familie treuer als ein paar fremden verstehst du es nicht sie ist ihrer familie treu ihre familie beinhaltet darkrai den götterboten jemanden der auf unserer seite steht sie glaubt uns nicht bloß weil wir eine geschichte erzählt haben sondern weil diese geschichte das passende teil in einem riesigen puzzle ist weil mir logische erklärung auf viele fragen geliefert die nach omegons weltbild nicht erklärbar wären und du stellst dich hier hin glaubst jedes wort verteidigst sie bloß weil du ihr vertrauen schön erklären kannst sie ist unsere feindin soll jedes bisschen vertrauen könnte das ende unserer mission bedeuten warum diskutiere ich überhaupt mit dir deine moral ändert sich doch ohnehin je nachdem was dir gerade besser passt bei ab so hast du stundenlang gepredigt weshalb ich ihm doch vertrauen sollte aber wenn wir eine Verbündete finden mit mehr wissen über diese welt als wir alle mit einer vergangenheit an erfahrung da bist du wieder ganz dagegen es lagen dem wulpig so viele argumente auf der zunge doch irgendwann musste er auch einsehen sie waren alle wahr aber soll würde ihn nicht anhören wenn ich mich dann auch mal einmischen darf zum ersten mal während des gesprächs erhoben auch ab soll seine stimme ich finde ihr habt beide recht teilweise teilweise auch nicht funkerz ist die verbündete die wir brauchen aber gleichzeitig gehört sie zu einer welt die von von den Worten des gottes der manipulation gesteuert wird wir tun gut darin ihr zu vertrauen aber mit gewisser vorsicht und diese vorsicht hat soll schon lange verloren solange er jetzt scheinbar dieses luchs hier unserer gruppe vorzieht wir sollten ein team sein willst du wissen warum zornig schritt das vulkan auf seinen bruder zu stand ihm direkt gegenüber wenn du willst dass wir ein team sind dann fang endlich mal an mich zu behandeln als wäre ich ein teil davon hast du auf dieser ganzen beschissenen reise auch schon einmal zu mir gehalten jedes mal widersprichst du mir ignorierst meine meinungen stellst mich als den bösen dar und gleichzeitig soll ich dann noch allem folgen was du sagst sonst bin ich der naive dumme derjenige der die mission gefährdet und seitdem wir dieses so war dabei ist es nur schlimmer geworden seitdem könnt ihr mich systematisch immer ausschließen mir das Leben zur Hölle machen ich bekomme die aufgaben auf die ihr keine Lust habt und sonst hängt ihr zu zweit rum und versucht Abstand von mir zu halten wenn du schon nicht bereit bist mich wie ein Pokémon zu behandeln dann lass mir das hier mit Funken Herz hatte ich zum ersten Mal seitdem wir unser Dorf verlassen haben das Gefühl tatsächlich angehört zu werden dieses Gefühl durfte ich seit Wochen nicht spüren endlich versteht mich jemand und das erste was du wieder tust ist mich dafür niederzumachen dass ich meine Zeit lieber mit einem Pokémon verbringe mit dem ich mich auf Augenhöhe unterhalten kann das nicht versucht von oben auf mich herab zu reden zum ersten Mal auf dieser Reise muss ich nicht so tun als hätte ich Spaß bloß weil es von mir erwartet wird dass ich der große Abenteurer bin der das ja alles schon um der Reise willen genießt während Flamme von all diesen Anschuldigungen wie erschlagen war stellte sich Absel zwischen die beiden Brüder gewand an Soll also ich kann hier nur für mich sprechen aber mein Ziel war es nicht dich auszuschließen jedoch musst du auch mal fair bleiben in der Regel gehst du eher mir aus dem Weg als anders herum ich wäre durchaus immer noch bereit für tatsächlichen Teamgeist aber dafür musst du auch mir gegenüber entsprechend agieren gut gut das sehe ich ein ich schätze ich könnte wohl aufhören dir systematisch zu misstrauen bisher ist ja nicht schlechtes rausgekommen was aber nicht für Flamme spricht also hast du auch noch etwas beizutragen ja ja das habe ich herausfordernd blickte Soll seinen Bruder an sichtlich auf eine Entschuldigung wartend primär jedoch auf eine Besserung das Fulcano hatte lange genug viel mit sich machen lassen aber an diesem Punkt hatte Flamme sich anhören dürfen was genau sein Bruder wirklich dachte weißt du noch wie wir in unserer eigenen Welt gereist sind im glauben dass ich der einzige auserwählte wäre die Dinge haben sich seitdem geändert aber wie mir scheint überschätzt du wie sehr die sage der mir folgen ist immer noch die sage der flamme es ist meine sage du spielst auch eine rolle aber nicht mehr als das du scheinst vergessen zu haben dass ich diese gruppe trotz allem anführe und als anführer habe ich das recht veto gegen deine missentscheidung einzulegen wenn dir es nicht passt dein problem entweder bleibst du teil der sage und lebst damit oder du gehst und machst etwas anderes ich habe nicht darum gebeten dass du mitkommst soll konnte nicht glauben was er hier hören musste das war die antwort auf die worte die flamme gehört hatte anführer willst du jetzt mit so einer scheiße anfangen gut wenn du jetzt irgendwelche hierarchien aufbauen willst dann los in einer hierarchie habe ich das recht den anführer heraus zu fordern um selber den titel zu gewinnen oder hast du angst jetzt beruhigt euch mal bitte beide als passagier habe ich tatsächlich angst davor dass sich zwei feuer pokémon auf einem holz schiff bekämpfen immer noch voller zorn aber gegenüber ab soll auch etwas verständnis stieß soll sein bruder schlicht unsanft zur seite und trat hasserfüllt aus der kabine und du wirst nicht noch ein wort mehr mit diesem luxio reden als für den deal nötig halt deinen maul du hast mir nichts zu sagen mit diesen letzten Worten fiel die tür lautstark ins schloss kurz blieb flamme noch zurück bloß stumm auf die tür blickend während ab so stumm auf ihn blickte guck nicht so hat es doch nicht anders gewollt enttäuscht schüttelte der unlicht typ den kopf doch doch das hatte er aber du hast es nicht anders werden lassen stimmst du ihm etwa zu ich dachte du stehst auf meiner seite hast du dich selber angehört flamme ich stehe auf deiner seite aber ich bin auch mehr als bereit dir zu sagen wenn du im unrecht bist und ich dachte du wärst mon genug das hier zu sehen ohne überhaupt eine reaktion abzuwarten trat auch absolut aus der kabine heraus scheinbar sogar soll folgend hatte sich flamme so in ihm getäuscht dass das sorak nun lieber dem pokémon beistand das ihm misstraute wie kein anderer aber gleichzeitig die worte sollz hatten das vulpix kalt gelassen die worte ab sollz jedoch obwohl sie so wenige waren saßen viel tiefer ich dachte du wärst mon genug flamme war doch ein gutes mon aber ein mon mit einer rolle und diese rolle war an der spitze dieser gruppe wenn sein bruder die mission so aktiv gefährdete dann musste er ihn als an führer doch vor sich selbst schützen daran war doch nichts falsch oder hatte soll etwa doch recht war flamme gar kein wirklicher an führer absol würde ihm doch bestimmt nicht zustimmen wenn in den Worten keine Wahrheit steckte aber selbst absurd es machte wohl keinen Unterschied wenn die beiden noch zu ihm hielten dann gut dann müssten sie aber auch einsehen dass dies nur einmal flammes Rolle war eine Rolle in die er hineingeboren wurde er wollte sie doch selber nie haben also wie konnte sein eigenes team in ihn den bösen sehen nur da er seine Bestimmung erfüllte er war ein guter Anführer vielleicht kein gutes Pokémon aber das war nicht was am Ende des Tages zählte Kapitel 7 eises kälte die wolken wirkten düster der wind wehte eisig inzwischen war die fahrt an ihrem dritten tag angekommen und auch bei dem trio hatte sich eine art alltag dieses ortes eingebürgert seit dem streit hatte soll sich sein bruder nicht mehr auf meter an genährt stattdessen bewegte er sich in der regel eher im schlepptau der kapitänen auch war es ihm sichtlich wichtig dass er aus schlichtem prinzip nicht einmal nachts der gruppe in der kabine beitrat ab soll schien seine zeit immer noch lieber mit flamme zu verbringen aber zumindest distanzierte er sich ist vermutlich primär andersherum allerdings änderte auch dies nichts daran wie wenig an diesem ort letztlich geschah es war wohl zu erwarten gewesen aber letzten endes befanden sich all die pokémon hier über viele tage hinweg nur auf einer kleinen fläche inmitten des ewigen meeres und die tollen beschäftigungen wie aufs meer blicken verloren auch schnell anreiz allerdings gab es auch nicht sonderlich viel mehr zu tun also blieb es doch beim aufs meer blicken zumindest gab es in diesem nun etwas abwechslung da das meer sich änderte je weiter die fahrt voranschritt eindeutig näherte sich das schiff dem eiskontinent was die meisten pokémon abzüglich der besatzung und mancher feuer- und eistüten zurück in die tiefen der kabinen trieb nun und absel war noch eine ausnahme der sein leben auf einem eisberg verbracht hatte und dementsprechend die kälte eher genoss als ablehnte die reise bis zum waldkontinent würde immer noch tage in anspruch nehmen tage der ruhe die die gruppe theoretisch bestimmt gut nutzen könnte gerade im angesicht dessen was kommen würde jedoch war in der langeweile ruhe schwer zu finden gespalten wie das team nun war und belastet wie flamme sich von seinen gedanken fühlte dem dem gegenüber war tillitium durchaus eine hilfe jedoch auch meist eher eine kurzfristige und oft wollte flamme es ja wirklich nicht nehmen es dauerte noch einige stunden nachdem der frost spürbar geworden war bis sich das holzschiff durchs eis gekämpft hatte und schließlich auf eine eismasse traf an der es wahrlich kein vorbeigab vorbeikommen war aber auch nicht der plan da sich die eismasse als kontinent herausstellte an welchem sie andockten es war für soll nicht sonderlich überraschend zu sehen dass trotzdem halt hier kein einziges pokémon tatsächlich das schiff verließ diesen ort als reiseziel hatte der riesige umweg war irgendwie für nichts wenn ich das mal so frei fragen darf funken herz warum tut ihr eigentlich allen pokémon diesen riesigen umweg in eine zone zu der niemand hin will an wäre es nicht viel effektiver einfach direkt zum waldkontinent zu fahren also einerseits könnten wir mit der begründung den waldkontinent auch fast wegfallen lassen dort steigen auch nur selten pokémon ab der kontinent interessiert höchstens mich die meisten passagiere wollen hin und wieder zum insel kontinent es ist halt einfach eine urlaubs gegend zumal der eiskontinent dann schlicht keinen anschluss an den rest der welt hätte dieses schiff ist der einzige aber die primäre begründung ist sowieso die geschichte dieses schiff wurde damals als erinnerung restauriert als das würde ich nie im Leben und die pokémon die mit dem schiff reisen wollen müssen eben damit klarkommen wir stellen dir alles zur verfügung um mit der gegend klar zu kommen extrem vieles in dieser Welt ist irgendwie mit Erinnerung an die Abenteuer deiner Eltern verbunden oder beinahe alle pokémon reden davon wenn man sie mal reden hört sie waren die größten Abenteurer auch wenn die meisten ihrer Reisen nicht in dieser Welt statt fanden sondern nur der Beginn von allem auch wenn ich sie auf der letzten Reise oder auf den letzten Reisen begleitet habe habe ich mir immer gewünscht selber so eine Abenteurerin werden zu können aber gleichzeitig war ich wohl auch irgendwo froh nicht in einer Welt zu leben in der es überhaupt nötig ist auch wenn sich das scheinbar jetzt ändert ja das kann ich verstehen nur ist es nicht schlimm nun nicht sicher sein zu können ob all die Abenteuer deiner Eltern wirklich gerecht waren die Reisen waren gerecht und die beiden waren großartig das werde ich ihnen niemals absprechen oder zulassen dass irgendjemand es tut nur das Ziel für welches sie unbewusst gekämpft haben das Ziel nicht die Reise war unrecht und nun liegt es an anderen Pokémon damit klar zu kommen und zu hoffen dass die Folgen noch irgendwie zu beheben sind das nicht schon zu spät ist wobei es auch etwas schlimm schönes hat zu wissen dass Darkrai doch nicht der irre ist den wir glaubten du weißt schon im Wissen dass ich irgendwie auch mit ihm verwandt bin halbwegs diese Scheiße muss auch nichts mehr hier zu in der Sorge mehr negative Emotionen zu erwecken oder offensiv zu wirken offensichtlich war auch die Kapitänin nicht unzufrieden mit einem Themen Wechsel wobei sie jedoch sogleich ein Risiko einging da sie selber ein ähnlich kritisches Thema Anschnitt hast du dich jetzt eigentlich nochmal mit deinem Bruder auseinander gesetzt ich Lust dazu hast und das ist verständlich aber ihr seid ja trotzdem Familie nicht und ihr seid beide für dieses Abenteuer ausgewählt also müsste es in jedermanns Interesse sein wenn ihr wieder Frieden schließt man könnte es klar meinen nicht aber Flamme hat letztes Mal nicht den Eindruck gemacht als lege ihm irgendetwas an Frieden seine Reaktion auf alles ist nur sich zu beschweren und sich selber im Recht zu sehen irgendwem zu vertrauen außer Absol Es ist als würde er sich die Reise selbst erschweren wollen und denen die mit ihm reisen damit auch gleich Ich habe einfach keine Lust ihm gleich wieder die Pfote hin zu strecken nur damit er erneut drauf spuckt Für ihn ist nichts vertretbar was nicht zu 100% seiner Meinung entspricht Das verstehe ich ja alles soll aber Familie ist wirklich wichtig Das wusste ich selber viel zu lange nicht zu schätzen Du kannst es doch versuchen und wenn nichts dabei herumkommt dann lässt du es einfach bleiben Ich kann mir nicht vorstellen dass Flamme sich so verhält einfach nur um ein Arschloch zu sein Das glaube ich ja auch nicht Ich kannte auch mal einen anderen Flamme einen mit dem ich klar gekommen bin Aber diese Reise hat ihn verändert vor allem vor allem seitdem er dieses Telizium hat Also glaubst du dass das Kraut daran schuld ist Ja Zumindest zu teilen Alleine daran kann es nicht liegen Dazu hat er sich schon zu anders verhalten bevor er es überhaupt genommen hat Aber es spielt auf jeden Fall eine Rolle Eigentlich ist das nicht so meine Art aber wenn dieses Kraut so viele Probleme macht dann könntest du es doch einfach naja verschwinden lassen Verstehst du Das geht auch nicht Es ist ja nicht als hätte es keinen Grund dass er es nimmt Flamme braucht das Telizium um nicht wahnsinnig zu werden Aber durch das Kraut wird er aggressiv Man kann es einfach nicht richtig machen Auch Funkenherz gingen an diesem Punkt Ideen aus Mit Telizium geht es nicht Ohne genauso wenig Und ein Kompromiss war nicht möglich Damit war dies ein Problem welches für nun nicht zu lösen war Was aber nicht hieß dass man mit allen Folgen leben musste Also gut dann ist das kein Anlauf Punkt Aber trotzdem bleibe ich dabei Du sollst noch einmal mit ihm reden Muss ich Ich hätte fast gesagt dass ich dich ja begleiten könnte wenn du dich dann sicherer fühlst aber das wäre wohl eher kontraproduktiv Also Ja das musst du sonst darfst dich entscheiden in der Kabine des Teams oder auf dem Deck zu schien ihn nicht einmal zu hören Flamme ich rede mit dir wieder folgte keine Reaktion ignorierte er soll oder bekam er tatsächlich nichts mit Erst als das Fucano sein Bruder anstieß schrag dieser auf Äh was ja hier bin ich Achsoi du bist es Lange nicht gesehen Wieder einmal war das Verhalten des Auserwählten eher naja eigenartig wir müssen reden gut möglich ja worüber worüber tu mal nichts als wüsstest du das nicht nein ich werde nicht mit dem Tilizium aufhören ich brauche das Zeug darum geht es mir nicht sag mal Flamme bist du gesund du merkst wie du gerade klingst nein also wegen dem Streit neulich willst du nochmal reden eigentlich schon aber lass es gut sein ich seh's ja ein abzuland mich schon genug zurecht gewiesen ich hab zu sehr auf meinem recht als auserwählter und bringer der sage gepocht also kompromiss solange du nichts geheimes verrätst ist mir egal mit wem du dich abgibst wenn was passieren sollte übernehme ich aber keine verantwortung und ich fange deswegen auch nicht an den Mon hier zu trauen das ist ja schon mal schön und gut aber was ist mit dem rest mit der entscheidungsfindung in der gruppe darüber reden wir wenn wieder eine entscheidung ansteht und wenn es darum geht wie ausgeschlossen du dich fühlst nun wenn du dich nicht mehr von abzuland distanzierst ist das kein problem ich hänge eh meistens mit ihm rum soll entschied sich diese ganzen zugeständnisse einfach mal für jetzt stehen zu lassen wahrscheinlich würde ein falsches wort die meinung des wulpix sowieso wieder ändern wenn abzul immer mit dir herum hängt oder andersrum wo genau ist er dann gerade eigentlich offensichtlich nicht bei dir flamme blickte einfach wieder zurück dorthin wo er vor dem gespräch bereits gebannt hingestarrt hatte jetzt erst sah soll im ewigen weiß etwas schwarzes hervorragend eine sichel nun mit dieser im blick war das schneeweiße pokémon auch erkennbar wenn man nur genug darauf achtete er wollte mal wieder schnee unter den füßen spüren und du hast ihn nicht begleitet ich kann gut darauf verzichten danke dass du den schnee nicht brauchst denke ich mir ich dachte nur dass du ihn begleiten wollen würdest nicht warum denkst du abzuhl kommt nicht alleine klar oder ich wenn ich keinen bock auf schnee habe und er schon dann geht er an land und ich nicht aber von ihr beobachten tust du ihn trotzdem gibt doch sonst nichts zu tun also willst du noch irgendwas wichtiges oder geht es nur darüber mich um absolut auszufragen ich warte nur drauf dass du mir endlich mal mehr erzählst wovon denn davon wie viel wasser ich heute schon gesehen habe na gut dann halt nicht du brauchst mir nichts vor zu machen macht ihr was ihr wollt aber ich kenne dich immer noch auch wenn ich es manchmal selber vergesse auf dieser reise auf diese letzte Aussage folgte nicht einmal mehr eine Antwort stattdessen war als reaktion alles was kam ein erneutes abwenden vom fukano und zuwenden zu absoll der anscheinend bereits wieder an bord kam soll nahm die lage hin und ging schlicht wieder zurück zur kapitänin des schiffes und wie war's von hier aus sah es doch gar nicht mehr so schlimm aus war es auch nicht irgendwie ehrlich gesagt hatte ich nicht das Gefühl dass Flamme mit den Gedanken irgendwie in der Gegenwart war vermutlich könnt ihr mir morgen schon nicht mehr sagen was er mir heute für Zuständnisse gemacht hat oh glaubst dass es irgendwas mit dem Kraut zu tun hat es ist möglich und das wäre die schlechte Variante aber mit Glück war er in Gedanken auch nur bei Absol dass Absol das mit euch reißt nicht das Absol Absol ist eigentlich ein Zoroak er wehrt sich nur dagegen eins zu sein deswegen zeigt er sich nicht so und weigert sich einen anderen Namen als Zoroak anzunehmen und dann Bruder überlegt wie er helfen könnte äh sonst hilft er nicht oft aber in dem Fall könnte ich es mir sogar vorstellen primär glaube ich aber einfach dass er sich verguckt hat Kapitel 8 im Angesicht der Sternenahnen noch einige Tage vergingen auf See ohne große neue Änderungen soll traf noch einmal zu einem Gespräch auf seinen Bruder dieser dabei sichtlich wieder mehr bei sich tatsächlich traute sich das Wulpix aber nicht die Zugeständnisse wieder abzusprechen was trotzdem nichts daran änderte dass soll eher wenig Zeit mit den anderen Reisenden verbrachte nun aber war es an der Zeit für das Team wieder zusammen zu arbeiten denn das Schiff hatte soeben angelegt an Fels welcher einen Übergang in einen schier ewigen Wald darstellte hier verließen tatsächlich zumindest zwei der regulären Passagiere das Schiff aber auch Absoll Flamme und Soll sollten folgen und Funkenherz die einerseits ihre Freunde und Familie besuchen wollte aber auch mit ihnen die Lage besprechen wollte gerade sprach sie jedoch erst einmal mit ihrer Besatzung ich werde zur Weiterfahrt morgen definitiv nicht zurück sein ich kann euch allgemein nicht sagen wann ich das werde dementsprechend vertraue ich darauf dass ihr den Betrieb ohne mich aufrechterhaltet damit ich nicht irgendwann zurück kehre um ein gestrandetes oder bankrottes Schiff zu erleben ihr kennt alle Aufgaben sollte Planung nötig sein Barmelin du bist zuständig aus lautem gemurmel trat das Luxio wieder heraus zu den Pokémon welche sie begleiten und an einen besonderen Ort führen würde also das haben wir dann geklärt dann seid ihr bereit ich werde euch durch den Wald bringen bis zum Stamm dort werdet ihr dann Evie gegenüber treten und wenn sie dem zustimmt dann wird sich mit Grannon sprechen lassen und du glaubst wirklich dass das Mond uns zustimmen könnte irgendwie wird das schon ich werde ein gutes Wort für euch ein legen wirst du das ich dachte unsere Abmachung wäre gewesen dass du uns hin bringst aber die Entscheidung in andere Hände gibst das tue ich auch was aber nicht heißt dass ich bei der Entscheidungsfindung keine Einwürfe mache oder wäre es euch anders lieber dachte ich mir also kommt folgt mir so trappte das Trio für eine ganze Weile hinter dem Luxio her Meer und Boot schwanden in ihren Rücken dieser gesamte Kontinent schien erfüllt von nichts als Bäumen und Meer Bäumen abgesehen von der einen Ausnahme welche beim Anliegen in der Ferne bereits zu sehen gewesen war ein Vulkan fehlplatziert wie massiv inmitten des ewigen Waldes aber bis zu diesem würde die Reise nicht gehen zumindest war es das was die Reisenden bisher gesagt bekommen hatten von Quellen denen sie vertrauten zumindest was die Reisenden jedoch nicht gesagt bekommen hatten war wie sehr sich das Territorium der Evoli abheben würde so sehr es auch nur ein Teil des Waldes war allerdings grenzte sich dieses ab durch einen massiven Graben im Boden sichtlich unnatürlich und kreiert das ist noch übrig geblieben aus alten Zeiten früher als Grudan den Stamm für eine Weile unter Kontrolle hatte hat er eine Mauer errichtet deren Fundament bis in den Grund ging seitdem Evie wieder die Leitung übernimmt steht die Mauer nicht mehr Grudan hat sie entfernt den Graben in dem das Grund Grund haben die Pokémon gelassen um ihr Heim zu markieren es dient dadurch viel eher dem Sinn den Evie einst wollte Information anstatt Abschränkung oder Ausgrenzung denn Besucher sind dem Stamm in der Regel willkommen das einzige was deutlich schwieriger ist ist der Beitritt dieser ist ausschließlich Evoli Form gewährt mit wenigen Ausnahmen die entweder der gesamte Stamm oder Evie selber zugelassen hat Grudan bei erster Option meine Mutter und früher auch ich bei zweiter er gleichzeitig muss ich euch jetzt bitten mir wirklich strikt zu folgen und Absul wenn ihr Vertrauen gewinnen wollt dann bewahrt euch keine Geheimnisse wo auch die Wahrheit sein kann kurz gesagt ich empfehle dir ein Stolz für den Moment im Hintergrund zu stellen und ab hier als Zoroak zu reisen erst war das Zoroak sichtlich erschrocken dass Funkenherz überhaupt wusste dass seine Geburtsgestalt nicht die eines Absolds war andererseits konnte er sich selber denken wodurch dieses Wissen entstand und weshalb deswegen entschied er sich ganz zu Flammes Überraschung weder zu debattieren noch sich zu widersetzen stattdessen nahm er das Abbild eines Zoroak an auch wenn sichtliches Unwohlsein mit einher ging und die Gruppe wanderte weiter aber nun inmitten des Territoriums des Stammes war es offensichtlich keine weite Reise mehr bloß eine Viertelstunde war es bis eine eigenartige Ansammlung von Felsen den Horizont schmückte das dort ist das Dorf diese Felsen sind ausgehöhlt und bilden die Gebäude der Gruppe vergesst nicht wenn wir dort sind die Monhegen dort extreme Vorurteile gegen euch und werden jedes Wort genauestens unter die Lupe nehmen sprecht am besten so wenig es geht und anschließend mit Bedacht wenn ihr angesprochen werdet den Rest versuche ich zu klären sie kennen mich irgendwie fühlte sich Flamme nicht wirklich wohl dabei einem Pokémon ihre Verteidigung zu überlassen welchen er nicht wirklich traute aber andererseits so dachte er sich könnte er sich einmischen wann er wollte würde das Luxier Unwahrheiten erzählen deswegen aber auch nur deswegen entschied er sich gegen Einspruch sondern folgte weiter stumm zu den Felsformationen dort angekommen trat Funkenherz entschlossen zwischen den Felsen hindurch auf den Platz in ihrem Zentrum ein paar wenige Pokémon befanden sich hier jedoch auf den ersten Blick keine die das Trio irgendwie interessieren sollten Flamme erspähte nichts als reguläre Evoli Formen die vermutlich nicht mehr als normalste Bewohner dieses Ortes waren eine Ausnahme zu diesem Muster kam jedoch schnell angelaufen ein einzelnes Bisasam in den Massen der anderen Funkenherz lässt du dich auch wieder blicken du weißt doch dass ich mir Sorgen mache wenn du so lange weg bist ich weiß Mama aber du weißt auch dass die Rundfahrt nun mal zwei Wochen dauert und letztes Mal habe ich es nicht mehr geschafft vorbeizukommen als wir hier gehalten haben ich verstehe dich ja du willst reisen wie schon immer und du sollst dich dabei nicht von meiner nervosität abhalten lassen ich habe einfach zu viel Zeit zum denken da entstehen Sorgen nun erst schien das Bisasam sichtlich funken Herz Mutter die Pokémon zu beachten welche zusammen mit ihrer Tochter ins Dorf gekommen waren wen hast du denn da mit gebracht zwei Feuer Pokémon und einen Sorok aber ist das nicht ja es gibt zu reden kannst du bitte Evie holen natürlich sie müsste gerade ich bin bei niemandem ich bin hier was geht hier vor sich vom größten Felsen hinab in dessen Spitze scheinbar eine Höhle sprach nun ein Pokémon herab das Fell erstrahlte in allen Farben des Regenbogens eigenartige Muster durchzogen ist an manchen Stellen mit stechend grünen Augen blickte es hinab den Blick abfüllt von Misstrauen und Zorn wo hingegen die angebrachte orangene Blume an einem Ohr ein Kontrast der Friedfertigkeit zeigte ansonsten zeigten sich Elemente jeder einzelnen Evoli Form dies musste sie sein ganz eindeutig das legendäre Hoffnungspokémon Evie schnell und elegant sprang sie herab den Blick niemals von den Fremden ablassend also wirklich das uns hat hier einen großen Fang mitgebracht Funken Herz ein Vulpix ein Fucano vom Soak hat Omega nicht geredet aber das scheint mir herzlich irrelevant ich dachte er wollte sich selber um das Problem kümmern oder seid ihr nicht die drei vor denen uns Omega höchst selbst gewarnt hat sie sind Funken Herz ich bin dir dankbar dass du sie hergebracht hast aber diese Worte will ich von ihnen selbst hören wie inzwischen beinahe Standard Riss soll das Wort schnell an sich in der Sorge dass die Worte seiner Begleiter eher Schaden als helfen würden Das sind wir ja wir haben keinen Grund es zu verheimlichen schön wenn ihr sowieso gesteht macht es die Sache simpel dann seid ihr am Ende eures Weges angekommen wartet doch mal kurz Evie es ist bitte halte dich hier erst einmal raus gut also jetzt hör doch mal zu verdammt du hast selber aufgefordert zu sprechen also lass ihr auch alles erzählen nicht nur was du hören willst was ist heute los mit dir Funken Herz es nicht wie du so zu sein zeig dich nicht von deiner schlechtesten Seite wenn uns ein gemeinsamer Feind gegenüber steht wenn ich den Streit dann unterbrechen darf damit wirklich zum Punkt kommen Funken Herz benimmt sich so dass sie unsere Gründe kennt und möchte dass du sie zumindest anhörst nenne mir einen Grund warum ich das sollte weil du mich heute hier und jetzt als Feinde gewinnst wenn du es nicht machst von den rauen Worten offensichtlich erzörend blickte das Hoffnungspokémon das Luxio an doch entschied sich überraschenderweise für eine Kooperation also also gut also gut dann sprecht also die Kurzfassung ist wir sind hier im Kampf gegen Omegon weil unsere Weltenbäume sterben wenn er es nicht tut die beiden stammen aus dem Weltenbaum des Forstes ich aus dem des Lunaren auch der Weltenbaum des Sturmes und der Schatten stehen am Abgrund und das alles weil Omegon die Lebensenergie aller Weltenbäume für sich beansprucht um sein Kaiserreich zu kreieren ein Reich in dem er alleinig der Herrscher ist und da unsere Weltengeister sich ihm nicht untergeben ein Reich ohne sie oder ihre Weltenbäume nachdem alles andere gescheitert ist haben die Weltengeister Flamme und Sola wählt um in die Wurzelwelt dieses Weltenbaumes zu gelangen und dort Omegons Kern zu zerstören als Jetzt habe ich euch angehört und für Lügner befunden Die Geschichte hat uns Darkrai schon einmal versucht zu erzählen während er Kriege angezettelt und Millionen das Leben genommen hat Wir alle mussten mit ansehen wie jene starben die uns nahe waren und zwischen jedem Leben das er nahm sprach Darkrai von Gerechtigkeit Aber du sagst es ja selber Ivy Wir haben die ganze Geschichte schon einmal gehört Weil wir wussten schon damals dass Anni etwas wahres dran ist Denk doch an den Kampf gegen Weiles Anomegon der alleine mächtiger ist als alle anderen Welten Geister und mehr Wir haben doch damals alle überlegt ob wir nicht vielleicht auf der falschen Seite stünden Aber haben uns dagegen entschieden denn es war ja Darkrai der sprach Ein Pokémon das wir als Feind sahen weil wir dazu angestiftet wurden dies zu tun was du also sagen willst ist dass du ihnen glaubst voll und ganz auf der Schifffahrt von Schmuckstadt bis hierhin habe ich sie bereits kennengelernt und ich habe gesehen sie sind keine schlechten Pokémon alles andere und es passt auch alles zusammen die Geschichte ist alles andere als weit her geholt das sechste Pokémon im Bunde die bisher nur zugehört hatte mischte sich nun auch vorsichtig ein also ich finde wir sollten zumindest eine Erwägung ziehen dass die drei die Wahrheit sagen es würde ja funken herz bulbi ihr beide könnt die situation nur parteiisch betrachten denn wenn es denn die Wahrheit wäre dann würde es auch Scheinux ändern ihr wollt lediglich dass es wahr ist und das funktioniert nicht in zwei Richtungen du bist doch genauso parteist da du nicht willst dass alles auf eurer Reise im Unrecht war es würde ändern wie du Omegon und Darkrai sehen musst du willst um deiner ideale willen dass wir lügen es schien als wäre der Streit völlig abgedriftet und vor allem merkte Evie dass sie alleine stand im Bewusstsein dieser Tatsache ließ sie den Streit also etwas schweifen wenn du nicht sogar auf ihre Seite stellst Funkenherz weshalb hast sie dann überhaupt an diesen Ort gebracht was wollt ihr von meinem Stamm Omegon hat alle Wege in seine Wurzelwelt versperrt das wisst ihr ebenfalls deswegen können wir diesen Ort nicht erreichen egal wie unsere Weltengeister haben uns allerdings angewiesen im Bewusstsein dass dies geschehen könnte dass wir in so einem Fall in den Weltmaum in Schmuckstadt wurde uns dann zu so einem Ort gewiesen speziell wurde uns zu Groudon gewiesen welches angeblich wissen soll wie wir dorthin gelangen wir sind also nun hier um diesen Groudon zu treffen mit einem Hauch der Erleichterung wandte sich Evie um seht ihr hier irgendwo einen meter großen Godzilla ich auch nicht Groudon ist vor wenigen Tagen abgereist ohne uns mitzuteilen wohin heißt er ist gerade nicht hier und ich weiß nicht wann er wieder sein wird Kapitel 9 die zynische Vereinbarung abgereist war dieser Groudon also das passte ja gerade sehr gut in das Weltbild des Elementara und war dementsprechend verdächtig allerdings bemerkte auch Funkenherz Mutter das Misstrauen der Reisenden sie sagt die Wahrheit es ist keine seltenheit dass Groudon einfach loszieht dementsprechend können wir euch auch gerade nicht zu ihm bringen also wenn das dann klar gestellt ist ich habe wenig Lust euch zu helfen aber selbst wenn ich mich dem Druck hingebe ich kann euch nicht helfen genau wie der Rest des Stammes dementsprechend könnt ihr jetzt unser Territorium verlassen dieser Trip war alles andere als eine Hilfe gewesen aber Flamme war schon positiv überrascht dass es schien als würde zumindest kein Schaden als Resultat verbleiben soll soll allerdings machte eine Feststellung die zeigte dass dieser Umweg noch nicht am Ende war wir werden aber am Rande des Territoriums verweilen zwar werden wir Groudon suchen aber hier ist der Ort an dem wir ihn irgendwann finden werden er wird schließlich irgendwann zurückkehren alleine der Gedanke machte die Stammesführerin sichtlich unruhig je nach könnten diese mon so weit reisen wie sie nur wollten Hauptsache weg allerdings zu wissen dass der Feind so nahe bleiben würde gerade außerhalb ihrer Sicht störte sie enorm aber gleichzeitig das wusste sie auch sie hatte kein Recht die Reisenden weiter als bis zu den Grenzen des Gebietes des Dorfs zu schicken ohne dabei weiteren Streit anzuzetteln so nahe wollt ihr bleiben nein so nicht wie soll ich denn eine ruhige nacht verbringen wenn ich euch so nahe weiß wir werden aber bleiben das werde ich wohl nicht verhindern können aber wenn ihr bleiben wollt dann im Dorf wenn ihr schon im Umkreis bleiben müsst dann will ich euch auch in meinem Sicht Feld haben wir können aber nicht im Dorf bleiben wir warten nicht schlicht auf Grodons Rückkehr wir werden uns selber auf die Suche machen nun erst mischte sich Funkenherz wieder ein in einen Streit zweier Parteien welche sie am liebsten irgendwie beide unterstützen würde wie wäre es denn dann mit einem Kompromiss vom Abend bis zum nächsten Morgen halten sich die drei hier im Dorf auf direkt in Sicht weit über die Nächte und über den Tag hinweg suchen sie in dem Radius den sie so erreichen können eigentlich müsste damit doch jeder zufrieden sein müsste ich das für mich hört sich das Ganze so an als wäre deine Idee schlicht dass ich den Mondar ein Nacht Quartier gebe um sie auf der Reise zu unterstützen eine Win-Win Situation bei der aber beide Wins an ihrer Seite des Deals sind aber das war doch gerade was du wolltest dass die drei nicht unbewacht in der Nähe des Dorfes herum schleichen suchen werden sie sowieso das weißt du selber du hast nur die Wahl ob die Suche unter deinem Radar oder völlig außerhalb deiner Kontrolle statt findet was das Luxio hier sagt war keine Lüge am liebsten würde Evie ihnen die Suche nach Groudon natürlich verbieten aber wie sollte sie das und mit dieser Abmachung könnte sie die Lage im Blick behalten während sie weiteres Vorgehen plante na gut meinet wegen also ihr drei so sieht der deal aus ihr bekommt ein Quartier für die nacht und werdet über den Tag nicht an eurer Suche gehindert zudem seid ihr direkt an jenem Ort an dem Jordan wieder auftauchen wird im Gegenzug dafür verlange ich aber auch Klarheit heißt seid ihr zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang außerhalb des Dorfes dann braucht ihr nicht zu versuchen zurückzukehren ihr würdet als Feinde behandelt werden auch außerhalb dieses Territoriums außerdem gelten in diesem Dorf meine Regeln und solange ihr seid befolgt auch ihr diese Regeln also haben wir ein Deal nichts ist verhandelbar außer ihr wollt für euch selber noch Nachteile in den Deal einbringen wollt ihr in die andere Richtung verhandeln dann lasst es sonst bekommt ihr gar nichts Flammes Antwort war zunächst nichts als ein misstrauischer Blick bevor er eine sehr diplomatische Antwort gab wir werden uns erst einmal beraten diplomatisch ja aber angebracht darüber gab es scheinbar zwei verschiedene Meinungen ich warte jetzt nicht bis ihr euch rum gestritten habt also wollt ihr eine Kooperation unter Bedingungen oder eine Feindschaft darüber solltet ihr nicht diskutieren müssen und doch machst du klar genug dass du uns nicht vertraust wie sollen wir dann wissen dass du dein Wort hältst das könnt ihr weil ich darauf achten werde na gut dann haben wir ein deal mit neutralem Ausdruck wandte sich Evie ab und sprang wieder auf halbe Höhe zu jener Einhöhlung aus welcher sie anfangs aufgetaucht war von dieser erhöhten Position richtete sie sich wieder an die Pokémon auf dem Platz gut dann gebe ich euch einen schnell durchlaufte Regeln hier hört gut zu ich werde mich nicht wiederholen erstens wenn eine Entscheidung über etwas von nöten ist was mehr als ein Individuum oder in eurem Fall eure Dreiergruppe betrifft dann werde ich an der Entscheidung beteiligt allerdings nur wenn ich mich im Offenen befinde solange ich in meinem Heim bin hat mein Bruder das Wort es sei denn ich sage anders damit kommen wir auch zur zweiten Regel meine Höhle ist für euch völlig tabu wenn ich nur einmal sehe dass jemand von euch sich näher befindet als am Fuß dieses Felsens dann ist der Deal vorbei ohne jede Debatte Regel 3 verpflegt euch selber unsere Nahrung ist unsere Sache und eure ist eure der Fluss hat sauberes Trinkwasser dieser ist auch euch zugänglich es ist ein Fluss Regel 4 ihr steht für euch heißt niemand wird euch bei eurer Suche helfen niemand und damit meine ich auch keine Freiwilligen dem dem letzten Satz folgte ein wissender Blick auf Funken Herz ihr werdet in diesem Dorf aufgenommen aber nicht als Bewohner sondern als Besucher und glaubt nicht dass ihr meine Regeln umgehen könnt nur weil ich gerade nicht anwesend bin jedes einzelne Pokémon wird Augen und Ohren offen halten und mir berichten wenn ihr auf dumme Ideen kommt unser Deal hält so lange bis ihr eine Bedingung brecht oder bis sie Groudon begegnet egal ob nach seiner Rückkehr an diesem Ort oder wenn ihr ihn findet irgendwo anders wobei ich realistisch bleibe ihr findet ihn nicht unterschätzt uns nicht ich rate euch dasselbe gerade gebe ich mich dem Druck hin und unterstütze euch bedingt aber verscherzt es euch nicht mit mir glaubt nicht dass ihr eine Chance hättet sollte es auf einen Konflikt ankommen und was euch wohl noch wichtiger ist glaubt nicht dass Groudon euch nur ein Wort verraten wird wenn ihr gegen unsere Regeln agiert er ist einer von uns und handelt dementsprechend nach dem Willen der Mon des Stammes also damit sind hoffentlich alle Fragen geklärt die Sonne nährt sich bereits dem Untergang ich rate euch also heute von einer Reise ab und behaltet meine Worte gut im Kopf ohne überhaupt auf mögliche Fragen zu warten wandte sie sich um aber nur um Sekunden später erneut aus ihrem Heim heraus zu blicken Funkenherz Bulbi ihr beiden kommt her wir haben noch zu reden nun zog sie sich zurück dieses mal ohne erneutes hervorblicken der Aufforderung folgend zogen auch Funkenherz und ihre Mutter sofort nach wobei sich die Reisenden alleine auf dem Dorf Platz zurück gelassen sahen noch schneller hätten die Mann uns nicht abwürgen können oder was genau sollen wir jetzt tun wo sollen wir vor allem hin sie fragen gehen ist ja scheinbar außer frage und nach ihrem Vertreter fragen geht schwer wenn unser einziger Hinweis ihr Bruder ist glaubt sie wir kennen hier die Mann oder was Entschuldigung ich hab euer Gespräch mit angehört ich kann euch weiter helfen mein Name ist Blatt ich bin Ivys Vertreter auf dich sollen wir hören wenn sie nicht da ist also wenn es mal etwas gäbe bei dem ich etwas anweisen würde dann ja aber für gerade ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung ob Evie irgendwas bestimmtes für euch geplant hat wenn nicht dann könnte ich euch einen leeren fels zuteilen dann passt das doch bring uns hin wie gesagt ich weiß nicht ob Evie etwas anderes vor hatte und ich würde sie ungern gerade stören ich will wirklich nicht dass irgendwelche probleme entstehen weil ich vorschnell helfen will wenn sie sich nicht selber drum kümmert dann ist es ihr entweder egal oder sie muss sich drum kümmern was denn sonst der plan uns hier rumstehen lassen bis sie da irgendwann fertig sind das stimmt auch irgendwo also gut ihr wartet hier erstmal ich gehe sie fragen aber denkt an die regeln gerade an die ihres hauses sie kennt keine ivi hat angewiesen dass sich ein fels hergerichtet wird bis das erledigt ist sollt ihr draußen bleiben also innerhalb des dorfes natürlich weil ihre regeln mein gut gemeinter rat wäre dass ihr es euch da hinten mit der pfote zeigte der vertreter auf eine schattige ecke wie es die meisten ecken hier waren zwischen den felsen dass ihr es euch dort hinten bequem macht ihr habt bestimmt nach eurer reise durst und dort fließt der fluss und es ist einfach eine ruhige ecke ich werde jemanden vorbeischicken oder selber vorbeikommen wenn der fels bereit ist den worten des pflanzen pokemon wurde folge geleistet es schien grundlos dies nicht zu tun es war ziemlich deutlich dass er bloß seinen job machte ohne in eine richtung parteiisch zu sein zumindest in seinem handeln zumal er nicht unrecht hatte auch wenn der wald angenehm kühl durch den schatten war welchen die bäume spendeten war der wanderweg und der streit anstrengend und langwierig gewesen und hatte viel kraft gekostet also ließen sich die drei zunächst am fluss nieder um ihre trockenen kehlen zu befeuchten wobei Flamme kurz etwas zögerte das flusswasser floss zwar doch es war so ruhig so ohne wellen dass es beinahe wirkte als stünde es lediglich die blätter welche an manchen stellen schwammen bewiesen dass dies nicht der fall war und trotzdem befürchtete das wulpix beinahe das bild eines sees eingebrannt in seinem verstand dass sich die wellen teilen und ein anderes wesen offenbaren würden wenn er denn nur einen schluck nahm mit dem wahn hatte er seit dem letzten treffen überhaupt nicht mehr kämpfen müssen wohl auch teils durch seinen stark angestiegenen Telizium Konsum doch dafür war er an dem Punkt angelangt an dem er selbst der vermeintlich guten Seite seines inneren Zwiespeils nicht begegnen wollte die Reise war weit vorangeschritten seitdem Flamme zum letzten Mal mit Inferno sprach aber immer noch schienen die Gedanken wie festgesetzt also ich weiß ja nicht was ihr davon haltet aber aber ich kann nicht behaupten dass ich sonderlich viel von dieser ganzen Abmachung halte diese Evie kann uns nicht leiden und glauben tut sie uns sowieso kein Wort so selten das bisher auch war ich muss dir zustimmen aber es ist nicht wirklich so als hätten wir gerade Alternativen selbst wenn wir Groudon allein finden würden er gehört auch zu diesem Dorf und steht deshalb unter Evies Kommando heißt wenn wir sie zur Feinden haben dann erfahren wir kein Wort und du bist dir sicher dass wir das so tun ich traue ihr nicht der einzige Grund weshalb sie hier mitspielt ist dass Funkenherz und ihre Mutter scheinbar auf unserer Seite stehen habt ihr nicht mal genau zugehört der Deal endet wenn wir Groudon begegnen sagte sie nicht wenn er uns den Weg gewiesen hat ich ahne schon ihren Plan sobald dieser Groudon auftaucht sind wir laut Deal wieder Feinde auch des Dorfes sie will nur warten damit sie noch einen Kämpfer mehr hat es ist nicht unmöglich aber gleichzeitig bietet es Optionen sie glaubt nicht daran dass wir den Kerl finden wenn wir ihn also vor seiner Rückkehr finden und den Weg erfahren bevor Evie ihren Frieden zurück nehmen kann dann kann sie uns nichts also wird es ein Rennen gegen die Zeit werden kapitel kapitel 10 ein ein wunder in flammen eine renn gegen die zeit nun zumindest wenn sich die vermutung des trios als begründet heraus stellten wobei die alternative auch kaum vorhanden war sollten sie sich nun entscheiden den deal nachträglich zu brechen dann stünden ihnen sofort Feinde gegenüber welche sie nicht als Feinde haben wollten die Eile die sich so bot war eine von Vorteil denn zumindest war die erste Phase so eine des Kompromisses ein Kompromiss der ihnen unter anderem ein Dach über dem Kopf brachte und genau für dieses wurde es langsam auch mal Zeit dachte sich Flamme lange warten musste er aber auch nicht mehr denn Momente später näherte sich das bekannte Vollie Pur bei jenem Platz an welchem Flamme Soll und Absol auf seine Anweisung noch warteten tut mir leid dass ihr warten musstet eure Höhle ist jetzt bereit also folgt mir ich bring euch hin ohne Einspruch liefen die Reisenden also hinter dem Vertreter Evies durch die orangenen Lichtstrahlen des Sonnenuntergangs welche vereinzelt durch die Baumkronen fielen es begann also jene Zeit in welcher sie in nächster Zeit am eingeschränktesten wären nicht in der Lage das Dorf zu verlassen ohne danach nicht wiederkehren zu können jener Ort welcher auf diesem Abschnitt der Reise als Heim der Helden dienen sollte war eine simple Felshöhle wie eigentlich alle anderen ein hohler Stein mit Sichtschutz am Eingang dahinter Licht durch zwei Luftlöcher höher gelegen in in den Wänden ans was für Flamme die Frage erzeugte warum genau sie jetzt so lange hatten warten müssen war der Raum ziemlich leer das einzig hergerichtete waren drei kleine Heubetten und ein großer Haufen Stroh an einer der Wände hier werdet ihr fürs erste übernachten das Stroh da entdecke dient als Ersatz sollte es nötig werden je nach Wetter herrscht hier eine hohe Luftfeuchtigkeit was teilweise für die kleinen Mengen der Betten zu viel ist als dass sie nicht faulen wenn das während eurem Aufenthalt geschieht dann findet ihr nördlich vom Dorf ein Loch für Natur Abfälle in dem wir Dünger kreieren wenn es Nacht ist und ihr das Dorf nicht verlassen dürft könnt ihr fragen ob jemand anderes es für euch weg bringt wenn ihr denn wen findet die Bewohner dieses Ortes dürfen euch nicht auf der Suche helfen davon dass so etwas nicht geht hat wie aber nichts gesagt was aber auch nicht zwingt heißt dass sich jemand findet in dem Fall müsst ihr dann eben die Nacht lang klarkommen oder ihr legt es am Dorfrand ab also ich glaube das war dann alles was ihr sonst wissen müsst ivia denke ich mehr als deutlich gesagt was sonst noch ist tatsächlich wartete dieses Pokémon noch für einen Moment scheinbar im Falle dass noch eine Frage folgen würde allerdings geschah dies nicht und somit trat auch das Vollipur ab also dann würde ich sagen für heute sind wir fertig keine Ahnung wie ihr dazu steht aber milch geschlafen morgen ziehen wir so früh es geht los wir brauchen Zeit wenn wir Fläche abdecken wollen macht ihr das wenn ihr wollt ich bin nicht wirklich müde also gehe ich noch etwas durchs Dorf laufen vielleicht kann ich auch mit 1 2 Mon reden und lernen was hier für Leute leben oder auch niemand wird ein Wort mit dir wechseln aber wenn du es versuchen willst dann tu was du nicht lassen kannst aber beschwer dich nicht wenn du zu müde bist weil du zu wenig schlaf bekommst wir werden morgen früh aufbrechen egal wie viel schlaf du hattest nun überraschend fair für Flammes verhältnisse dachte sich soll und trat ohne weitere Worte ab ab soll machte es sich direkt bequem ausnahmsweise in seiner Form als Zoroak vermutlich aber auch nur da er einfach nicht einmal daran gedacht hatte dass er seit dem Eintritt in dieses Dorf nicht in seiner sonstigen Gestalt auftrat nicht dass Flamme sich daran störte eher im Gegenteil er war froh dass das Pokémon sein wahres Angesicht trug ohne scheinbar vom Ekel über sich selbst durchzogen zu sein und wenn es nur aus Ignoranz war denn so wenig Absurd auch ein Zoroak sein wollte er war es und das war kein Grund für Schande wieso sollte man ablehnen wenn man selber ist wenn man im Kern doch ein gutes Mon ist doch es dauerte nur Sekunden bis doch eine Beschwerde des Unlichttypen folgte nicht etwa weil ihm aufgefallen war in welcher Gestalt er sich befand sondern da er den Geruch wahrnahm welcher entstand als Flamme ein Blatt Delizium zerrieb schon wieder Flamme du musst aufhören dieses Zeug zu nehmen oder wenn es gar nicht geht dann schränkt die Menge ein und zwar deutlich habe ich das falsch im Kopf oder hattest du erst vorgestern was von dem Kram was sein muss sein so viel wie nötig so wenig wie möglich das sag ich ja immer und im Moment ist viel nötig das bezweifle ich jetzt mal bleib mal ruhig bald muss ich sowieso rationieren oder besser noch suchen in Wäldern müsste man das Zeug finden oder nicht bald rationieren flamme du willst mir jetzt doch bitte nicht erzählen schwungvoll erhob sich das Zoroak und nahm den Beutel des Wulpix an sich in ihm befanden sich neben ein paar anderen Vorräten noch ein paar wenige Blätter des herausstechenden Kraute dieser Anblick genügte Absalom zu agieren ohne zu zögern griff er sich jedes einzelne Blatt des Tillitium und nahm einen Stein welchen er durch Nutzung seiner scharfen Krallen Funken sprühen ließ jene Funken stürzten hinab auf die Pflanze und entflammten was am Boden lag Fassungslos blickte Flamme das entflammte Grün an als Absalom seinen Beutel schwungvoll wieder zuwarf damit ist das jetzt hoffentlich auch geklärt Flamme du musst aufhören merkst du denn nicht selber was zur Hölle du deinem Körper und deiner Psyche antust was du seit unserer Ankunft in dieser Welt von dem Kraut eingeahmet hast ist ein Vorrat der in schlimmsten Fällen immer noch Monate halten sollte so kann es nicht weiter gehen und wenn du selber das nicht verstehst dann muss ich dich eben dazu zwingen wortlos wandte sich das Zorak ab und legte sich wieder auf eines der drei Strohbetten immer noch blickte Flamme starr auf die nun nur noch glühende Asche keine Beachtung auf das Pokémon gerichtet dem sonst die Aufmerksamkeit des Wulpix meist gehörte wie auch die Pflanze die das Wulpix leitete entflammte Zorn bei diesem Anblick wie konnte er es wagen mit welchem Recht mischte sich dieses Sorak in Sachen an die nichts anging das Telizium war Flammes stärkste Waffe sein einziger Zufluchtsort gegen seine eigenen Gedanken Er brauchte es er konnte nicht ohne es reisen welchen Sinn hätte die Suche nach Groudon denn wenn eine Reise nach dem Treffen ein Ding der Unmöglichkeit wäre also gut wenn sich alle anderen immer einmischen wollten wenn es um Telizium ging dann würde er ihnen keine Macht mehr lassen am nächsten Tag würde Flamme den ganzen Wald durchforsten auch wenn seine Begleiter ihn abhalten wollen würden er würde neues Telizium finden und die beiden würden es nicht einmal krumm anschauen dürften glaubten sie wirklich sie würden helfen merkten sie nicht dass sie es waren die die mission an den rande des abgrunds brachten die morgensonne ging bereits auf es war zeit die suche nach Groudon endlich zu beginnen ursprünglich das trio hatte sich bereits gesammelt in ihrem temporären Heim doch der Plan musste bereits verworfen werden ich sage euch doch ich kann mit kommen einen scheiß wirst du flamme guck dich mal im fluss an es ist als als hättest du drei tage nicht geschlafen und beim laufen kann man dir nicht zugucken man denkt alle drei meter du kippst gleich um hörst du du bleibst hier da soll und ich können auch alleine auf die suche gehen wir lassen dich schon nicht zurück wenn wir ground finden ruhig und beständig saß das wulpix in seinem strohbett gedanken im kopf die seinen worten widersprachen ich kann auch nicht einfach einen tag ausfallen lassen wir müssen diesen ground heute finden und dafür brauchen wir drei mon wir brauchen aber noch dringender drei mon sobald wir ihn gefunden haben das hier steht nicht zur Diskussion wir gehen soll ohne auf neuen einspruch des wulpix zu warten trat das soroak nun wieder in gestalt eines ab soll aus der kleinen höhle soll nach einem kurzen besorgten blick folgend endlich waren sie weg flamme dachte schon langsam sie würden sich nie verpissen ein wenig fluss wasser vor sonnenaufgang in die augen etwas beim laufen dramatisch tun und schon war für heute aus dem schneider seine beiden team partner wollten groudon finden und dass sie suchen machte ja sinn aber flamme hatte eine andere mission eine bei der sein bruder und ab soll nur stören würden ein halbes stündchen würde er noch ungefähr warten und dann alleine in den wald aufbrechen vivi hatte schließlich nie gesagt dass sie als gruppe aus dem dorf gehen und wiederkehren mussten während seine begleiter also auf die suche gingen ihn erkrankt glaubend spielte er ein wenig vor um ungestört neues telizium suchen zu können es war ein großes glück dass flamme so vertraut mit der gesuchten pflanze war im bunten laub und grün gras wäre die suche zu einem großen problem geworden während form und geruch selbst in ungeriebener form nicht vertraut für das vulpix hier 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 konnte er sein vorrat tatsächlich erfolgreich ausfüllen während er teile seiner aufmerksamkeit in die ferne legte immerhin war er nicht alleine auf der suche im wald wenn ein mon der evolin sehen würde das wäre völlig egal dass er alleine abgezogen wäre das hatten sie sowieso schon verwirrt festgestellt aber er konnte sich nicht sicher sein wo ab soll und soll sich herumtrieben und ein treffen mit ihnen würde fragen aufwerfen die er keine lust hatte zu beantworten auch deshalb hielt er sich zu großen teilen nahe der siedlung auf dumm waren seine begleiter nicht dementsprechend würden sie über kurz oder lang von seinem heutigen ausflug erfahren aber genauso würden sie die suche logisch planen und das logischste für diese wäre wenn sich beide so weit sie es schafften entfernten wenn grudon nahe wäre würde er ohnehin bald auftauchen wenn er fern war dann würde man ihn nicht in der Nähe finden nun stellte sich die frage wie lange könnte flamme verstecken dass er sein geliebtes telizium aufgefrischt hatte obwohl sich absol dem denn so strikt erwehrt hatte und was würde dann geschehen doch anders gefragt was könnte denn überhaupt geschehen wenn flamme sein besitzt dieses mal nur verteidigte dann könnten die zwei anderen auch nichts daran ändern die dynamik der gruppe war ohnehin schon lange eine die nicht auf freundschaft oder verständnis beruhte sondern bloß auf einem gemeinsamen ziel welches auch nach neuem streit nicht schwinden würde und die meinungen anderer mon was brauchten sie ihn zu stören soll behauptete dass am Ende des Weges Harmonie der Schlüssel wäre doch war dem denn wirklich so auf der reise konnte es einem einsam erwählten egal sein was die meinungen anderer waren wenn er scheiterte wäre es immerhin alles egal und sollte er irgendwie jeder Chance trotzen und Erfolg haben wer würde dann fragen was auf dem Weg geschehen war jeder würde bloß das mon sehen dass sie alle gerettet hatte genau dies war was soll nie verstehen wollte wogegen er immer sprach immer predigte er seine kryptische seine scheinweise lehre vom Weg als wahrem ziel eine lehre ohne jeden sinn das ziel war das ziel und über keinen großen helden fragten sich die mon wie hatte er es gemacht die frage lautete was und sie hatte es schon immer getan und genau deswegen konnte es flamme doch völlig egal sein was er auf dem Weg tat war tillitium gefährlich bestimmt erleichterte es ihm die reise ja und das war doch alles was am ende zählte wenn also das ziel näher rückte dann konnte er bis dorthin doch die Probleme ignorieren er war als Pokémon doch sowieso nicht mehr als ein Mittel zum Zweck für höhere Mächte ein Zahnrad im Uhrwerk eines welches bedeuten soll doch immer nur ein Zahnrad und dieses würde sich weiter drehen weiter und weiter und weiter immer weiter dieselben Kreise aufs Neue aufs Neue aufs Neue Kapitel 11 Wort ging Wort Die Sonne ging unter selbst durch die Wipfel der Bäume sah Flamme dies Sie waren bereits wieder im Dorf angekommen ihren Teil des Stils einhaltend so wie nun einmal ausgemacht zum wiederholten Male Einige Tage waren bereits ins Land gezogen Die Suche nach Groudon trug keine Früchte auch wenn sie bereits seit langem zu dritt statt fand Flamme war glücklicherweise schnell genesen hieß er beendete sein Schauspiel schon bei der Rückkehr seiner Teampartner am Tag der getrennten Suche beinahe vollständig behaupten dass sein Zustand scheinbar bloß Schlafmangel gewesen sei welchen er über den Tag bereits beheben konnte er wusste selber natürlich dass kein Wort davon die Wahrheit war aber soll und ab soll schien es zu glauben und damit war es dann auch gut auch gut war dass bisher entweder keiner seiner Begleiter bemerkt hatte dass das Vulpix einen neuen Vorrat an Telizium errichtet hatte oder dass es sie nicht interessierte ein nehmt hat Flamme das Kraut immer noch in denselben Rationen wie zuvor der Unterschied nur dass er es nicht mehr im Umkreis seines Teams tat so hatten sie alle die rund zwei Wochen in diesem Dorf gut überstanden so weit es bisher ging aber es fühlte sich an als würde die Zeit ticken weiter und weiter irgendwann würde Groudon ins Dorf zurückkehren und dann sollten die Befürchtung des Trios berechtigt sein zumindest dann würden sie in großen Schwierigkeiten stecken nun erst einmal war aber wieder nacht eingebrochen bereits lange hatten sich alle drei monste ruhe gelegt nur flamme schlief unruhig ihm war als würde sein kopf durchschossen von einer stimme wieder und wieder dasselbe sprechend doch unhörbar was es war bis das wohl fix auf einmal die augen aufschlug und sich fand nicht in einer höhle sondern in ewigem blau alleinig durchbrochen von einem see schon lange war er nicht mehr hier gewesen zum glück und auch die stimme sprach nun laut und klar flamme komm zu mir inferno wollte mal wieder besuch das hätte er sich überlegen sollen bevor er gelogen hatte das abbild wohnte in diesem see was könnte er eigentlich tun wenn genau um dies zu testen und auch aus purem trotz wandte sich das vulpix schlicht vom see ab und schritt in die andere Richtung inmitten in das ewige blau begleitet wurde er von einer stimme flamme komm zu mir geh nicht wir müssen reden mussten sie das flamme war anderer meinung und in dieser lage war er der einzige der seinen willen durchsetzen konnte so schritt er einfach weiter und weiter weg die stimme wurde leiser und leiser bis das vulpix erneut aufschreck doch dieses mal fand er sich nicht an einem see wieder sondern in einer höhle die unterkunft im dorf der ewoli so einfach war es seiner inneren stimme zu entkommen und inferno dachte mal er hätte macht über flamme kurz dachte dieser nun darüber nach ob er sich einfach wieder schlafen legen sollte doch eine innere unruhe machte sich breit nein nicht direkt erkannte dieses gefühl wie ein ewiges kribbeln kleinste nadeln auf der haut unangenehm und ekelhaft ein gefühl welches er mit telizium vertreiben konnte also still um niemanden aufzuwecken erhob sich das wulpix blickte sich um um sicher zu gehen dass niemand sonst wach war absol schlief immer noch fest soll wo war soll sein bett war leer mit seltsamem gefühl verließ flamme über den hauptausgang ihre unterkunft es war ihm schließlich nicht verboten solange er abstand hielt von evys heim und solange er im dorf blieb trotzdem erschrak er als er direkt vor dem sichtschutz beinahe in ein blitzer rannte hey vorsicht wo du hinläufst wir wollen jedoch keinen unfall bauen nach einem kurzen blick auf sein gegenüber schien das blitzer zu bemerken wenn es sich gegenüber fand gehörst du nicht zu den drei gästen was machst du nicht hier in der nacht draußen du kennst eure regeln ja das tue ich aber hier darf ich mich laut denen aufhalten ich wollte nur frische luft schnappen natürlich war das nicht ganz wahr aber flamme wollte bestimmt nicht dass seine begleiter durch ein zufälliges pokémon herausfinden konnten weshalb er sich nachts davon schlich allerdings wirkte sein gegenüber wenig überzeugt frische luft brauchst du das wirklich ich werde euch doch sowieso die höhle mit dem scheiß loch auf der bodenhöhe gegeben wo es immer durchzieht oder hat sie das endlich mal stopfen lassen ein bodenloch in ihrer hütte also flamme wusste nichts davon äh zweiteres durchzukommen wieder kein achso ja dann macht das sinn ich hätte nur nicht gedacht dass sie irgendwann mal jemanden das loch stopfen lässt na dann das elektro pokémon wandte sich ab den weg scheinbar in richtung evys heim einschlagend kurz blickte flamme ihm nach als er tatsächlich den hügel hoch stieg anschließend ging er zurück in ihre behausung alles andere konnte gerade warten ein gestopftes loch in der behausung und das während soll ohne hinweise verschwunden war das war bestimmt nicht nur ein komischer zufall immer noch leise schlicht flamme also durch die kleine höhle weiterhin bedacht ab soll nicht aufzuwecken ein loch also welches wohl blockiert wurde aber wo mehr als stein gab es hier nicht stein und stroh stroh das zum teil in einem großen haufen an der rückwand lag nach nach schub hatte es gehießen vorsichtig schob das vulpix es zur seite und ja tatsächlich seine vermutung war korrekt hinter dieser einzigen vorbereitung die ivi in dieser hütte getroffen hatte war ein loch kaum größer als flamme wenn dieser sich duckte doch führend aus der höhle und aus dem dorf heraus ein weg das dorf unbemerkt zu verlassen und eine die sein bruder wahrscheinlich genutzt hatte das musste er untersuchen vorsichtig krocht der auserwählte also durch den geheimgang das strom mühsam hinter sich zurück an den ort zerrend an dem es sein sollte und was jetzt flamme stand nun im wald gerade außerhalb der dorf grenze aber ohne jede weitere spur aber er war dazu ausgebildet spuren zu finden und wenn sie noch so klein waren wozu aber würde sein bruder sich in tiefster nacht aus dem dorf schleichen das frisch zertretene laub welches schon am morgen keine spur mehr bieten würde sollte den weg weisen welcher in gerader linie weg vom dorf führte lediglich kurz platz machen wenn ein hindernis den weg blockierte sei es strauch baum oder busch bestimmt folgte das vulpig so eine viertel stunde dem pfad selbst die grenzen des evoli territoriums übertreten aber bald bald endlich sollte er fündig werden als er in der ferne licht durch die bäume scheinen sah eine leise stimme drang mit diesem soll unsicher was er vorfinden würde trat das vulpig zunächst durch das gebüsch schleichend um unbemerkt erspähen zu können was sein bruder inmitten tiefster nacht hier tat steine lagen auf dem boden aus der schutz des restlichen waldes vor einem kleinen feuer welches im zentrum einer winzigen lichtung brannte über das feuer gerichtet waren stöcke zwei an der zahl an deren flammen enden äpfel aufgespießt waren an den enden welche auf dem boden befestigt waren saßen zwei pokémon dicht aneinander eines von ihnen die quelle der stimme welches flamme bereits von weiter entfernt gehört hatte er hätte es sich auch denken können oder irgendwo auch nicht ganz neben seinem bruder den worten gespannt lauschend saß ein luxio inzwischen relativ bekannt funkenherz natürlich hatte sie wieder ihre Pfoten im spiel bevor flamme überhaupt weiter nachdenken konnte schreckte sein bruder auf und blickte sich um ist da jemand fragen blickte ihn funkenherz an ich könnte schwören ich hätte gerade schritte gehört vielleicht bin ich aber auch nur übervorsichtig oder völlig leichtsinnig warum sich nun noch verstecken flamme hatte keinen Grund seine Anwesenheit weiterhin geheim zu halten stattdessen trat er aus dem gebüsch heraus auf die kleine lichtung soll strahlte beinahe eine art erleichterung aus aber auch unwohl sein als er seinen bruder so erblickte was was machst du hier flamme solltest du nicht schlafen die frage kann ich auch gerne zurück geben ich hab geschlafen bis ich aufgewacht bin und feststellen musste dass du nicht in der Höhle warst ich hab deinen geheimgang gefunden und bin deinen spuren gefolgt um herauszufinden was unglaublich dringend über irgendwas reden müsst dann tut es verdammt nochmal im dorf was hast du für einen grund dich so gegen die regeln aufzulehnen willst du evie provozieren wenn 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 uns einfach im dorf treffen könnten dann würden wir das flamme aber naja nachdem ich wie mich und mama zu sich gerufen hat als ihre vereinbarung mit euch gemacht hat da hat sie auch für uns bedingungen gestellt an erster stelle hat sie mir streng verboten noch irgendwie Kontakt mit den mon eurer Gruppe zu halten aber diese Regel ist einfach unfair und unbegründet sie hat sich sogar selber geweigert mir eine Erklärung zu liefern weil sie keine hatte natürlich hat sie einen Grund sie vertraut uns nicht genau wie wir ihr oder ich dir ihr beiden überlebt auch wenn ihr euch nicht sehen könnt anders als wir wenn Evie das hier heraus findet das wird sie aber nicht sie hat bisher noch kein Verdacht geschöpft das hast nicht mal du bis heute und du schläfst in derselben höhle wie ich bisher bis heute seit wann macht ihr diesen irre Sinn bitte ich sehe nicht was dich das angeht natürlich geht mich das etwas an wenn du leicht sinnig unsere einzige Chance auf Erfolg aufs Spiel setzt hast du vergessen worum es geht wieder einmal führte das gespräch zu nichts soll bemerkte dies beide hatten eine feste meinung einander widersprechend und komplett unwillig aufzugeben warum versuchst du überhaupt mich umzustimmen was willst du denn machen wenn ich nicht auf dich höre uns bei ivi verpetzen oder was was das pukano jedoch nicht erwartete war die schnelle kalte antwort wenn du es darauf anlegst warum nicht wenn ich das täte dann hätte sie weniger grunden mir und absolut zu misstrauen also denen die tatsächlich die regeln einhalten wenn du die regeln einhalten würdest dann wärst du mir nicht gefolgt immer dass du das dorf selber verlassen genauso wie ich die ausnahme bestätigt die regel wenn sie einen guten zweck hat also nenne mir ein grund warum ich eure tollen treffen hier geheim halten sollte wenn ich es nicht tue dann kann ivi den rest von uns schwerlich für deine fehler anklagen denkst du das wirklich glaubst du für sie wirklich drei individuen und nicht einfach eine gruppe von Feinden wenn sie davon heraus findet dann stehst du für sie genauso da wie soll ich bin bereit meine chancen zu testen kurz blickt das luxio nur fassungslos auf flamme bevor sie auf ihn zutrat die geduld sichtlich geschwunden was genau ist eigentlich dein problem ich kenne dich inzwischen auch seit ein paar wochen und ich habe bisher genau einmal was positives von dir mitbekommen und in dem moment warst du völlig high macht dir das irgendwie spaß findest du es toll andere in schwierigkeiten zu bringen so toll dass dir dabei egal ist was es für dich selber bedeutet warum hast du so ein problem mit mir weil ich dir nicht vertraue du vertraust mir nicht abgesehen von soll sind alle mon eurer gruppe mir immer noch fremde fremde mit dem einzigen ziel meine heimat zu zerstören und trotzdem habe ich euch übers Meer gebracht euch unterschlupf gewehrt ich habe wie offen widersprochen sie dazu gebracht euch eine Chance zu geben und das alles einfach so ich habe euch auf diesem weg so viel geholfen während du nebendran sitzt nichts tust außer zu kritisieren und zu beleidigen und da soll es gerecht sein dass du mir nicht vertraust nicht andersrum keiner zwingt dich uns zu vertrauen im gegenteil so sehr es uns auch hilft es macht nicht einmal sinn dass du uns hilfst ich bin nun einmal nicht so gut goläubig und dementsprechend glaube ich auch deinen leeren drohen nicht wegen denen ich niemandem von eurem treffen erzählen sollte also gut wenn du dich so dagegen logik und offenes gespräch wärst dann machen wir es anders du willst so dringend petzen dann steht das wort gegen wort kapitel 12 erste akzeptanz dann steht das wort gegen wort und was glaubst du geschieht dann wenn du vor ihr etwas behauptest und nicht das gegenteil wem wird sie dann glauben dem fremden aus einer fernsten welt den sie ohnehin als feind sieht oder ein pokémon das für sie wie familie ist familie die ihr ins gesicht lügt in so einem thema ja ich respektiere sie sehr aber ihr verbot ist ohne halt und sinn und wenn ihr so vertraut dann wort ihr nahezu in gold aufgewogen wird wie du gerade behauptest warum kannst du dann nicht selber vom gegenteil überzeugen du kennst evie nicht sie ist stur ihr eigenes wort liegt immer über allen anderen siehst du damit sind wir wieder am punkt ihr beiden trefft euch hier ohne jeden grund im wissen dass unsere mission scheitert wenn sie euch findet du verstehst sichtlich nicht dass ich so etwas nicht mache um jemandem zu schaden sondern um unserer mission willen sie steht über allem beruhigt trat funkenherz wieder einen schritt zurück im bewusstsein dass die lage die chance hatte sich etwas zu entspannen wenn es dir wirklich darum geht dann gibt es eine bessere lösung glaubst ich wäre gar nicht darauf vorbereitet dass sie von einem heraus findet du redest hier davon uns verpetzen zu müssen damit du und absolut aus der sache raus kommt aber wenn du mal bereit wärst dich für 5 minuten wie ein erwachsenes mon zu unterhalten dann kämen wir zum schluss dass wir das auch ohne dich können es nicht so als wüsste ich nicht dass ich in ihrer sturheit nichts nachtrete ich kann die verantwortung für das hier auf mich nehmen im notfall zusammen mit soll und weshalb sollte irgendjemand eine verantwortung auf sich nehmen müssen wenn er stattdessen auch diesen scheiß einfach sein lassen könnt erneut blickt das luxio zurück auf flammes bruder bevor sie zu ihm trat setz dich flamme wir haben noch einige stunden bevor die ersten man wach werden im dorf vielleicht brauchst du einfach eine ausführlichere erklärung und eine die nicht nur von mir kommt bevor du wirklich verstehst worum es uns geht für einen moment schwankte das wohl zwischen den optionen aber schnell entschied er sich dass er ohnehin nichts zu verlieren hatte und deshalb setzte er sich also erst einmal vorne weg du hast immer wieder betont dass wir uns ja nicht treffen müssen was nicht falsch ist es zwingt uns ja niemand im gegenteil aber irgendwie auch schon auf dem schiff hatte ich es dir ja schon mal erklärt wenn wir beide reden funken herz und ich es klickt einfach wir beide wollen große abenteurer werden für uns selber oder andere das ist das große ziel und gleichzeitig sind wir beide so alleine damit haben niemanden mit dem wir das gefühl teilen können ohne dass jemand auf uns herab blickt soll heute schon immer reisen weit je fremder desto besser aber in eurem Dorf ist es schlicht eigenartig und für die meisten unvorstellbar genau wie auch Absol die Heimat bevorzieht für mich gab es Zeiten in denen es anders war ich bin ja sogar schon durch mehrere Welten gereist als ich noch ein kleines Kind war aber seitdem der Krieg des ersten Menschen vorbei ist die die pokémon im umfeld die damals selber noch abenteurer waren evie spark mama latias latios floink flam jau günther alle von ihnen änderten sich je mehr zeit verging sie alle waren ein leben im ständigen krieg und kampf gewohnt adrenalin war ihr normal zustand aber inzwischen kennen sie frieden leben ihn und je mehr zeit vergeht desto mehr lieben sie die ruhe und ich kann es ihnen nicht verübeln manche von ihnen konnten endlich leben beginnen die schier unverstellbar schienen sogar familiengründen aber aber ich wollte nun einmal immer noch abenteurerin sein es liegt mir im blut das ist einfach wie ich bin nur dass inzwischen alle der meinung sind ich sollte Frieden genießen solange er hält und nicht meine Energie verschwenden aber es ist doch keine Verschwendung Verschwendung wäre es die Welt unerkundet zu lassen bloß da es bequemer ist und gleichzeitig haben wir beide auch schon große Abenteuer erlebt nun sie deutlich mehr als ich aber unser Abenteuer ist ja auch noch nicht zu Ende trotzdem können wir uns so viel erzählen das waren ein ganz Haufen Worte um auszudrücken dass ihr beiden hyperaktiv seid wenn du es so ausdrücken willst meinetwegen ganz unrecht hast du wahrscheinlich nicht aber der hauptsächliche Punkt ist dass wir beide etwas verstehen das niemand um uns herum auch so sieht und Ivi will trotzdem verhindern dass wir uns sehen ich glaube nicht dass es ihr darum geht euch beide zu mobben sie will unsere ganze Gruppe systematisch ausschließen na und das heißt nicht dass sie nicht trotzdem genau macht was wir sagen auch wenn es vielleicht nicht ihr gedanke war also bist du dann endlich zufrieden was erwartest du nein ich bin immer noch der Meinung dass ihr beiden auch gut überleben würdet oder euch nachts aus der Siedlung zu schleichen außer bin ich immer noch der Meinung dass ihr damit unsere Mission gefährdet das einzige was ich einsehe ist das wo letztlich euer ding ist wenn ihr im ernst fall absolut mich raushaltet heißt das dass du nicht versuchen wirst evie gegen uns aufzuhetzen meinetwegen ja aber auch nur weil sie sowieso in ihrem narrativ gefangen ist in dem jedes wort was ich sage eine lüge ist also ich gehe zurück und das solltet ihr auch bald wenn ihr es nicht eilig habt dass jemand eure Abwesenheit bemerkt wir machen uns sowieso bei Sonnenaufgang wieder auf die Suche und ihr beide wisst jeder Tag könnte derjenige sein an dem wir aufbrechen der nächste Abend brach bereits an erneut war die Suche fruchtlos gewesen als wäre das für irgendjemanden eine Überraschung gewesen es war wirklich als wäre dieser Groudon wie vom Erdboden verschluckt gerade ein Riese wie er musste doch irgendwo auch Spuren hinterlassen er musste doch auf dem Wild Kontinent sein oder nicht wie käme er denn woanders hin mit dem Schiff außer natürlich er war gerade bereits in einem anderen Weltenbaum dem des Sturmes und jeder Tag der verschwendeten Suche war ein Tag der sich anfühlte als würde ein Timer herunter laufen am Dorf angekommen wurde jedoch schnell klar irgendwas war hier heute los so selten sie sich sonst blicken ließ gerade stand Evie am Eingang ihrer eigenen Höhle und blickte auf den Eingang zum Dorf sichtlich auf jemanden wartend und wer dieser jemand war das war klar oder er welche drei jemanden es waren ich sehe ihr seid pünktlich zum Sonnenuntergang zurück wie immer selbst verständlich das war ja auch der deal wahre worte und es ist ein deal welcher bald sein Ende finden wird wenn ihr heute unterwegs wart hat mich eine Nachricht erreicht der erste Brief von Groudon seit längerer Zeit morgen in der Früh möchte er wieder zurück kehren deswegen ändern wir die Regeln heute ein wenig ich weiß nicht wann er in der Frühe zurück kehren wird aber ich möchte sicher gehen bei eurem Treffen ebenfalls anwesend zu sein deswegen werde ich mir erlauben heute Nacht euren Höhleneingang bewachen zu lassen damit ihr ja nicht bereits verschwunden seid sobald ich aufgewacht bin und was wenn wir uns noch bewegen wollen oder zum Fluss in der Nacht den Durst stillen ihr seid keine Gefangenen all dies könnt ihr tun es geht mir ledig darum dass jemand ein Auge auf euch hat wenn ihr es denn tut kein Pokémon des Trios erwiderte ein Wort sie alle dachten dasselbe also dann wir werden uns morgen sehen bis dahin erfreut schritt sie wieder hinauf zu ihrer Höhle und hinterließ die drei wissend das gespräch begann bald in der Höhle des Trios als noch niemand Wache hielt da dies offensichtlich erst nach Sonnenuntergang geschehen würde was jetzt es scheint als hätten wir unsere Chance vertan Groudon zu finden vertrauen wir ihr jetzt das können wir nicht sie hasst uns hast du nicht gehört was sie gesagt hat und wie sie es getan hat so spricht kein Mann das unser bestes will aber was machen wir dann wenn wir versuchen auszubrechen dann ist sofort das ganze dorf bereit schreibt zumal wir unseren frieden brechen würden heißt Groudon dürfte uns wohl kein wort sagen sobald dies geschehe in meinen augen sitzen wir matt wir können das dorf nicht verlassen ohne probleme zu bekommen und wir können nicht hier bleiben ohne probleme zu bekommen dann brechen wir aus heute nacht und fang groudon ab bevor er das dorf erreichen kann schön dass sich das so einfach sagen lässt dann sag mir mal wie wir das umsetzen wir können dieses dorf nicht mehr verlassen keine chance nicht ohne einen kampf eine möglichkeit fällt mir schon ein aber soll du willst ab soll das doch bestimmt erklären oder nicht fragend blickte der unlicht typ das fukano an dieser reagierte etwas unwohl also unsere hütte hat noch einen ausgang ein kleines loch hinter dem großen heuhaufen es führt direkt aus dem dorf und kein man hier ahnt dass wir ihn kennen und ihr beiden wisst das also scheinbar aber mich weiht keiner ein was genau ist hier los kann mir das bitte mal jemand erklären es recht simpel soll bekommt seine infos eher aus erster hand er hat den gang schon oft genug benutzt weil er es in der zeit hier nicht aushält ohne jede nacht in den wald zu flüchten um sich mit seinem neuen crush zu treffen letzte nacht bin ich aufgewacht hab gesehen dass er weg ist und er dachte zurück an seine begegnung mit dem blitzer und ein mon dachte scheinbar wir wüssten davon und hat es nebenbei erwähnt als ich vor der höhle war dann hab ich eins und eins zusammen gezählt und bin soll gefolgt um rauszufinden was genau er da macht das ist ja schön dass ihr beiden also einen weg für uns kennt aber wann genau war es geplant mich mal ein zu weinen und warum genau rennst du nachts weg um wen zu treffen während unserer vereinbarung mit Evie wen überhaupt den Flamme da so als deinen Crush bezeichnet letzteren Teil schien soll einfach abzuwinken das hat Flamme sich dazu gedichtet ich hab mich halt mit Funkenherz getroffen und es sollte unser gutes recht sein aber Evie hat ihr jeden Kontakt mit mir verboten ob im Dorf oder anderswo deswegen haben wir uns halt heimlich nachts getroffen vom geilen Weg aus der Höhle hat sie mir erzählt und ich hatte eigentlich auch nicht vor dass irgendjemand davon abwehrt aber das ist jetzt ja auch egal oder nicht wir haben einen Ausweg das heißt sobald jemand schlafen gegangen sind flüchten hier und fangen Groudon ab nur was denn jetzt wird das nur ein Plan steht eine Alternative gibt es nicht und wenn wir nicht bis zum Sonnenaufgang finden dann suchen wir selber nach dem Weg in den Weltenbaum des Sturmes das wichtigste ist dass Evie uns nie wieder zu Gesicht bekommt ja das ist klar und ich verstehe es auch ich hätte mir nur gewünscht dass ich mich zumindest von Funkenherz verabschieden könnte bevor wir gehen wir verdanken ihr einiges und sich jetzt einfach ohne Wort davon zu schleichen sie wird es verstehen die einzige Möglichkeit noch mit ihr zu reden wäre uns zu verraten zumal alles andere auch sie selber in Schwierigkeiten bringen würde und ist das etwa dein Plan Nein Bloß Sofort wurde das Vulkane unterbrochen kein Bloß Soll Der beste Dank den du ihr geben kannst ist jetzt einfach zu gehen Unsere Zeit in diesem Weltenbaum ist fast zu Ende Es liegt jetzt an uns zu entscheiden ob sie ein gutes oder ein schlechtes Ende sind und ich denke wir alle sind uns einig welche Option uns lieber wäre also das Ende unserer Zeit in diesem Dorf ist gekommen ein weiterer Schritt auf einer Reise die noch lange nicht vorbei ist außer wir handeln jetzt nicht und letztlich ist unser Ziel wichtiger als ein jedes Pokémon Kapitel 13 So lange gewartet hoch am Himmel erhaben strahlend standen die Sterne kaum sichtbar durch die Baumkronen doch durch eben jene doch zu sehen vorsichtig blickte Flamme sich um der gerade noch nahe des Dorfrandes stand nachdem er sich als erster durch das enge Loch gequetscht hatte und nun auf Absol warten musste der als größtes Mon der Gruppe seine Probleme mit dem Nutzen des Geheimganges hatte jetzt hab dich nicht so du bist ein Sorak du kannst einfach eine kleinere Gestalt annehmen muss ich aber nicht ich hab's ja gleich das hoffe ich auch wir müssen weg wie aufs Kommando rutschte Absol in seiner Gestalt des Seuchen endlich auf den laubigen Waldboden so das soll deutlich problemloser folgen könnte also wo gehen wir lang lasst uns erstmal auf schnellstem Weg aus dem Gebiet fliehen Asim liegt in derselben nördlichen Richtung der größte Teil des Kontinents und ich möchte zumindest nochmal kurz an die Lichtung was eigentlich dein Problem wir können nicht unsere ganze Mission um deine Trübseligkeit drumherum planen aber meinetwegen wenn es eher auf dem sinnvollen Weg liegt dann laufen wir halt mal dran vorbei erst in der vorigen Nacht war Flamme zum ersten Mal diesem Pfad gefolgt in einer Gegend voller Mysterium die bloße Natur die Sterne durch die Baumwipfel so viel mächtiger als an jedem anderen Ort würde nicht ihr alleiniger Glanz ein Ton der Niedertracht ausstrahlen wäre eine Wanderung wie diese wunderschön statt schwer bedrückend und doch hatte es etwas erleichterndes als das Trio endlich die Grenze übertrat so wenig es faktisch doch bewirkte und doch war das Gefühl eines als wäre der Feind nun hinter sich gelassen und was voran blieb war nur der Weg und die Nostalgie im Rücken Auf Solz Anfrage aber auch die Logik der Reise hin war der erste angesteuerte Ort also die kleine Lichtung auf der sich Sol nachts heimlich versteckt hatte alles wirkte hier wie immer nur Reste eines kleinen Lagerfeuers schmückten diesen Ort die Asche lange erkaltet an diesem Ort schien Schwermut das Fulcano noch einmal zu überfallen hier war es hier haben wir uns jeden Abend aufs Neue getroffen sie hat immer die Steine gesammelt ich die Äste ich habe das Feuer angezündet und sie hat etwas zu essen mit gebracht anschließend konnten wir hier stundenlang sitzen jeden Tag aufs Neue einfach im Gespräch vertieft und jedes Mal waren es Stunden und es hat sich mir auch nur angefühlt wie eine von ihnen Flamme war kurz davor einfach weiter zu gehen diese Gefühlsduseligkeit nicht zu tolerieren und nicht abzuwarten allerdings traute er sich nicht diesem Drang zu folgen er spürte selber einen Trübsinn alleine durch den seines Bruders auch hatte Absol sich bereits zu dem Fucano gestellt anscheinend waren es gute Zeiten wenn du schon nach Wochen solche Probleme hast loszulassen natürlich waren sie das ich ich hab mich noch nie so verstanden gefühlt und jetzt renne ich weg mitten in der nacht und ich kann ihr nicht einmal und ich kann nicht einmal denken dass ich es wirklich für sie tue weil diese Welt stirbt wenn wir Erfolg haben die Pokémon dieser Welt verdienen den Tod doch ebenso wenig wie wir sind alle gute Pokémon auch jene die uns als Feinde behandeln ein eigenartiges Geräusch durchbrach die Stille welche Solz Worte umgab und ließ die drei Reisenden aufschrecken erst in der Nacht zuvor hatte Solz so etwas erlebt dort war es jedoch nur sein Bruder gewesen was schlimm genug war aber nach einigen rauen Worten geklärt werden konnte allerdings konnte es dieses Mal schwerlich Flamme sein also würde es wohl ein Mon aus dem Stamm sein ein Mon das Evie nichts davon berichten dürfte was hier geschah und ein Mon welches daran wohl auch kein Interesse hatte bleibt ruck ihr drei ich bin es nur gerade eben noch das Thema des Gespräch ist gewesen trat Funkenherz nun aus dem Schatten hervor was gerade soll überrascht zurück ließ aber Funkenherz du bist ja ich dachte dir wäre klar dass wir uns heute nicht sehen können und wie viel hast du gehört genug um dir zu sagen dass du gefälligst weitermachst natürlich sind Omega Verbrechen nicht unsere schuld aber wir sind trotzdem seine Waffen und ich weiß dass wir uns heute nicht treffen können nicht wie sonst aber gleichzeitig ich konnte auch nicht einfach im Dorf warten und zusehen nicht nach dem was Evie angedeutet hat ich wollte euch rausholen und bei der Flucht helfen bis ich festgestellt habe dass ihr bereits weg wart ihr habt Evie auch nicht getraut oder kein bisschen vom ersten Tag an nicht er liegt nichts am frieden da bin ich mir sicher es wollte euch bestimmt nur bei uns halten damit ihr Groudon ja nicht vor ihr findet damit sie euch dann hinter gehen kann aber das darf sie nicht im Prinzip ist das genau was wir auch vermutet haben deswegen sind wir aufgebrochen um Groudon abzufallen wir müssen ihn schlicht vor Evie finden dann reisen wir ab und sie wird uns nie wieder sehen müssen Funkenherz zeigte starken Rückhalt nun dass sie alleine so dem Trio gegenüber stand welches für sie Feinde sein sollten aber das waren sie nicht für sie waren es zwei fremde aber gute Pokémon und eines welches ihr nahe stand ihr werdet wirklich gehen müssen nicht ja es tut mir leid aber wir haben keine Wahl wir können nicht bleiben wir haben eine Mission ich wünschte auch dass wir noch etwas Zeit hätten aber das können wir auch haben wenn ihr mich mitkommen lasst bitte etwas perplex blickten Absolut in Flamme einander an während soll völlig überrannt wirkte bitte lasst mich mit euch reisen ich verspreche ich werde alles tun um zu helfen wenige andere kennen Omega und seine Welten gerade die Wurzelwelten so gut wie ich außerdem habe ich Reiseerfahrung ihr wisst was ich schon alles mitgemacht habe diese Reise ist eine Chance endlich mein Vater stolz zu machen und und Darkrai das ist das Abenteuer auf das ich seit Jahren gewartet habe dir ist euch bewusst dass du gerade sagst dass du dich zur Feindin aller Mondi du kennst machen willst oder zu Omegons Feindin das ist alles was zählt schließlich hat er uns angelogen er hat uns einen Krieg kämpfen lassen in dem nur er gewinnt und dafür mussten so viele sterben wegen seiner Gier seinem Irrsinn ich habe mir immer geschworen irgendwann so eine große Abenteurerin zu werden wie mein Vater und jetzt hätte ich die Chance das Unrecht gegen unsere Familie zu begleichen aber wir kämpfen einen Krieg der nahezu unmöglich wird unsere Reise könnte leicht eine ohne Wiederkehr werden und du müsstest dich deinen eigenen Freunden stellen denn ich glaube nicht dass wir die Wurzelwelt durchqueren könnten ohne dabei auf die dortigen Helden zu treffen und genau deshalb braucht ihr Hilfe je mehr Pokémon auf eurer Seite stehen desto besser und wenn meine Freunde nicht auf euch hören vielleicht ja auf mich vielleicht sind sie zumindest bereit zuzuhören wenn ich ihnen die Lage erkläre und wenn nicht dann sind sie im Unrecht in so einem Fall könnte ich gegen sie kämpfen weil ich selber weiß ihnen ist selber die Gerechtigkeit wichtiger als alles andere und wenn sie selber gegen diese stehen dann ist ihre Niederlage ihr Sieg Soll sagt dass diese Reise eine ohne Wiederkehr wird und er hat recht Funkenherz wenn du uns begleitest siehst du heute deine Familie an diesem Ort zum letzten Mal wenn wir scheitern sterben wir und wenn wir siegen dann werden wir selber im Zentrum des zerfallenden Weltenbaums stehen wenn dieser endet vielleicht haben die Weltengeister dort einen Weg für uns aber wenn nicht müssen wir alle bereit sein in den Tod zu rennen ein Sieg im Tod daran hatte Flamme bisher nicht einmal gedacht aber es stimmte sie konnten den Weltenbaum nicht zerstören wenn sie nicht selber in seinem Zentrum standen sein Kampf für seine eigene Zukunft war es ein ohnehin verlorener endeten Sieg und Niederlage für ihn identisch nur andere Pokémon könnten leben die sonst vergehen würden warum versucht ihr mich umzustimmen ich weiß genau worauf ich mich hier ein lasse und deswegen möchte ich reisen für Gerechtigkeit und für meinen Vater also bitte lasst mich euch begleiten Absul war der Erste der eine Antwort gab jedoch keine die ein Ja oder ein Nein bot wir müssen uns erst einmal von hier entfernen wir wissen nicht ob unsere Flucht bereits entdeckt wurde wenn du kein Problem damit hast würde ich sagen dass unser Trio sich berät während wir uns auf die Suche nach Groudon begeben dann macht es so wenn es mir vielleicht eine Chance gibt Richtung Norden sollte es gehen doch nicht zu weit an oberster Stelle stand immer das Wissen dass Groudon sich zum Dorf der Evoli aufmachte somit erhöhte Ferne die Chance ihn zu verpassen also dann die geplante Lage Besprechung Funken hat anscheinend wirklich mit ganzem Willen vor uns zu begleiten was denkt ihr ja nein also ich bin ja offensichtlich parteiisch aber irgendwie in beide Richtungen ich hätte sie liebend gerne dabei aber gleichzeitig begibt sie sich in große Gefahr wenn sie mitkommt das ist ein Argument weil sie nicht in geringster Gefahr ist wenn sie nicht mitkommt in Sicherheit bringst du kein Mon der Zeit Leben ist lebensgefährlich gerade in diesen Zeiten wenn du so versuchst mich zu überreden heißt das etwa dass du sie dabei haben willst das habe ich nie gesagt alles was ich sagte ist dass wenn du schon Argumente sammeln willst solltest du welche nehmen dir auch Sinn machen soll wirkte genervt aber auch entschlossen nun dass diese Worte gefallen waren wenn du dagegen bist dann bist du selber schuld dass du meine letzten zweifel noch ausgeredet hast lass sie mit kommen damit sie das Abenteuer bekommt welches sie sich immer gewünscht hat und ich sie dabei begleiten kann und wie steht es bei dir ab soll was ist deine meinung nun ich will soll und gern die Chance nehmen jemanden in diesem Team zu haben mit dem er sich wirklich versteht außerdem hat sie bisher wirklich und für sie nur einer von misstrauen werde sie hat infos wirkt ziemlich clever und vor allem warum sollte ich jetzt hier gegen sowas sprechen wenn ich am anfang selber nur so in die Gruppe aufgenommen wurde das heißt du bist überstimmt flamme jetzt bleib mal ganz ruhig habe ich je gesagt dass ich dagegen bin dafür nein aber dagegen auch nicht seht meine Stimme mal als Enthaltung sie gehört nun einmal eigentlich zu unseren größten Feinden und könnten wir wirklich sicher sein dass sie ihre Freunde zum Umdenken bringen könnte und nicht andersrum aber gleichzeitig hat sie tatsächlich geholfen und ans Team denke ich ebenfalls ich sehe dass sie uns definitiv stärken könnte oder zerbrechen deswegen stelle ich hier eine Bedingung wenn du deine Freundschaft mit ihr weiterführst soll okay das ist dein Ding was zwischen euch abgeht ist euer Ding aber was ich nicht zulassen kann ist dass die Gruppe sich durch Funkenherz Aufnahme 2 teilt nur weil du dich so gut mit ihr verstehst ändert das nichts daran dass wir ein Team sind anders gesagt sie darf mitkommen aber wenn ihr zwei Abenteurer versucht euch von absolut mir abzukoppeln dann geht sie natürlich wir bleiben ein Team das ist klar ich will sie auch nicht nur meine Teilen dabei haben Absol erkannte die Überraschung aber auch den Enthusiasmus in den Worten klar und wirkte etwas amüsiert na dann wo wir das jetzt so simpel klären konnten ist ja alles entschieden komm soll teile du ihr doch unsere Entscheidung mit ich denke du bist für den Job am geeignetsten der angesprochene wandte sich um erblickte das Luxio welches auf einige Distanz gefolgt war in der Ferne Funkenherz während das Trio auf die ehemalige Kapitänin wartete kam diese schnell angelaufen was gibt's habt ihr euch geeinigt ja das haben wir und zwar einstimmig du bist jetzt eine von uns die Augen des Luxio schien zu strahlen wirklich ihr wollt mich dabei haben danke nun wollen und einstimmig waren jetzt beide etwas beschönigt aber Flamme unterließ eine Korrektur ich verspreche euch ich werde euch nicht enttäuschen sie vielleicht nicht aber was ist mit uns Kapitel 14 niemals aufgeben Funkenherz schoss erschrocken herum als eine fünfte Stimme durch die Nacht halte die einzige Stimme welche sich nicht die geringste Mühe gab unentdeckt zu bleiben wozu auch der Quell dieser wurde immerhin nicht gejagt sondern war die Jägerin Und das heißt, hier geht es keinen Schritt mehr weiter für euch Wenn der Weg zur Zerstörung unserer Heimat euch in den Weltenbaum des Sturmes führt Dann werdet ihr ihn nicht erreichen Weil ich für meine Heimat kämpfen werde Und Funkenherz, wenn du wirklich nicht den Verstand aufbringst, dasselbe zu tun Dann geh, geh zum Dorf Sobald ich hier fertig bin, müssen wir uns unterhalten Kurz wirkte es, als würde das Luxio zögern Bevor sie sich umdrehte, Soll direkt anblickte Nach einem weiteren Moment und einem tiefen Atemzug Trat sie einen Schritt auf Evie zu Nein, diese drei sind gute Pokémon Sie sind unsere Freunde Und nur weil du das nicht einsehen willst, dass sie die Wahrheit sagen Ändert sich nicht, dass sie es tun Was nicht selber einst ein Pokémon, das für Gerechtigkeit über allem stand Sogar über sich selbst Jetzt habe ich aber etwas, was ich nie aufgeben könnte Gerade nicht, wenn alle Beweise das Wort von Fremden sind Ich habe diese Welt schon vor Jahren geschützt Es ist unsere Pflicht für das Richtige einzustehen Auch wenn wir dafür verlieren müssen, was wir lieben Denn wir können nicht Omegon siegen lassen Und nicht alle sterben lassen, die kein Teil seines Reiches sind Entspannt euch bitte mal Was zur Hölle ist hier los? Was macht ihr nachts hier draußen? Und weshalb streitet ihr beiden euch? Was ist passiert, während ich weg war? Noch ein Pokémon? Überraschend leise bewegte er sich durch den Wald Gerade für seine Größe Kombiniert mit der Ablenkung einer ernsten Lage Sorgte dies für eine Überraschung beim Auftreten eines Riesen Der nach Beschreibung Nur einer Sein konnte Grodon Du bist schon zurück? Gerade zum richtigen Zeitpunkt Ich kann deine Hilfe gut gebrauchen Aber wobei denn? Diese drei dahinter funken Herz Sind die Mon, vor denen uns Omegon gewarnt hat Die drei, die unseren Weltenbaum zerstören wollen Und funken Herz hat sich entschieden Sich auf ihre Seite zu stellen Weil sie im Recht sind Alle anderen Weltenbäume sterben, wenn unserer es nicht tut Und Omegon nutzt uns alle nur aus Offensichtlich deutlich weniger voreingenommen Als seine Anführerin Dachte Grodon nach Also, ich sag's dir nur ungern, Ivi Aber ich glaube, da ist etwas dran Ich war gerade im Weltenbaum des Sturmes und Manchen Leuten sieht man an, dass sie zerfallen Ich hatte mich schon gewundert Aber Es passt alles gut rein Ja, ja Das eine Puzzleteil, das dem Ganzen noch fehlt Das habe ich schon mehrfach gehört Zu oft Und deshalb soll ich meine Heimat aufgeben Alles, was ich habe Ich glaube das alles erst, wenn Omegon es mir selber ins Gesicht sagt Und solange kämpfe ich gegen Mon wie diese drei Oder vier Wenn Funken Herz sich wirklich zu einer von ihnen erklären möchte Und ich erwarte, dass du mir dabei hilfst, Grodon Einerseits Wirkte es nicht, als wäre der Riese wirklich gewillt Doch irgendwie traute er sich nicht, Einspruch einzulegen Zögerst du wirklich? Denk an unsere Vergangenheit Du hast dich dem Stamm verpflichtet Und ich leite diesen Stamm Du hast einmal Undenkbares getan Und am Ort, den du selbst überfallen hast Vergebung gefunden Wenn niemand sonst hier vergeben würde Immer noch sichtlich unsicher Stellte sich der Riese also neben seine Anführerin Es tut mir leid Aber wenn ich für mich anweist, habe ich die moralische Pflicht zu helfen Also Funkenherz Letzte Chance Vergiss es Du hast mir nichts mehr zu sagen Wenn das deine Meinung ist Dann tut es mir leid Aber wenn ihr diese Welt zerstören wollt Dann müsst ihr an mir vorbei Mir Und meiner Heimat So begann ein Kampf Welchen bereits Lunala als möglich angedeutet hatte Omegons eigene Ahnen Doch sogar begleitet von einem ehemaligen Weltengeist Und auch wenn eine ehemalige Verbündete der beiden nun auf Seiten des Trios stand Welches somit zum Quartett wurde Hatte Flamme nicht den Eindruck, dass dieser Kampf auch nur einen Hauch Fairness mit sich brachte Sie waren in der Überzahl Ja, aber die beiden Feinde hätten vermutlich selbst einzeln kein Problem damit die ganze Gruppe in Schach zu halten Gerade Groudon Eines der stärksten Boden-Pokémon aller Weltenbäume Im Duell gegen zwei Feuer Und ein Elektro-Pokémon Nun, und ein Sogo-Ark Das Einzige, was ihn davon abhielt, den Kampf innerhalb von Sekunden zu entscheiden War eigener Rückhalt Und dann Gab es Eevee Ein Pokémon Scheinbar ohne Schwäche Welchen Typen hatte sie? Alle Was für Angriffe beherrschte sie? Alles, was sich ein Mon wünschen könnte Hatte sie Durchschlagskraft? Mehr als Götter War sie agil? Das bloße Auge konnte sie kaum wahrnehmen War sie ausdauernd? Nun, tatsächlich war ihre Defensivkraft eher unterdurchschnittlich Ihre eine Schwäche Wenn man dies dann als eine solche zählte Im Angesicht eines Pokémon Welches einen erstmal zum Angriff kommen lassen musste Was Eevee Auch Tat Überraschend oft Und überraschend simpel Alles, was Sol über das Feind denn gehört hatte War kämpferische Gottgleichheit Alle genannten Attribute Doch in der direkten Begegnung Zeigte sie wenig davon Selbst ihr einzigartiger Angriff Der Hoffnungsstrahl Welcher einst in der Welt der Menschen Proto-Groudon brach Selbst dieser wirkte eher wie eine halbherzige Aquaknarre oder ähnliches Der Kampf wirkte beinahe ausgeglichen Doch ohne jeden Grund, welcher nicht einfach wie Rückhalt wirkte Bei Groudon machte es noch Sinn, aber Weshalb Eevee Wenn sie nicht kämpfen wollte, könnte sie es doch lassen Sie selber hatte den Kampf begonnen Gleichzeitig schien der Kampf aber auch nicht, als würde er durch die eigenartigen Bedingungen Bald ein Ende nehmen Er im Gegenteil Eine Seite konnte keinen wirklichen Schaden zufügen Die andere wollte es scheinbar nicht Lass es doch einfach, Eevee Du willst selber nicht kämpfen Glaubst du, dass ich das nicht merke? Wenn du aus ganzem Willen mit ganzer Hoffnung kämpfen würdest, dann sähe das hier anders aus Sei doch einfach ruhig Ich will kämpfen Ich muss kämpfen Ich kann nichts anderes tun Ich darf nicht Was würden sie denn von mir denken? So viele Jahre haben wir alle gekämpft Und jetzt, wo ich endlich am Ziel angekommen bin Soll ich das alles aufgeben? Irgendwo schien etwas in dem Elementara aufzuflammen Nun, wo sie sich selber versuchte zu überzeugen von ihrem Kampf Mit neuer Kraft Könnte sie kämpfen Gegen ihre Feinde Die echten Feinde Nicht Funkenherz Wer von ihnen kämpfte am verwundbarsten, achtete am wenigst auf seine Deckung Da erblickte sie nicht weit von sich Soll Welcher sich entgegen jedes Typenvorteil es ins Duell mit Groudon begeben hatte In welchem er sich wacker hielt Wenn auch zu großen Teilen dank der Gnade seines Gegners Aber um sich so wacker zu halten Brauchte er trotzdem seine ganze Aufmerksamkeit Ich kann und ich werde nicht aufgeben Die Luft schien von allen Farben des Regenbogen durchzogen Schwaden, welche sich ansammelten Um Eevee herum Schluss jetzt! Waren langsam auch mal alle Pokémon anwesend, die sich noch einmischen wollten Im Ausruf dieses nächsten Pokémon Schwand all die Kraft augenblicklich Welche sich soeben noch gesammelt hatte Selbst Groudon und Soll beendeten ihr Geplänkel für den Moment Als Flamme überrascht entdeckte, dass er das Pokémon bereits kannte Welches hier sprach Es war ein stinknormales Blitzer Exakt jenes, welches ihm noch in der Nacht zuvor den Anstoß gegeben hatte Welchen er brauchte, um Soll zu finden Ich hatte mir fast gedacht, dass ich so etwas hier finde Aber ich hatte es nicht gehofft Spark, du solltest doch im Dorf bleiben Ich dachte Dachtest du, ich hätte nicht verstanden, was du vorhast? Wir hatten doch darüber geredet Wir sind uns doch beide einig gewesen, dass du diesen Mon hier hilfst Je mehr Worte gesprochen wurden, desto weniger verstand Flamme Wer war dieses Pokémon, dass Iwi sich nur ein Wort anhörte? Sie hatten sich abgesprochen Seinen Begleitern und ihm zu vertrauen? Ich weiß, aber Aber wir können doch nicht einfach zugucken Und trotzdem, du bist hier Wer ist Blatt, wer sonst? Und wir haben darüber gesprochen Iwi, es fällt uns doch einschwer, die Wahrheit einzusehen Aber wir waren uns einig, dass wir im Namen der Gerechte-Karte handeln So wie wir es immer getan haben Und wenn wir dieses Mal im Weg dessen stehen Dann ist das so Diese Reisenden sind unsere Freunde und Ich weiß es doch Ich weiß es doch selber Kurz atmete Iwi durch und Wandte sich an ihre Gegner Der Kampf ist vorbei Auch wenn ich ihn vermutlich gar nicht hätte beginnen sollen Kommt mit zurück ins Dorf Alle Sand Dann können wir doch einmal reden Ohne auf Antworten zu warten Trat das Elementarer ab Den Schritt in Richtung der Siedlung lenkend Groudon folgte sofort Ohne auch nur für Momente zu zögern Das Blitzer Spark Wartete noch einen Moment Scheinbar auf die Reaktion der vier Reisenden wartend Eine Reaktion, welche aus Zögern bestand Nicht einmal Funkenherz War sich sicher Ob sie Iwi vertrauen sollten Na los kommt Es besteht vielleicht keine Gefahr mehr Dafür sorge ich schon Und Groudon ist ja ohnehin schon gefolgt Den braucht ihr ja ohnehin Nun Damit Hatte Spark ja recht Was aber nicht wirklich das Misstrauen schwinden ließ Aber gleichzeitig Doch den Rückhalt Als sich nach kurzem weiteren Zögern Funkenherz ebenfalls aufmachte Durch sie soll folgend Durch diesen Absol Und Flamme In Begleitung des Blitzer mussten sie also nun noch einmal die Strecke zurücklegen Welche sie bereits in dieser Nacht gelaufen waren Nun nicht ganz Da ihr Weg außerhalb des Territoriums sie nicht gerade weg vom Stamm weggeführt hatte Aber doch zu großen Teilen Die ersten Strahlen der Sonne fielen bereits durch die Baumwipfel hindurch Als sich die fünf Pokémon im bereits erwachten Dorf wiederfanden Jedoch schien die Pokémon sich recht wenig um die Ankömmlinge zu scheren Abgesehen von einem inzwischen halbwegs bekannten Folly Purba Und Groudon Wobei dieser nicht Wirklich mehr tat Als ein kurzes grüßendes Nicken zuzuwerfen Während er sich scheinbar ausruhte Ihr seid also zurückgekommen Evie war sich nicht sicher Zumindest bei allen außer Spark Sie ist bereits vor etwas längerer Zeit eingetroffen Und hat sich direkt zurückgezogen Sie hat mich vorher nur angewiesen Euch zu ihr zu schicken Wenn ihr zurückkehrt Sie ist in ihrer Höhle Die Höhle Der wir uns so religiös nicht annähern dürfen Sie hat mich angewiesen Euch dorthin zu schicken Deshalb gehe ich davon aus Dass die Regel nicht mehr gilt Zumindest würde alles andere keinen Sinn machen Kommt einfach mit Ihr habt alle die Erlaubnis Ich bitte euch nur Beim Eintritt leise zu sein Kapitel 15 Mein Grund zu leben Mit Spark an der Front Und Absol im Rücken Kletterte die Gruppe nun also Hinauf in Evies scheinbar so heiliges Heim Teils hatte sich Flamme schon gefragt Ob dort tatsächlich irgendetwas Wichtiges wäre Aber letztlich ist doch immer darauf geschoben Dass das Elementare einfach die Fremden nicht bei sich haben wollte Nun würde er aber auch die Bestätigung dessen bekommen Auch wenn sie alleinig durch den Fakt Dass sie nun zum Eintritt aufgefordert wurden Bereits vorhanden war Durch einen weiteren Sichtschutz Wie jede Höhle sie hatte Trat Spark bereits vorsichtig und langsam ein Jene Ruhe welche er gefordert hatte Selberbringend Nach ihm folgten Funkenherz Und der Rest der Gruppe Zu welcher sie nun gehörte Beim Eintritt musste selbst Absol als Unlicht-Pokémon Sich erst an die Lichtverhältnisse gewöhnen Da nahezu kein Licht an diesen Ort drang Das einzige was zunächst erkennbar war Waren kleinste Lichtlöcher aus Fenstern Welche scheinbar mit Stoff verdunkelt wurden Und die gelben Ringe an Evies Körper Welche ein leichtes Eigenlicht ausstrahlten Dort wo sie am Boden lag Evie Wir sind da Alle fünf Stumm stand das Elementare auf Und begab sich zu einem der Fenster Zog den Stoff Ein wenig zur Seite So dass es weiterhin düster blieb Aber zumindest Irgendetwas zu erkennen war Und das erste was Flamme erblickte War ein kleines Strohbett Wie sie es schon bestens kannten Dort wo Evie gerade noch gelegen hatte In jedem Nest lagen jedoch Zwei kleine braune Kugeln aus Fell Bei näherem hingucken erst Bemerkte das Wulpix Dass diese Knäule tatsächlich atmeten Zwei winzige Zusammengerollte Evoli Scheinbar gerade am schlafen Also Sollflamme Absoll Das waren eure Namen ja Spark setzte sich sofort neben jenes Nest Mit den zwei Evoli Und auch Funkenherz Platzierte sich nicht weit weg Mich kennt ihr offensichtlich schon Wenn auch kaum positiv Jetzt lernt ihr auch meine Familie kennen Nachdem ich für Wochen besorgt war Euch in ihrer Nähe zu lassen Spark habt ihr gerade schon kennengelernt Wir kannten uns schon seitdem wir Kinder waren Aber damals Haben wir uns nicht gerade gut verstanden Während unseres großen Krieges Haben wir uns wieder gefunden Zuerst immer noch als Feinde Aber später dann Haben sich die Dinge geändert Inzwischen sind wir beiden schon seit vielen Jahren zusammen Bestimmt 20 oder so Die beiden Kleinen dort sind trotz der langen Beziehung Unsere ersten und einzigen beiden Kinder Sie sind erst vor wenigen Monaten geschlüpft Und die beiden sind auch der Grund Weshalb ich nicht einfach zusehen konnte Wie ihr eurer Reise folgt So sehr ich euch auch glaube Ich habe im Leben so viel und so oft gelitten Schon von meiner Kindheit an In welcher mich dieser Stamm verstoßen hat Ich musste meiner ersten Liebe beim Sterben zusehen Um ihrem Mörder Jahre später verzeihen zu müssen Im Willen dieses Stammes Ich musste meine besten Freunde brechen, leiden und sterben sehen Einen endlosen Krieg führen Und als ich erfuhr, dass wir Lyra und Shia bekommen würden Zum ersten hatte ich wirklich das Gefühl Dass die Vergangenheit Vergangen wird Und die Zukunft besser wird Und das alles nur um so bald zu erfahren Dass unser ganzer Weltenbaum sterben muss Wie, sagt mir Soll ich dieses Leben, diese Familie aufgeben können Sie sind mein Grund zum Leben Der Grund, weshalb ich morgens aufwache Nach all dem Schmerz des Vergangenen Nun, wenn du so fragst Es gibt eine recht simple Lösung für das Problem Auch wenn sie riskant ist Wenn du wirklich glaubst, dass wir Erfolg haben Dann kannst du mit ihnen den Weltenbaum verlassen In den anderen Welten wärt ihr bestimmt willkommen Und gleichzeitig müsste ich diesen Stamm im Stich lassen Eine Welt verlassen Die mir Die mir im Blut fließt Ich habe selber Sternenlicht in mir Ich bin Omegons Ahnen Und gleichzeitig Sollte ich es tun Und dann würde ich ihr scheitern Ivi, jedes einzelne Monche versteht nicht Da bin ich mir sicher Und wir alle wollen, dass es eine andere Lösung gäbe Aber es gibt sie nicht In jedem Moment, in dem sich Omegon entschieden hat Krieg gegen die Weltengeister zu beginnen In dem Moment, in dem sie sich nicht freiwillig unterworfen haben Wurde Genozid zum einzigen Pfad Das einzige, was sich ändern kann Ist die Menge der Pokémon und der Fakt, wen es betrifft Und vor allem können wir ändern Wer diesen Krieg gewinnt Und wenn es keinen anderen Grund gibt Dann ist Omegon ein Grund, sich zu wehren Er ist Schuld an allem Ohne ihn wäre nichts von einem hier geschehen Ohne ihn hätte Darker nie in den Krieg ziehen müssen So viel Leid wäre erspart worden Wenn Omegons Gier doch wenigstens mit der Herrschaft Eines ganzen Weltenbaumes gestillt gewesen wäre Aber nein Alles Und was er nicht selber haben kann Das soll niemand haben Inmitten vieler großer Worte Rührte sich eines der beiden Evoli Und blickte sich gerade erwacht verwirrt um Beinahe neidisch war Flamme auf dieses kleine Wesen Um es herum zerbrachen Welten Die Zukunft keines Pokémon war sicher Aber ein kleines Naives Evoli Brauchte sich daran nicht zu stören Es konnte sich gar nicht daran stören Diese kleine Höhle Im Umkreis zweier liebender Eltern und einer Schwester Das war die ganze Welt des kleinen Pokémon Warum konnte Flamme so etwas nicht haben Warum konnte er nicht einfach leben Pokémon um sich die ihn schätzten Ohne Sorgen Aber nein für ihn gab es so etwas nicht Dieses kleine Evoli hingegen Würde seine Sorgen nie kennen Egal wer im Krieg nun siegte Bevor es alt genug war Sich sein Teil zu denken Wäre es tot Oder der Krieg vorbei Ja Ich weiß Vermutlich sollte ich ohnehin stumm bleiben Wenn es um diesen Krieg geht Kann ich überhaupt mit Verstand darüber reden Oder denke ich mit dem Sternenlicht Meine einzige Rolle hab hier ist es zu warten Und zu sehen was die Zukunft bringt Früher lag die Zukunft in meinen Händen Aber diese Zeiten sind vorbei Es ist Zeit für eine neue Generation an Helden Und das seid ihr Wenn eure Reise euch in den Weltenbaum des Sturmes führen soll Dann könnt ihr dabei auf die Unterstützung meines Stammes zählen Grunt wird euch führen sobald ihr diese Höhle verlasst Kurz blickte sich Spark in den Reihen der Reisenden um Und du Funkenherz Was wirst du tun? Die Angesprochene brauchte nicht Einen Moment der Bedenkzeit Das hat sich schon lange entschieden Ich werde euch mit den Dreien auf die Reise machen Sie haben sich bereits geeinigt Dass sie auch damit einverstanden sind Und ich werde ganz bestimmt jetzt keinen Rückzieher mehr machen Ja, das verstehe ich Und bedauere es doch Du weißt so viel wie wir nicht Wenn du mit ihnen reist Dann wirst du nie wieder zurückkehren können Wir werden uns nie wieder sehen Ich weiß Und doch muss ich es tun Für Für Scheidungs Auch wenn sie nicht eingeladen war Beschwerte sich Ivi nicht Dass das Bisasam ihr Heim ebenfalls betrat Ja Wir wären dumm zu glauben Dass dich irgendjemand von dieser Reise abhalten kann Und ich möchte das auch gar nicht Von dem Moment an Als dein Vater gestorben ist Hast du mal davon geträumt So eine Chance zu bekommen Eine Chance für Gerechtigkeit Beinahe will ich selber mitkommen Aber meine besten Zeiten sind dafür auch zu lange vorbei Und trotzdem solltest du reisen Gerade wenn du dabei bist Dann weiß ich, dass ihr erfolgreich sein werdet Und uns hat Omegon damals beeinflusst Aber ihr kennt seine Maschen Und er kann noch so mächtig sein Ist nicht bereit für Mon wie euch Und letztlich kampft ihr auch für uns Unser altes Team Wir wollten Gutes tun Und brachten Schlimmes Wir waren nie Helden Auch wenn wir es dachten Euer Volk wäre das einzige Was keine Geschichte schreibt In der wir Die Bösen sind Auch das zweite Evoli Blickte nun auf Ahnungslos Zu ihrer Mutter In Verwirrung über diese komischen Fremden Ich denke es ist an der Zeit Aber seht in ihnen keine Finsternis Sie alle sind ahnungslos über ihre Schuld Niemand von ihnen kennt Omegons Wahrheit Und deshalb Egal was passiert Ehrt ihre Erinnerung Verabscheut sie nicht Und Auch uns Wenn ihr dieses Dorf verlasst Dreht euch nicht um Blickt nicht zurück In der Geschichte der Weltenbäume Soll die Geschichte des Stammes heute enden In einem letzten Frieden Fordert nicht meinen tiefsten Instinkt heraus Der euch nicht gehen lassen will Es nicht kann Selbst du Funkenherz Du schlägst einen neuen Pfad ein Einer Der dich hoffentlich in eine Zukunft führt Wenn das Schicksal es so will Lebt wohl Und Hört nie auf Euren Herzen zu folgen Eine letzte Geste zeigte Dass weitere Anwesenheit nicht erwünscht war So dass das Team der vier So wie Funkenherz Mutter Die Höhle verließen Eben jene und ihre Tochter Würde das restliche Trio Für einen Moment für sich lassen Damit auch zwischen ihnen Ein gebührender Abschied stattfinden könnte Während der Rest schon Groudon ansteuerte Genau wie Ivi es angedeutet hatte War dieser Bereits auf die Ankunft der Pokémon vorbereitet Also dann Hallo nochmal Jetzt wo wir uns unter besseren Bedingungen kennenlernen können Das vorhin tut mir wirklich leid Aber Ich bin nicht wirklich in einer Position Um Ivi Nein zu sagen Wisst ihr Aber jetzt haben sich die Dinger ja geregelt Funk jetzt verabschiedet sich gerade noch Richtig Ja Lassen wir die Zeit So eilig haben wir es nicht Zumal unser Weg nicht allzu lange dauert Aber ich bin mal ganz ehrlich mit euch Glaubt ihr dass euch der Weg etwas bringen wird Was ist das für eine Frage Natürlich wird er das Wir müssen in den Weltenbaum des Sturmes Und anders geht das wohl nicht Das meine ich nicht Natürlich müsst ihr dorthin Das Problem ist nur er Ihr wisst wie zwischen den Weltenbäumen gereist wird Nicht Ihr wisst dass ihr es bloß könnt Wenn der Weltengeist euch lässt Und naja Unser Weltengeist ist ja euer großer Feind Er hat keinen Grund euch ziehen zu lassen Du überschätzt seinen Respekt vor uns Und den Fakt dass er genauso wenig Ahnung vom Plan der Weltengeister hat wie wir Vermutlich ist er eher froh uns aus seinem eigenen Weltenbaum wegzubekommen Vor allem jetzt wo wir seine Erwartungen vermutlich bei weitem übertroffen haben Dadurch dass wir einfach zu ihm gelangen Wir haben seine Zweigwelt überlebt Sogar mehr Die Pokémon hier seine eigene Nachfahren Glauben unseren Worten eher als seinen Wenn er uns hier verweilen lässt könnte er glauben Dass sich uns noch mehr Pokémon anschließen Damit wir voranschreiten können Im extremsten Fall der Fälle Vielleicht sogar Eevee selbst Und das wird er nicht wollen Wobei es ihn vermutlich nicht einmal wirklich stören würde Und selbst wenn alles was sich gerade Schwachsinn ist Und er sich wirklich weigert Wir gewinnen ja auch nichts wenn wir es nicht einmal versuchen Wirklich überzeugt Hat er das Wulpix Groudon sichtlich nicht Aber trotzdem entschied er sich gegen Einspruch Im Wissen dass der letzte Teil der Aussage auf jeden Fall stimmte Stattdessen wurde dieses Gespräch nun unterbrochen Als das neueste Mitglied der Gruppe Sich wieder dazu gesellte Tut mir leid dass ich so lange gebraucht habe Ihr müsst nicht mehr warten Ich bin so weit Es war nicht schwer zu erkennen Dass Trübsinn beim Luxio einfiel Nun Dass der Abschied von ihrer Familie Und jene die für sie waren Wie eine Hinter ihr lag Der letzte Abschied von der Heimat Knapp voraus Zeit um das Mon irgendwie zu trösten Hatte Flamme aber nicht Noch weniger das Interesse daran Den Job würde vermutlich sowieso Soll versuchen zu übernehmen Unabhängig jetzt davon Ob mit Erfolg oder ohne Aber das war auch zweitrangig Was nun galt war die Reise Ein großer Schritt war getan Ein Teil Omegons eigenen Reiches war durchquert Und nun Ein Treffen Mit eben jenem Gott Kapitel 16 Im Angesicht Groudon begann die Reise Schnellen Schrittes Den Pfad sichtlich eingeprägt Ihm waren die Reisen in den Weltenbaum des Sturmes wichtiger Als das meiste andere Im Gedanken daran Dass er einst selber Weltengeist des Ortes war Welcher nun stattdessen von Tundil kontrolliert wurde Flamme folgte ihm dicht Absol ebenfalls nahe Funkenherz und Soll hielten auch beide Schritt Jedoch mit etwas größerem Abstand Wobei Flamme viele Worte fallen hörte Die meisten von ihnen ausnahmsweise mal von Soll Während Funkenherz eher zuhörte Oder Vielleicht tat sie auch nur so Was wusste Flamme schon Die Wanderung verlief schnell Der angesteuerte Ort wirkte offensichtlich genug Das Flamme sich ärgerte Jemals diesen ganzen Ärger begonnen zu haben Wo sie den riesigen Vulkan in der Mitte des Waldes Ja auch selber hätten ansteuern können Aber zumindest dieser Selbstvorwurf war nicht bleibend Denn bald erreicht die Gruppe jeden Berg Doch direkt zu seinem Fuß Wandte Groudon sich seitlich Macht euch bereit wir sind bald da Er hatte nicht zu viel versprochen Nur etwa 10 Minuten Fußweg weg vom Vulkan lag ein Ein seltsamer Ort Ein Ort der Flamme beinahe vertraut vorkam Ein Baum wie viele Der sich unterschied durch seinen massiven Holzstamm Weltenbreiter als all die anderen Bäume in diesem Wald Und dies war auch nötig Denn nur so passten auch große Pokémon in den Hohlraum im Inneren Welcher eine Treppe in den Grund bot Ähnlich zu jenem Ort An welchem Flamme und Soll zu Beginn dieses ganzen Abenteuers Zu Kriegern ernannt wurden Obwohl seine Intention diesen Weltenbaum derzeit nicht zu verlassen klar war Begab sich Groudon auch diese Treppe herunter Am unteren Ende Erstreckte sich eine große Grotte Ein Ort erfüllt von Magie Doch Magie die etwas Verzerrtes bot Wasser tropfte von der Decke Doch jeder Tropfen schien einen Stern zu enthalten Wie sie im Himmel erschienen Wodurch die Pfützen auf dem leicht leuchtenden Boden Wirkten wie kleine Eigene Himmel Ansonsten jedoch Wirkte diese Höhle leer Aber es gab auch hier ein Geheimnis Eines welches garantierte Dass nicht jeder Fremde den Weg finden könnte Zielgerichtet Schritt Groudon nämlich an eine der vielen Stellen An welcher Wasser herabtropfte Zu Füßen eine Pfütze Deren Sterne heller zu strahlen schien Als all die anderen Ruhig Fing der Riese den nächsten Tropfen mit der Hand ab Was bereits genügte Die felsige Rückwand der Grotte senkte sich in den Boden ab Gab eine Erweiterung der Grotte frei Welche äußerlich identisch war Alles was sich unterschied War der große seltsame Stein Über welchem seltsames Licht kreiste Welcher sich in jenem zweiten Abschnitt befand Das musste es sein Der Ort von welchem man in einen anderen Weltenbaum reisen konnte Groudon stellte sich zu dem Stein hin Wollte beginnen zu sprechen Doch eine laute Stimme ertönte Welche den Versuch sofort stoppte Spare dir deine Luft Groudon Ich weiß dass du hier bist Ich weiß wer dich begleitet Ich weiß weshalb ihr hier seid Etwas nervös schritt das rote Pokémon einige Schritte zurück Und blickte auf das Quartett Dann Mach ich mich davon Ich wünsche euch viel Glück Mehr kann ich für euch nicht tun Während Groudon sich so davon machte War Flamme der erste Der sich dem hiesigen Gegenwärtigen Weltengeist annäherte Unser letztes Treffen ist ein Momentär Habe ich nicht recht Soll Flamme Als sie den Weltenbaum des Forstes verlassen hatten War es gewesen In Realität eine Angelegenheit einiger Wochen Doch anfühlen tat es sich wie Jahre Aber all diese Dinge dachte sich Flamme bloß Antworten Tat er der Stimme nicht So schüchtern Oder halte dir Worte schlicht für verschwendet Ich hoffe nicht Denn ich möchte reden Bisher haben wir doch nie Wirklich Worte wechseln können Und was wenn wir nicht sprechen wollen Zu Flammes Überraschung Öffnete sich urplötzlich ein Portal Inmitten des seltsamen Steines Dann dreht ihr um Den anderen Weltgeistern habt ihr die Ehre eines Treffens gegeben Bevor ihr gereist seid Ich verlange dasselbe Tretet durch das Portal Trefft mich auf der Spitze meines Weltenbaumes Und ich lasse euch zum Weltenbaum des Sturmes passieren Ein Angebot Und so ein simples Da musste es einen Haken geben Und wie können wir wissen dass du uns nicht auf der Stelle angreifst wenn wir das Portal nutzen Das Wort ist meine Waffe Meine mächtigste und größte Waffe Ohne mein Wort bin ich nicht wer ich bin Somit ist mein Wort das größte Versprechen welches ich geben kann Nach einem Sternenschwur aber wir streifen ab Zudem Ich dachte ihr hättet Geschichten über mich gehört Über den großartigen Omegon Und vor allem Den Omegon Welcher sich nicht selbst die Hände schmutzig macht Wenn es nicht notwendig ist Und wenn ihr euch so mächtig einschätzt Ich muss euch enttäuschen Eure Gruppe fällt nicht in Jahrmillionen unter diese Kategorie Ich denke auch wir sollten auf ihn hören Was haben wir denn zu verlieren Und er hat ja auch recht für die Dinge für die er bekannt ist So zustimmend funken Herz Worte auch waren Selbst sie zeigte noch ein Misstrauen in diesen auf Doch sie hatte recht Was war die Alternative? Und so war es Soll der den ersten Schritt tat Während Flamme noch kurz zögerte Aber nun wo das Fulcano bereits passiert war Folgte auch der Rest des Quartetts Jener Ort An welchem sie sich nun wieder fanden Kam allen bekannt vor Für Absoll Soll Und Flamme War es nun einmal ähnlich Wie die Spitze Aller anderen Weltenbäume Doch gleichermaßen Viel größer Viel mächtiger Funken Herz war ohnehin bereits hier gewesen An jenem Tag An welchem Weile es lebte Der größte aller Feinde So hatten sie es gedacht Alle Die damals gekämpft hatten Nur damit sie jetzt feststellen mussten Dass sie im Unrecht waren Willkommen Inmitten über der riesigen Plattform Schwebte jenes Portal Welches den Raum zwischen den Welten schmückte Und verschmutzte Aus diesem entsprang auch die Stimme Ormegons Zumindest dieses eine Wort noch Im Anschluss nämlich Schoss der riesige Drache Herr der Sterne Heraus aus jenem seltsamen Ort Außer Absoll hatte jedes Pokémon Hier den Tyrannen bereits einmal getroffen Doch die Furcht welcher aufstieg Schien bei allen identisch Keine Gewohnheit konnte die Ausstrahlung Der Zerstörung verharmlosen Seinen riesigen Körper Musste der Drache erst wieder viele Male Um seinen Weltenbaum schlingen Bis sein Kopf sich über die Plattform erhob Viele, viele Male größer Als all die Pokémon Die heute zu Besuch kamen Willkommen an der Spitze Des glorreichsten aller Weltenbäume Seht euch um Spürt all die Kraft Nehmt sie auf Mit all euren Sinnen Obwohl es unter euch jemanden gibt Der sie bereits kennt Die blutroten Augen des Monstrums Richteten sich direkt auf Funkenherz Die sichtlich zurückschreckte Wobei er sich sollschützend vor sie stellte Einst hast du hier gestanden Und für mich gekämpft vom Herzen Haben sich die Dinge denn so ändern müssen? Ja, du hast uns lange genug angelogen Nun Mich als überraschend zu betiteln Wäre eine schamlose Übertreibung Ich hatte wohl gehofft, dass du ruhig bleiben würdest Aber Was sollte ich schon erhoffen? Von der Tochter einer Kreation Dark Reis Dein Vater war das einzige Mon eurer Linie Welches sein Platz kannte Für die meiste Zeit Anders als die vorigen Worte Schienen diese Funkenherz tatsächlich zu schockieren Lass ihn da raus Der einzige Grund, aus dem er eine Weile auf deiner Seite stand War Dass er selber die Wahrheit erst aus dem Inneren erfahren müsste Niemand will dir freiwillig helfen Nicht mit dem Wissen über deine Ziele Wenn du dich da nicht täuscht Ich habe mehrere Untergebene Die genau wissen, was vor sich geht Und doch bleiben sie mir treu Auch wenn ich zugeben muss Ich hatte erhofft, Elementarga zu ihnen zählen zu können Mir scheint, ich habe ihre Bluttreue überschätzt Aber gut Es ändert alles nichts Der Weltbaum des Sturmes Ist also das Ziel eurer nächsten Reise Dann erklärt es mir Sagt mir Was sollt ihr dort? Warum schicken euch eure Weltengeister dorthin? Zur Überraschung aller Reisenden Schwand der Kopf des Drachen Bevor irgendjemand eine Antwort geben konnte Wenn auch nur eines der Mon überhaupt eine gehabt hätte Stattdessen lief Flamme an den Rand der Plattform Hinabblickend, um zu sehen, was Omega nun tat Und was er sah Überraschte ihn Inmitten des Zentrums der Weltenbäume Schienen Weltengeister versammelt Alle vier, welche nicht Omegon waren Sie mussten festgestellt haben Dass ihre Auserwählten dem Feind gegenüberstanden Na los Guckt nicht nur so zu und glotzt Ihr habt den Plan doch entworfen Weit mich ein in eure tolle Idee Warum schicken ihr denn nun diese Mon in den Sturm? Tundiel trat einen Schritt heraus Als Herrscher des betroffenen Weltenbaumes Und warf seinen Blick kurz hinauf zu den Erwählten Es geht dich nichts an, was wir planen Dreckig lachte Omegon bloß auf Das tut es nicht Nein Ach wie schade Glaubt ihr etwa, ich hätte es nicht schon lange verstanden Ich habe es euch schon gesagt, ihr Nachdenk Nun wieder Flog der Drache herauf Die Weltengeister sogleich zurücklassen Ihr alle merken es selber nicht Oder Glaubt ihr an euren Erfolg? Glaubt ihr wirklich, ihr könntet meinen Weltenkerl zerstören? Glaubt Irgendjemand Dass ihr das könntet? Nein Seht ihr es nicht? Es war nie der Plan, dass ihr meine Wurzelwelt erreicht Ihr sollt reisen Weiter und weiter Durch Weltenbaum nach Weltenbaum Was ihr dort tut Es ist doch im tollen Weltengeistern egal Es kann auch mir egal sein Denn wisst ihr was? Nicht einmal die, die euch erwählt haben Glauben an euch Sie wollen nur, dass ich denke, dass sie es tun Aber ich habe es alles lange durchschaut Ihr Reisenden Ihr seid eine Ablenkung Mehr nicht Eure Weltengeister planen etwas anderes Größeres Und ich werde auch herausfinden, was es ist Ihr seid nur Was nach außen hin der tolle Plan sein soll Damit ich auf euch achte Nicht auf sie Ihr alle seid bloß Köder Aber ich habe nicht angebissen Was nicht heißt, dass ihr den Freilauf bekommt, den ihr euch nur wünschen könntet Ich habe meinen Diener Er wird sich um euch kümmern Während ich Mich größerem widme Aber nur Zwierfier Schreitet voran Fühlt euch wie Helden Glaubt an eure Hoffnung Rennt in die Leere Bis es nicht mehr weiter geht Ich werde euch nicht aufhalten Eher im Gegenteil Ich bringe euch in die Welt, wo ihr Sturm ist Wenn es denn euer Wunsch ist Aber ist er das? Ist er das wirklich? Wollt ihr weiter einer Rute folgen? Welche nichts als eine Fassade ist Ein Theaterstück In welches die Schauspieler nicht eingeweiht wurden Ihr glaubt zu leuchten Wie die Sterne am Himmel Doch seht euch um Seht ihr es nicht? Der ganze Himmel Er ist voller Sterne Jeder Einzelne ist so hell wie ihr Ihr könnt voranschreiten Euch dem Kampf hingeben Aber ihr müsst bereit sein Mein Diener wartet bloß Er wird wieder einen Einsatz bekommen Solltet ihr so närrisch sein Aber es gibt doch auch noch eine zweite Option Ein Krieg herrscht Schon seit Jahrhunderten entschieden Doch die Verlierer kämpfen weiter an Ziehen euch alle mit in den Tod Geben nie auf Leiden lieber Für den Stolz Wollt ihr euch ihn anschließen Wollt euch auch ihr Puppenspiel entziehen könnt Dreht um Kehrt zurück Kehrt zurück in meine Welt Und wartet auf einen Sieg Und wartet auf einen Sieg der bereits im Schicksal eingemeißelt ist Denn nichts wird sich ändern Außerhalb eurer eigenen Leben Denn ihr seid nur Pokémon Wo nicht einmal Götter noch wirken können Gräser Wo nicht einmal der Forst noch wuchern kann Kerzen Wo nicht einmal der Lunar noch scheinen kann Winde Wo nicht einmal der Sturm noch toben kann Ein Dämmerlicht Wo nicht einmal der Schatten noch dunkeln kann Alles was ihr seid Sind ein paar Lichter unter vielen Also seid weise Akzeptiert den Platz Den euch das Schicksal zuweist Eines musste Flamme dem Tyrann lassen Wenn er in Fahrt kam Konnte er reden Sätze bilden die so klar Und doch so mysteriös waren Worte sprechen die nicht im Ohr ankamen Sondern in der Seele Aber mit Flamme in einer Seele Welche ohnehin gebrochen war Die jene Worte in sich selber schon spürte Waren sie für die Weltengeister wirklich nur Köder Umso besser Dann lege die Verantwortung nicht wahrlich bei ihm Hatte Omegon Unrecht Schwiegen die Weltengeister nur um ihn seinen Glauben zu lassen Dann wäre Stoppen keine Option War das dann alles was du sagen willst Dann bring uns in den Weltenbaum des Sturmes Beinahe überrascht Blickte der Drachengott auf Scheinbar war er in der Erwartung gewesen Dass seine Worte einen größeren Einfluss hätten So so Wie war es interessant Ein Wilpix Einsam unter viel Geleitet von einem Inferno statt sich selber Und doch so große Worte So ein Übermut Geleitet von Einem Inferno Omegon wusste von Inferno Aber Wie Wie konnte Omegon Irgendwas über Flamme wissen Aber gut Wenn es denn eure Entscheidung ist Folgt einem Pfad der Täuschung An dessen Ende Trauer Zweifel Und das Ende Die Stunde rückt näher Je mehr Zeit vergeht Solltet ihr euch umentscheiden Die Türen meiner Zweigwelt sind euch offen Doch ihr habt nicht mehr viel Zeit zum Entscheiden Nach Jahrhunderten des Krieges Sind wir dem Ende so nah Mehr und mehr Energie sammelt sich für mein Imperium Noch wenige Monate Vielleicht kürzer Habt ihr Zeit zurückzukehren Oder unterzugehen Mit den Welten die nicht Reinheit akzeptieren können Durch Herrscher aus Stolz Ein Portal eröffnete sich Direkt vor Flamme Direkt unter dem Kopf des riesigen Drachen Dann geht Doch seid bereit Mein Diener Er wird euch finden Und dieses Mal Dieses Mal Wird er nicht bloß Worte wechseln Wenn aus dem Kopf zum Kopf Und das ist ja bleib south Das ist ja bleib south Und du bist Du ist ja teula